Leute Leute, es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit WWE 2K22, wir können endlich spielen, endlich, endlich können wir das Game spielen Ach, ist das herrlich, guck mal hier, heute exklusiver Pre-Release-Stream, Freunde, das ist doch geil Da habe ich Lust drauf, richtig nice Hallo, was? Ich habe es nicht gehört Ich habe selbst die Leute hier nicht reingelassen Weil ich so gehypt bin Freunde, lasst gar nicht erst so lange schnacken Lass gar nicht erst so lange schnacken Gleich hin, oder? Erstmal herzlich willkommen, Freunde Schön, dass ihr alle da seid, um diese doch recht unübliche Zeit für mich und einen Livestream Aber, ja, ich hoffe, wir kriegen es trotzdem irgendwie hin Und dass ihr nicht völlig verpeilt seid Wir haben gestern schon die ganze Nacht für All Elite gestreamt Und heute geht es auf jeden Fall gleich weiter für WWE 2K19 Also, ich bin auf jeden Fall gehypt Ach, 19, äh, 20 Ich bin gehypt as fuck Und, äh, ja, wir starten gleich durch Komm, warum denn so lange rum Mörkeln hier Äh, ich will gleich, dass das Ding hier los geht Und wir beginnen gleich mal mit Musik Das ist jetzt schon scheiße Moment, das lege ich mir auf die Kopfhörer So, ihr dürftet jetzt eigentlich die Musik gerade nicht hören Denn ich hasse das Wenn man einfach ins Game reinkommt Und sofort die Musik hört Die man ja nicht abspielen darf auf Twitch Das ist schon mal scheiße Aber, wir müssen ja erstmal das Tutorial spielen Und, äh, werden hier von Drew Gulag Äh, begrüßt Und kümmern uns natürlich gleich Oh, ums Tutorial Und deswegen Renini Olga, würde ich sagen Natürlich habe ich wieder das falsche Ding gewählt So Komm, Drew Gulag, komm Hallo Weiß ich Ja, das würde ich auch gerne wissen Sound, ja, warte Jetzt brauchen wir die Sound wieder Da geht's ab Fokus Na, wenn's das noch nicht ist Stark Spiels heute bis Raw anfängt Na, ich geh mal davon aus, dass wir Oh, nice Dass wir spielen, bis das Spiel für euch rauskommt Weil der Durchschnitt kann ja wahrscheinlich erst um 0 Uhr heute spielen Ähm, und ich geh mal davon aus, dass wir einfach so lange streamen bis Äh, ne? Oder was Also wir streamen so lange bis, äh, ihr spielen könnt Also, so um 0 Uhr habe ich eigentlich angepeilt Willkommen am Training Beginnen wir mit den grundlegenden Angriffen Und dafür gibt's drei Tasten Leichter Schlag, schwerer Schlag und Grab Na dann Leichte Schläge sind schnell und können Kombos auslösen, verursachen Aber nicht besonders für Schaden Schwere Schläge sind heftige Angriffe, größeren Schaden verursachen Und Gegner in der Regel umwerfen Grabst du, äh, grabst Löst du aus Indem du B und dann X oder A drückst Für einen leichten und schweren Griff Okay, das ist logisch Äh, aus einem Grab heraus kannst du ein Irish Up ausführen Indem du B drückst Okay, auch soweit logisch So, das ist schon mal nicht schlecht So, also mit X können wir leichte Schläge machen Mit A können wir ein bisschen härtere Schläge machen Das war sonst immer mit gedrückt halten Ups Konter kann ich noch nicht Okay, Job geht als Knie, schön Okay, aufheben ist genauso mit dem rechten Stick, wie wir es kennen So, zack, zack, zack So Okay Ich will immer noch Kontert auf die alte Art und Weise So B ist ein Grapple Kann ich einen Schritt machen Wunderschön Soll ich auch scheinbar nicht Oh, ja, 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 ja Da geht's schon los Oh, Canadian Destroyer Gleich mal rausgezogen Kann man mal machen Ich sag mal, zweites Ding hier Kann man erst schon mal ziehen Okay, cool Okay, logisch Bis hierhin logisch Grundlegen Grundlagenziele abgeschlossen Gute Arbeit, hast du gut Okay Versteht sich also von selbst So, eine leichte Kombo X, 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 X Wow, was eine krass leichte Kombo So, dann haben wir X Ah, ah, ah Okay, auch soweit Easy So, jetzt wird's spannend Komm, steh auf hier rein Come on Come on X, X A B Oder auch nicht Musst du schneller machen X, X A B Yes Oh Okay, cool Kombo Ziele abgeschlossen Halte Y gedrückt Um zu blocken Du blockst sowohl Leichte als auch Schwere Schläge Aber keine Grabs Okay, logisch Ähm Tippe auf RB Um auszuweichen Kleiner So, was das für eine Rolle Durch Größerer Ausweich Manöver Okay, cool Worauf zogst du Xbox Series X Fängst du mit der eigenen Karriere an Ähm Wahrscheinlich nicht Ich werde mich aber auf jeden Fall bauen Alter, ich hab 758 Zuschauer Holy shit, Alter Wo seid ihr denn sonst noch bei meinen Streams Ich müsste häufiger auf die Uhrzeit streamen Wahrscheinlich So, damit kann ich schon mal blocken Okay, das ist Easy Okay Ist jetzt gerade auch Ja, okay Nice Ach, halte Für blocken gedrückt Ah, okay Könnt ihr auch mal lesen Ah Ui Okay, wenn ich das nur antippe Dann Weicht der aber auch aus Ah, so meinte er Das blocken Ah, okay Cool Aber man kann trotzdem Timing mäßig auch versuchen Die Schläge abzufangen Dann kontert er auf jeden Fall auch gleich Sowas hier zum Beispiel Also das geht auch Drücke RB Und Dings Um die Dings auszuweichen Ja Nice Oh Das ist ja wunderschön Das gab's noch nie in den Spielen Oh, herrlich Tipp auf Ähm Vor Im Gegnerischen Nicht getroffen worden Um die Würste auszufüllen Ja genau Das hatte ich jetzt aus Versehen schon gemacht Okay Ist aber bisher alles eigentlich logisch So Und es ist auch gar nicht so schwierig Halt bevor der dich berührt Kannst du drücken Das ist denn wie dieses klassische Konter Und will wir das aus den letzten Jahren schon Kennen Easy Easy Geil Breaker sind geschickte Konter Die du als Verteidiger Gegner Als Grapp-Signal-Combo Um einen Breaker auszuführen Drücke bei der An der Verteidigung Als Grapp-Signal-Combo Gleich Angriffstasten Wie der Gegner A oder B Du richtig geraten hast Befreist du dich Kannst den Vorteil nutzen Ah, okay Also wenn der zum Beispiel Mich rippen will Und ich drücke auf B Das ist sicherlich ein bisschen Tricky Aber so geht es halt auch So, das ist erstmal klar So und wenn ich in den Grab bin Ist natürlich schwierig Rauszufinden Was für ein Move der macht Die Chance ist aber 33% Also von daher Ups, los, komm, Grab Ah Ne, noch nicht Ups, sorry Grab mich erstmal Ah, okay Das war auch richtig Okay, cool Okay, das war jetzt 65 Mehr 166 Ist halt auch die Frage Ob ich da Versuche auch vorauslegen Ob der Dings kommt Ja, da musst du noch Musst du noch lernen Wann der Punkt ist Wo du drücken musst Und dann ist halt die Chance 50-50 Oder 33% vielleicht Dass du auf jeden Fall Die richtige Taste triffst Aber ist auf jeden Fall Nochmal eine Kontomöglichkeit Aus Grappels Aber Nicht so einfach Aber soll es ja auch nicht Das war jetzt mal richtig Okay, cool Versteht sich eigentlich Logisch Muss ich sagen Maxke Danke für den 52 Monat-Resub Snowman 37 Dunkelprinz 5 Monat-Resub Kaffeetyp 34 Was geht ab Bepperling Danke für den Prime-Resub Herzlich willkommen auf der Sonnenseite Stormi auch mit dem Prime-Resub Am Start Bin ich mit 2K in einem sehr guten Kontakt Bin mit dem Partner und bin mit dem Partner und deswegen kann ich das jetzt schon spielen Simons hat an die oberen Leiste steht für deine Gesundheit Angriffe für einen Gesundheitsschaden zu Und wenn du einige Pausen an keinen Schaden erleidest, lädt sich deine Gesundheit langsam wieder auf Okay Fällt die grüne Leiste auf 0 Ist der Superstar anfällig für dauerhaften Schaden Dauer auf der Schaden Senkt mir mehr Angelegenheit Okay What the fuck Alter Snicklass haut ein Hunni raus Alter Da krieg ich die ganze Zeit keine Donations Snicklass Ah der ist erstmal Doppelchampion werden Der gönnt sich mal richtig Alter Snicklass Ey Ich küsse dich Vielen vielen Dank mein Freund Immer auch wieder so ein kranker Support hier Von dem Jungen Das ist wirklich Ein krasser Typ ey Vielen vielen Dank Alle mal ein Herz im Chat hier ey Das ist ja wirklich wunderschön Vielen vielen Dank mein Freund Danke für den Hunni ey Kuss geht raus Grausartig Direkt am Eskalieren Boah ey Da muss ich ja gleich mal mein Fenster aufmachen hier Da wird mich schon leicht warm hier bei euch Alter Finne Ey Vielen vielen Dank wirklich Absolut großartig Auch an alle die da sind 834 Zuschauer gerade Das ist sehr sehr schön Anzeige verfolgt an körperlichen Schaden Moves Fügen bestimmten Körperteilen Schaden zu Zu den Schaden Okay das kennen wir ja eigentlich alles Klopfen ab wenn man auf verletzte Körperteile zieht Okay Special Anzeige Füllt sich wenn du Schaden ausheizst Oder einsteckst Für den Balken kannst du eine schnelle Verteidigungsaktion ausführen Drücke dazu Dings Wenn du am Boden liegst Kommst du wieder schnell auf die Füße Und kannst deine Gegnerin in der Nähe zu feiern Investiere zwei Balken für Payback Einzigartige Moves die nur einmal pro Match verwendet werden können Okay Also so wie die OMG Moments aus den letzten Games Wie lange es du bist du bist nur ein Uhr oder so Gibt es ihr im Game? Kann ich gleich gucken Gibt drei Balken für mächtige Signature Moves aus Nach einem erfolgreichen Signature Moves Bekommst du sofort einen Finisher Ah Okay Okay Sobald sie voll ist Drücke RT plus A RT ist der Ähm Er hat so aufgefordert Wirst du in der Steckung auf 1 Der sichere Sieg holt Wenn du erfolgreichen Finisher landest Superstars sind anfällig für Pins Nachdem sie mit Finisher getroffen waren Ist klar Wenn du in der Offensive bist Für die Finisher Anzeige langsam auf Hier kommt der Geld Hier kommt der Geld Hier kommt der Geld Jack Lee Rider Danke für den Euro So warte Alter Okay krass Okay Ähm Also RT und X Was ist das RT? Ist das aufgefordert? Ist das ein Zinglicher Absatz Oder doch? Ah hier Ist das richtig? Die RT ist doch hinten Woi Jetzt geht's ab Oh Zack Und 619 Wenn die Finisher Anzeige gefüllt ist Und dein Gegner auf dem Boden Wie Kannst du auf den Apron Äh Ah ok Drücke um Dass du aufgefordert hast Und Finisher Zack Flop Splash Genommen Äh Hol dir den Sieg Nehm dir Gegner auf den Boden Pin Ok das war sonst auch immer schon so Gesundheit in Niedrig Shark Move getroffen Oder Endless Finisher Oder Finisher Okay Logisch So 1 2 3 Nice Ah Wie gut schon mal Ab King Wiebe 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 Vielen Dank für deinen Primestar Äh Jonas 18 Monate Rieser Äh Noch schon wieder einen Monat rum Dank für deinen Unterhalt Von Zoom Gerne The Chosen One 41 Monate Rieser Weißt du schon noch Ob man das Spiel zu zweit Auf der Couch Im Fernsehspiel Auf jeden Fall Also Ja Das konnte man noch Also das konnte man schon immer Jack Nero Dank für deinen Euro Klarzo Klarozo Zwei Monate Rieser Sehr gut Zweite Monate Habe ich nicht gehalten Äh Lohnt sich dieses Jahr Bin auch gespannt Ich weiß es noch nicht Aber im Moment Sieht es ganz gut aus Ripes Rippets Live 14 Monate Rieser Dankeschön Ähm Ab wann weiß man Dass man morgen spielen kann Uhrzeit 0 Uhr Also um 0 Uhr kannst du spielen So das war das Tutorial Ist eigentlich gar nicht so Bescheuert Also es macht schon irgendwo Irgendwo macht das Sinn So ich mach nochmal den Sound aus Denn ich will jetzt erstmal Ähm Mein Story Megaboost erworben Okay Ich hab nämlich die NWO Edition Undertaker Immortal Pack erworben 4Live Edition erworben Cross Jam Digital Okay Aktuelle News Gut Alles klar Äh Ich muss sagen Ich hab mir in der letzten Zeit Keine WWE 2K22 Videos angeguckt Ich bin nochmal jemand der Ich will das immer So für mich alles rausfinden Und alles so machen Und deswegen Ich mag das nicht Ich will das Selbst Rumwurscheln So Audio Lautstärke Machen wir jetzt natürlich Erstmal die Musik aus Content Creator Modus Holy Shit Holy Shit Na wie geil Danke Geil Dankeschön Danke Vielen Dank Sehr Nett Ähm Marcel Kerstin 700 Reset Dankeschön Mal eine doofe Frage Ich hab Xbox Series S Und hab extern Festplatte angeschaut Aber weißt du wie Jedes Spiel dort installiert Weißt du immer Oh keine Ahnung Ähm Man kann auf Neuseeland Die Dings ändern Ja das geht wahrscheinlich auch Aber ich hab keine Ahnung Ob das ist Darf mal fragen Was ist ein Content Creator Modus Ja der ist dafür da Damit die Musik Die hier abgespielt wird Warte jetzt kann ich auch Wieder den Ton anmachen Damit die Musik Ausgeschaltet wird Die nicht Copyright free ist Dafür ist das Ding da Was mich denn nur Ist halt die Frage Sind die Entrances denn auch aus Weil die will ich eigentlich schon anhaben Aber man kann Kann man die Jukebox wieder irgendwie machen Tutorial Gameplay Steuerung Ach warte da war doch Jukebox Hier da ist er Den mache ich nämlich immer lieber Ja siehste Den mache ich nämlich lieber immer Das hier alles weg So Und mache denn lieber Das ein bisschen leiser Weil ich denn nämlich einfach meine Ähm Meine Videos auf dem Gaming Kanal Nicht monetarisiere Und dann ist auch okay So weil Der Gaming Kanal Der bringt mir so Sowieso kein Geld Von daher Ist mir das scheißegal Wenn die WWE Streams Da nicht monetarisiert werden So Gameplay Normal Gewichtserkennung Minispiel Yo alles klar Alles klar Yo 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 Warte hier machen wir auch wieder Das machen wir aus Das machen wir an Und Das passt alles Pin Minispiel Das wissen wir noch nicht Halten in Minispiel zulassen Weiß ich auch noch nicht Road Break automatisch Ja Auto Reversal Für Bodenangriffe Okay Keine Ahnung Schauen wir mal Achso da gab es noch weitere Dinger Präsentation Erschöpfung Blaga Regie Schnitte Wackelnde Kamera Blinacht im Image Kamera Anzeigen Wasserzeichen Ja ne Können wir erstmal So drin lassen Okay Das ist hier auf jeden Fall wichtig Das gibt es nämlich Dieses Jahr auch wieder Das heißt Für die Leute Die sonst immer Meine WWE Streams gesehen haben Mit diesen Mit dieser Mit diesen Einstellungen hier Ja Kann man das Spiel Nochmal Realistischer machen Schwerer machen Und so weiter Das hier Hier beginnt die Magie Hier kann man wirklich Eine ganze Menge noch ausrichten Hier habe ich Das so eingestellt Dass ich wirklich Verdammt geile Matches Mit der KI machen kann Ähm Aber da muss man ein bisschen Gucken So Ähm So Steuerung Okay alles Erstmal easy Soweit Extras Was gibt es für Extras Das mitwirken oder Das schon Funktion Okay Roster Das ist schon mal nett Teams bearbeiten Statistik Titelverwaltung Money in the Bank Also sowas So look at these Ich finde auch die Die Bilder geil Achsel Junge Jetzt bin ich natürlich Über den Bildern drüber Das ist natürlich auch Ein bisschen dämlich Sind noch nicht alle Freigeschaltet glaube ich Ist noch keine Anygrower drin Okay Shop Da kommen wir nämlich hin Meine Fraktion mag Kaufe neue Kartenpacks Und mehr Dings So Erworben Erworben Achso Habe ich heute schon Easy peasy Arena habe ich schon Championships habe ich schon Nice Aber die Championships sind so viel besser aus Dieses Jahr Das ist echt krass Okay Online Warum ist das nicht Nicht verfügbar Was ist da los Wahrscheinlich weil Ihr Spiel erst morgen Rauskommt oder Kann sein Inhalte erstellen Easy Erstellte Matches Muss ja jetzt sieg Das übliche also Das ist was man So es auch schon hatte Das ist natürlich Jetzt ein bisschen schade Dass ich jetzt noch Nicht online Irgendwas machen kann Weil ich wollte Eigentlich Ähm Krass Zuschauer Krass Ich wollte eigentlich Mich schön basteln Dazu brauche ich ja Meine Fresse im Game Aber ja Nun gut Dann würde ich sagen Wir starten mal In ein Match rein Oder Klassisches Eins gegen eins Erstmal Ganz solide So okay Der Menü ist eigentlich So wie früher aufgebaut Das ist aber auch ganz gut Weil das hat sich immer bewährt Warum sollte man das ändern So hierbei also alles in Ordnung Okay 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 Eingrufe beim Einzug immer aus Warum hat er das nicht übernommen Keine Ahnung So hier kann ich Waffen auswählen Die ich gerne haben will Natürlich eine Schaufel Ist klar Und natürlich das hier Und ein Hockey Stick ist klar Leiter kann man immer gebrauchen Hohen Tables ist auch klar Und ein Hockey Stick Weil Oder ein Stop-Stick kommt von mir aus So Arena Was haben wir da schönes Das sieht natürlich auch schick aus Ah guck mal 2F Live in der neuen Arena Crash of the Beach Clash of Champions Celebration Alls easy Mixed Match Challenge Auch schön NXT Takeover Sachen In your house Cool NXT UK Auch nicht schlecht Ach die NXT So angepasst Ist natürlich auch nice Raw Thunderdome Hä das bildst du aber gar nicht Aus dem Thunderdome Oder Smackdown Thunderdome Hä das ist ja komisch Aber es gibt doch den Thunderdome An sich Aber da will ich auch mal drinnen rumfummeln So dann mach ich jetzt mal Erstmal klassische Raw Arena Oder Erstmal ganz klassisch Ich muss nur dafür bezahlen Dass man das Motion spielen kann Ich glaube die Deluxe Edition Kann zum Motion spielen Überstunden genommen Ich heute Nacht zocken kann Ja Kannst du ein Tutorial machen wegen Einstellung Ja das Dazu habe ich mal ein extra Clip gemacht Das waren aber die für 2K19 Deswegen müssen wir erstmal gucken was da noch so geht Okay Die kennen wir hier alle schon Special Langsam schnell normal Auch nicht schlecht Finisher Langsam schnell normal Hä Nett Einzug ein Klar Alles easy So na dann Schauen wir mal Geil ey Kann ich jetzt hier schon Eddie nehmen Nein Warum nicht Männlich Weiblich Hier sind die Ender W.O. Leute Cruiser Light Heavyweight Okay Alle Champions Auch nice Boah Lesnar Speed Sieht auch so episch aus Ey Jetzt aber auch ein Typ Okay Machen wir Zufall oder was Legend Created Racer Wirst du als erstes downloaden Ja So die ganzen AEW Racer vielleicht Ähm Thunderdome musst du dann noch einstellen In die Einstellung Virtuelle Crowd Okay Heißt Wenn ich jetzt Die Arena wähle Und den Thunderdome wähle Ah Virtuelle Zuschauertafeln Ja dann machen wir das mal Ich will mal gucken wie das aussieht So dann machen wir mal hier Random Oni Dorkin Auch nicht schlecht Kenneth LeRae Kirito Sawa Walter Tommy Storm Also ich habe auch so noch keine Entrance geguckt Und noch gar nichts Ey Gar nichts Okay Wer hat einen Wunsch Oh Wer ist denn das Es haben wirklich gestern Leute im All Elite Streamen gefragt Wer ist das Was ist das für ein Typ So Okay Also Snicklass darf sich aussuchen Gegen wen Wer Wer gegen wen Snicklass darf aussuchen Der ist Supporter des Tages Der darf Obwohl ich auf Ricochet auch Bock habe Wenn Snicklass jetzt nur einen sagt Komm Snicklass Entscheide dich Das ist schon gar nicht mehr da Der ballert hier eine Kohle raus Verbisst sich Ricochet gegen Ballor Na Wenn das noch nichts ist Aber warte mal Dann machen wir die gleich zum Champion Der machen wir natürlich gleich mit Titel Das ist doch ganz klar Wollen wir natürlich gleich anständig haben Ähm Rossa Titelverwaltung 247 Titel Wer hat den aktuell Der ist in meinem Kopf so Doof Ja natürlich hört sich gut an Kann ich den auch Frauen geben Nein Kann ich keine Frauen geben Sexismus So Ähm Okay 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 Die Titel sehen so scheiße gut aus Auf den Bildern Ähm So Lesnar Sie wie eh Champion King Nakamura Hat sich wohl geändert War Denn das ist jetzt Ricochet Da So Und Oh hier passt eine ganze Menge nicht Ähm Das sind Jet Gable Und Otis Zack Das passt noch Oh das ist halt Das ist auch so geil So Das passt auch nicht mehr Denn das ist jetzt der gute Fini Fini So Das passt noch Okay Lassen wir es erstmal so Gut Dann beginnen wir Mit dem Champion vs. Champion Match Und gehen wieder in den Thunderdome Ach guck mal Ich kann die virtuellen Tafeln überall reinsetzen Ach zumindest in denen wo das Ah okay Zumindest in denen wo das damals war Okay krass So Na dann Äh Du hier Jetzt wähle ich Ricochet und nicht für Bär Das ist doch schon Taurier Gut Machen wir so oder Was ist denn mein Fraction Monus Ich hab keine Ahnung Oh geil Ich hab mir wirklich noch Bis auf den Trailer hab ich nichts gesehen Guck mal Der Göttel klippt gar nicht Was ist denn da los Das ist ja voll nice Der Göttel klippt gar nicht in den Dude rein Das kann zwar sicherlich irgendwann passieren Aber es ist jetzt schon nett Der Göttel sieht doch endlich mal anstrengend aus Noch reingemachen? Natürlich wie immer Suchmeister danke für die 400 Bits Showtime Schienenharten 50er Bits raus Sichel 50 Monat Rüßab Ab 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 Und Ramo Zart Danke für dein Ähm 3 Monat Rüßab Tim Media verschickt Zart Dankeschön Und Justin Empire 9 Monat Rüßab Freude ey Viel viel Dank 1164 Zuschauer Holy moly Könnt ihr denken Es ist Rumble Ey das sind sogar echte Die haben wirklich die echten Menschen Da reingehauen Das ist ja voll geil Alter das sieht zu Riders Alter sieht das Kacke geil aus Scheiße sieht das nice aus Alt Kauf Tickets für Unlimited Switch Prime ist kostenlos Grüß aus dem Loch Dank und Rules für den Film war mein Freund Auf jeden Fall Also 1164 Zuschauer Ich hoffe ihr habt alle schon Tickets Für Unlimited Wrestling Echtes Wrestling In Deutschland Mit mir Und vielen weiteren Beste Wrestling Show In Deutschland Kommt vorbei Tickets kommt Unlimited Wrestling Das sieht richtig nice aus Vor allem mit den Titeln Die sind ja voll gut Mein Video zu Revolution Kommt heute noch Auf Xbox Series X spiele ich Mario danke für den Einen Freund Vielleicht ziehst du dich ja gleich In 300 Daumen Ja kann schon sein Ich hatte ja schon gesagt Man hat damals Die Rechte für dieses Videomaterial abgetreten Ist halt lustig Oder die haben halt alles nochmal aufgenommen Und das sind alles Mitarbeiter von denen Kann auch sein Icebreaker und im Mai auch Tickets am Start Sehr gut Man bringt Unlimited sein Wrestling Spiel raus Jetzt Morgen ist Release Weil wir werden alle Unlimited Wrestler In dem Spiel nachbauen Und die dann auch online stellen Damit ihr dann auch die Unlimited Wrestler spielen könnt Alter das sieht so scheiße geil aus Sorry aber das ist Ja Ab Oh Okay also Kontern wird auf jeden Fall erstmal Da muss man sich auch mal richtig eingewöhnen Vor allem hier Verschluss Einmal ist nichts So Was ist das? Oh ja The People's Moonsword Gleich mal durchziehen Hier Anfang des Matches Wui Geil Voll ein bisschen früh Ah kann passieren Geil ey Okay, also die Offense ist easy. Das kriegt man wirklich easy hin. Aber ich glaube, das konnte... Oh, alter! Alter! Super Kick in Slingblade. Da muss man wirklich erst mal noch ein bisschen gucken. Aber ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich eher drauf konzentrieren. Die... Oh, Slotdowns zu Platz. Okay, Pinfall. Jetzt wird es lustig. Ähm... Drücke mal wieder schnell. A umzählen, komm. Ich glaube, ich werde mich eher direkt auf die Würstchen konzentrieren. Anstatt immer dieses Blocken. Jetzt von der Arbeit kommt und du's Fuß. Ja, ist geil auf jeden Fall. Aber daran sieht man auch wieder, der Hype ist einfach da. Der Hype zu dem Game ist wirklich groß. Zurecht. Soll ich nochmal einen Rumble machen? So, Bärler, was schon nicht wohin soll. So, jetzt habe ich gewonnen dort. Äh, wenn du eine Alkohol bedrückst, um die Würstchen auszuführen, um den Spieß umzudrehen. Okay, jetzt kann ich also direkt so machen. Oh, nice! Alter! Super Kick! So, dann rücken wir mal ein bisschen. Ja, schön. Okay, das funktioniert. Da würde ich hin. Aber wieso war das jetzt ein harter RIP? Oh, das ist aber auch nice. Oh! Oh! Wunderschön. Wetter kann man ein Comeback machen. Der funktioniert. Anders. Wenn ihr in der Fallanimation ist, kann ich nicht zugreifen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. für die, die Competition-mäßig spielen. Ah, nice! Ah! Okay. Ich kann nicht rausrollen. Oh. Oder so. Ah! Nächstes! Und German Sweepers. So. Oh, geil! Aus dem Fall, aus der Fallanimation ist der gerade, ist der gerade, ähm, in den Universal reingegang. Das ist doch schon mal nice. Kleinigkeiten. Müssen wir auf die Kleinigkeiten. Tragen. Hebe den Gen und trage ihn, indem du RB nach einem Griff drückst. Hm. Okay. Aus dem Ring werfen? Geil. So, das kann ich jetzt machen. What a signature. What the fuck. Oi! Und Feinschern. Und... Und... Wir haben das Codebreaker. Jetzt bin ich nicht fertig. Okay. Gut. Also wir müssen ihn auf jeden Fall schon mal stärker werden. Wenn ich das erste Mensch gewinne, dann wissen wir, der Computer muss stärker gemacht werden. Das sieht aber auch echt gut aus. Das sieht aber wirklich auch super, super geil aus. Benni, danke für den neuen 50-Mann-Klis-Up. Geil. Das ist geil. Wie sehen die Highlights hier aus? Okay. So viele Highlights gab's nicht. So. Na gut. Ähm... Showcase Universe. Warte mal, ich frag mal meinen 2K-Kontakt. Warum? Server noch nicht aufmessen. Das ist immer noch das Gute, wenn man direkt den Draht hat. So. Sean gegen Undertaker. Okay. Grafisch von den Modus ist heftig, ja. Vor allen Dingen kannst du ja wieder... Warte, das kann man jetzt auch gleich machen. Kannst du ja in dem Dings-Modus auch wieder die richtigen Superstars bearbeiten. Hier. Dann kannst du dir die Leute ja richtig angucken. Nehmen wir mal Styles. Das ist ja... Styles geht immer klar. So, look at this. Okay, das ist alles klar. Jo, alles klar. Das kennt man. Okay, Kleidung können wir hier auch ändern. Kamera per Perspektive. Ja, ist alles klar. Okay, da kann ich die Kamera bewegen. Hier kann ich zoomen. So, look at this. The phenomenal AJ Styles. Ganz schön traurige Augen, oder? Sexy Ass. So. Beleuchtungsvorlagen, was geht das? Oh, okay. So, warte mal. Und wenn ich jetzt... Kann ich jetzt nicht zufällig auch Kleidung machen? Das ging doch eigentlich immer. Kleidung importieren. Kleidung bearbeiten. Haare färben, Kleidung. Zufall, super, super. Boom. Hä? Ich hab gedacht, jetzt kommt eine andere Farbe raus. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Ja, neue Gear Design, oder? Kein Problem. Oberkörper. Wieso denn eigentlich immer blau? Aber ich glaube, man konnte auch irgendwie nur die Farbe der Dings ändern. Und hier. Ne, doch, ne, doch, ne. Ich find das doch raus. Irgendwie ging das. Findest du die neue Steuerung? Bisher eigentlich ganz cool. Also, es ist auf jeden Fall, äh, nicht so schwer. Okay, also manuell ist wahrscheinlich dann besser. Mhm. Na gut, also da können wir auf jeden Fall einiges an Sachen rumbasteln. Aber das sind halt wirklich so Sachen. Also neue Klamotten für die Wrestler, ja. Das werdet ihr wieder aus den Community Creations runterladen können. Und fertig ist die Laube. Also, was wollen wir mal denn mehr? Na, Taker. Zeigen wir gerade noch eine Frage. Wünschen. Den? Na, Taker oder den? Ja, den klassischen, oder? Ich bin ein simpler Mann. Ich möchte nur ein wenig Gameplay von Walter. Ja, das kann ich dir geben. Nikhil, ne, danke für den 14-Monotions-Resub. Das ist das Game so. Bisher? Ist schon geil. Mann, der Taker sieht auch nice aus. Der sieht auch nice aus. Das ist schon... Das ist schon krass. Oder? Das sieht echt schon gut aus. Das sieht schon wirklich sehr, sehr nice aus. Richtig cool. Roman. Roman, Roman, Roman. Roschellent, ja. Roman. Schauen wir mal wie 2K Edge so gemacht hat. Ja, Edge sah auch schon sehr, sehr viel besser aus als sonst. Roman ist auch super. Der hat nicht so besondere Gier, deswegen... Ja. Passt schon, ne? Schon krass. Das ist schon geil. Das ist schon geil. So, Edge. Was sagst du? Series X. Yo. Voll gut. Edge sah jedes Mal so scheiß aus. Ich mag ihn auf jeden Fall, wenn er einen Bart hat. Ich mag ihn aber noch mehr, wenn er noch mehr Bart hat. Von mir aus kann Edge, so wie jetzt, einen wirklich richtig schönen, dichten Bart haben. Das ist anständig. Da bin ich dabei. Aber ist schon sehr, sehr cool. Okay, lass mal gleich wieder... Lass mal gleich wieder weiterzocken. Ach, scheiße. Ich geh immer zurück ins Hauptmenü. Ich bin auch so dumm manchmal. Meinst du den obdachlosen Bart? Ja. Der sieht super aus. Vielleicht ist es auch der Bart Knight, den ich in mir habe. So. Machen wir einfach mal einen Rumble, oder was? Komm, wir machen mal einen Rumble. Wollen wir das simulieren? Rumble simulieren? Ach komm, nee, ich will erstmal noch zurück. Machen wir nochmal einen Match. Machen wir mal einen Wrestlemania-Match. Man muss sich ja auch erstmal an die ganze Steuerung und so gehölen. Also, Wrestlemania. Okay, er steht da rein. Dann... Jo. Und dann machen wir mal Undertaker gegen Showbarkets. Klassiker. Habe ich den noch nicht? Ich habe noch keinen Shawn Michaels. Also ein paar Legenden muss ich irgendwie noch freischalten scheinbar. Aber Eddie habe ich auch noch nicht. Aber ich weiß nicht wie. Wie kriege ich die freigeschaltet? Dann müssen wir halt wen anders nehmen. Nehmen wir den Mist. Der Mist geht eigentlich immer. Der Mist kann man mal aus dem Aul hauen, finde ich. Über Showcase? Okay. Na, dann müssen wir doch, was wir gleich machen. Alter. Das ist schrecklich, guys. Das ist schrecklich, guys. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Dann ist Eddie im Showcase freisch. Naja, aber machen wir. Ach der Ringsprecher und so, super geil eingefangen. Das sieht schon echt brutal aus. Das war nicht die Grafik aufgelöschen, aber für TKW ist das verdammt gut. Das ist halt immer noch irgendwo ein Real-Life-Wrestling-Spiel. Ich finde immer, das Real-Life in einem Videospiel zu verkörpern ist halt einfach scheiße schwierig. Guck dir mal grafisch geile Spiele an. Die arbeiten ja mit einer Welt, die gar nicht real existiert. Das heißt, die können halt die Farben ein bisschen komischer machen und so weiter. Die machen halt ein random Map einfach. Dann ist das ja auch alles ein bisschen einfacher. Aber wenn du das wirklich so nachbauen musst, wie das im Real-Life ist, das ist halt schwieriger als halt einfach irgendein random, ja dann kriegt die halt rote Haare. Und wenn es scheiße aussieht, kriegt die halt graue oder braune oder keine Ahnung. So, und das kannst du hier nicht entscheiden, so ne? GTA sieht auch nicht aus wie das Real-Life. Also, würde mich wundern. Da finde ich, sieht der hier vom Weiten besser aus als jeder GTA-Charakter und seinem Real-Life ich. Okay. Das sieht auch so scheiße gut aus. Alter. Und der Spieler von Hollywood, California, weighing in at 221 pounds. The Miz. Das ist schon nice. Ja, im Chat ist gerade der Link zu meinem Amazon Affiliate Link zu dem Spiel. Also, wenn ihr das noch bestellen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall noch machen. Ansonsten könnt ihr auch einfach auf martingaro.de slash Amazon. Da kommt ihr auch direkt zu Amazon. Aber dann, das ist ein Affiliate-Ding, damit unterstützt ihr mich noch. Aber unterstützt mich lieber, indem ihr Tickets für Unlimited Wrestling kauft. Nein, ihr sollt natürlich auch das Spiel kaufen, ist klar. Nice. Darfst du dich im Stream negativ zum Welpen äußern? Natürlich. Wenn es scheiße ist, sage ich euch das schon. Was ich zum Beispiel immer scheiße finde, ist diese Sterne-Anzeige da oben in der Ecke. Ich brauche die nicht. Ich glaube aber, die kann man irgendwie ausschalten. Jetzt gibt es einen schönen Brawling-Action hier. Yo! Warte ne Lein! Ich spüre den PC raus, da hat immer so was. Äh, ja doch, das kommt auch für Kontrolle raus. Ich bin gerade ausgewichen, habt ihr gesehen? Und was ist das hier? Geil, ey. Okay. Dass es so viele Möglichkeiten gibt, zu kontern, das muss man wirklich erstmal reinkriegen. Wann ich genau beim Grapple-Reversal die Taste drin muss, das weiß ich nicht. Oh ja. Oh ja! Oh ja! Er zieht durch! Na klar! Ah! Mills haut hier ein Mexican Surfboard raus, man kennt's. Mit dem Undertaker. So ist das mit den Lucha. Mit den Lucha-Leuten. Oh! Okay, wenn du ne Kombo abkriegst, kannst du nicht den ersten Schlag kontern. Zumindest so. Oh! Wahrscheinlich gibt's wieder andere Möglichkeiten. Okay. Miss Bodywork. Er macht sich unsterblich. Den kommt mir etwas klein vor, oder? Ja, der ist ein bisschen kleiner als die Ringe sonst immer waren. Aber dadurch, dass die Kameraführung anders ist, kann das immer so wirken. Ich hätte jetzt auch das Gefühl. Oh shit! Road Break! Puh! Das war knapp. Oh! Jetzt gibt's auf den Sack. Oder auch nicht. Neckbreaker! Au! 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 Dust passt so, du Herr Loche! Ich klin' gut aus, ja? Das ist echt so. Ouh! FG4! Oh nein! 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 jetzt müssen sie lösen cool dass sie diese diese Konteranimation denn hier drin haben ich glaube die Waffen obwohl die jeder so macht Oh! Side-Effekt! Der linken gerade riesig auseinander, guck dich das an! Oh! Blackout-Fähigkeit! Yo! Cool! Ah, nice! Du kannst halt ausweichen, du kannst blocken wenn er grappelt dann kannst du halt die gleiche Taste drucken wenn du es nicht geschafft hast, dann kannst du wenn er den Move ausführt immer noch ähm mit dem perfekten Konter wie das jetzt hier gerade kannst du immer noch was machen und so es ist schon es gibt schon Möglichkeiten es gibt schon Möglichkeiten Ha! Was hast du dir so gedacht, mein Freund? das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein Der Mist geht gut ab hier. Ich wollte eben schon den Schwierigkeiten gerade hochschieben und jetzt sieht das nicht mehr so aus. Ich muss jetzt irgendwann mal einen Finisher durchkriegen. Oder auch nicht. Ey, der nimmt den. Das ist der Mist, den wir sehen wollen, oder? Das war's. Ich seh mich da schon. Ich bin gut. Das kriegen wir hin. Okay, jetzt will er seinen Finisher machen. Wie kann ich den Finisher kontern? So. So kann ich den kontern. Okay, dann macht den Finisher jetzt mit Dings... Swiss Made, danke für den... 44-mal Füße ab, einfach gewissen, aber... Gerne doch. Das kriegen wir hin. So, jetzt geht es schon vorhin. Ansatz. Ausgekontert. So, jetzt gibt's Stress. Oh. Look at this. Tombstone Piledriver. Oh, roadbreak. Scheiße. Oh, nee. Oh. Guilty joke. Komm, 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 komm. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Fuck. Ah. Scheiße. Der wehrt sich um, ey. Der wehrt sich gut. Der wehrt sich gut. Yes. So, jetzt auch mal. Okay, Signature... Ah. Das ist ja sogar logisch. Dass du die Signature mit dem quasi schwächeren Schlag Dings ausführst und den Finisher mit dem stärkeren Schlag. Mit der Kombination. Also R für Finish. Oder R für große Moves und Finisher sind dann halt mit X. Wo du halt den schwachen Schlag machst. Das ist ja... Das hat sich wahrscheinlich einer was bei dir. Das ist ja... Das ist gar nicht so blöd. Wie gesagt, Offense ist eigentlich recht logisch. Oh, shit. Das war's. Das war's. Das war's. Ah. Verdammt. Der hat mich auseinandergenommen, der Junge. Das hat er sich verdient. Das... Das ist mal ein WrestleMania-Moment für The Miz. So bringt man die jungen Talente auf. Das geht. Ich glüte den Show. Ja, sorry. Eigentlich ist es ja auch ein... Triangle Show. Das würde ich eigentlich sagen. Schwarzengel, 43 Minuten für die Mizab. Dankeschön. Es ist aber, es ist aber... Es ist auch wirklich geil. Es ist schon geil. So, Jeff Hardy nehmen. Startet das Spiel mal neu, dann müsste es online gehen. So. Schon nochmal. Sind sie noch nicht? Sollten eigentlich online sein. Hat mein 2K-Mensch mir auch geschrieben. Die Dame von 2K. Schon nochmal. Kannst du Burak nehmen. Kann man auch machen. Bei mir geht es irgendwie nicht. Aber warum? Meine Konsole ist ja online. Cesaro gegen Walter. Oh, das ist auch geil. Das ist natürlich auch geil. So, warte mal. Wir nehmen den Showcase-Modus. Da kann ich dann die restlichen Leute falsch halten. Das ist schon mal gut. Und dann muss ich das hier noch mal erst bestätigen. Nochmal. Scheiße. Damit ich dann online gehen kann. Weil ich weiß, dass ich mich vorhin einloggen musste. Und das hat nicht funktioniert. Eine Story. IGN. Erster Entschuldigung des Spiels ist sehr positiv. Ich weiß ja nicht so ganz, ob ich... Ich weiß noch nicht so ganz, was ich gerade sagen wollte. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum. Roster bitte. Ich habe zum kompletten Roster habe ich schon ein Video gemacht. Auf meinem YouTube-Kanal. So. Ach, guck mal. Hier hätte ich jetzt auch das Tutorial nochmal spielen können. Gut. Auch gut zu wissen. So, na dann. Cesaro gegen Walter oder was? Aber dann nehmen wir jetzt Walter. Ist klar. So. Cesaro. Ähm. Okay. Besser war was zu wissen. Jo. Nehme ich. Wer ist Walter? Ja. Wo ist Walter? Ist doch das Ding... Ding. Gunthorbenen. Ah. Ich finde diese... Alter. Ich finde diese Thunderdome-Arena in real life fand ich die richtig scheiße, aber im Spiel finde ich die richtig geil. Kannst du die alte Konterfunktion benutzen? Echt? Ich finde die nächste Konterfunktion ist für einen Fall. Machen sie den Weg zum Ring, representant Imperium von Vienna, Austria. Wollen Sie die Button-Zweck? Wollen Sie die Button-Zweck? Wollen Sie die Button-Zweck? Vielleicht stehe ich das Ding. Ich weiß es aber nicht. Ich finde, dass die Button-Zweck sind gar nicht so scheiße. Das ist ein Problem. Ich finde die Button-Zweck sind gar nicht so scheiße. Leute, wie beeindruckend ist dieses massive Mensch. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mann hält die Energie. N.S.T. UK Championship, forget this! 870 days! That's 2 years and 4 months! Talk about Dominion! Do you have to play with Thunderdome or do you have to play it? You can play it with virtual viewers and then you can play with Thunderdome. That's pretty cool, man. What are they? I feel that's awesome! I feel that's awesome! Yeah, he's going to play with Thunderdome. Until then, when everyone's playing, we can play with Thunderdome. I'm going to play with Thunderdome. I'm probably going to play with Thunderdome. I'm going to play with Thunderdome. Mars Morales is still not in the game. But we're going to play with him. Little Abu, thank you for your influence. That looks really sick, I think. I think that looks really sick. So, Walter gegen Cesaro. Now you come. He has to shake any competitor! Oh! That was my back-chopsy! Wie sich das gewirrt. Jetzt geht es mal raus. Ich glaube nicht. Scheiße. Oh, nice. Nein. Erstmal Ruhe reinbringen hier. Oh, das wird dumm. Ja. Pats, pats, pats. Rein für ihre Zuschauer. Ich glaube nicht. Jo. Aber du musst auch schon gucken, dass du deine Pausen auch wirklich nimmst. Um dich zumindest wieder ein bisschen in der Gesundheit zu regenerieren. Das könnte jetzt aber schon... ...deutlich schwer. Aber das gefällt mir. Weil ich mag das. Ich mag es lieber schwer als... Da muss man halt lange spielen, um das zu perfekt zu genieben. Der Erforschung. Ähm. Ich bin auch sehr begeistert. ... ... ... ... ... ... ... Oh, 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 nicht gut, Sharpshooter, nicht gut, nicht gut. So, wir werden mal rauspowern hier. So, jetzt muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich ein bisschen runterkomme wieder. Oder auch nicht. Das ist schon schwer. Okay, kein Problem. Hat die überhaupt einen Schlag gemacht? Ja. Schon ein paar Mal ins Gesicht getreten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ja, das ist nicht so echt das angeboten, ey. Komm ich ja auch mit klar mit der Drückerei. So ist er nicht. Wow! Nice. So. Und dann muss ich dann endlich mal auf Still, ja. Du musst halt auch erst mal denn nicht reinfinden. Also es dauert auch erst mal denn bis man hier alles hat. Ja, Gorilla Press. Und au. Ich habe gerade gesehen, wie der Fuß auf der Treppe gelandet ist, dass er sich da quasi gegen gedrückt hat. Au. So habe ich denn das erste Match so gut gemacht? Und jetzt lüse ich hier richtig ab. Der Computer will sich rechnen wahrscheinlich. Oh! Crossface! Außerhalb des Rings! Ich kann zwar hier nicht tappen, aber... Hä? Warum macht er das? Warum kommt dir das Minispiel? Ja, der Ref zählt weiter durch. So, ich muss da jetzt rein. Sorry. Weißt du, Cesaro, du willst gerne hier weiter rumspielen? Guck mal, das Blut an, Alter. Weiter. So, jetzt muss ich auch mal was machen. Das geht hier nicht weiter. Das geht hier sonst nicht so weiter. Das ist schön. Ach. Das ist, äh, nicht einfach. Ich gehe mal auf der PC direkt hin und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube aber ja. Ah, nice. Uppercard-Serie hier. Guck mal, ich konnte die gerade im Move kümmern. Das ist quasi ein Comeback-Dings hier gewesen. Ah! Oh! Vertical Suplex! So, jetzt muss ich mal aufpassen. Oh, Scheiße! Und Neutralizer! Das ist wirklich. Ha! Was ist das? Wenn ich schnell drücken kann. Ein schneller Drücker ist. Geht das auch noch? Fight Forever Chance! Geil. Nein, 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 nein nicht ich weiß nicht wie ihm das nicht so gut ich weiß dass es in 20 gingen aber hier ist es auf jeden fall besser ooooooooooooh 3 4 die crowd chillet mit sehr gut sehr gut ok guck mal ne wenn man der schnellste drücker ist dann wird das was oh nein ok das wird jetzt nichts in der Mitte des rings nein 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 komm weiter du machst das so jetzt jetzt kommt alles zurück Ach, nein. Jetzt. So. Jetzt passiert's. Powerbomb. Und weil es so schön ist, nochmal. Und weil es so schön ist, nochmal. So, das war's. Eins. Zwei. Was? Mach mich nicht schwach. Okay, das ist geil. Nice. Wenn er jetzt, wenn er jetzt, äh, nicht, also wenn er, ne, das, ich würde es auch cool finden, nur mal nebenbei, ja, für 2K vielleicht, wenn man es schafft, mit seinem Charakter, in einem, äh, nur falls man es mal einprogrammieren möchte, ähm, wenn man es schafft, mit seinem Charakter, obwohl man komplett fertig ist, aus einem Finisher-Pin auszukicken, wäre es richtig krass, wenn der andere damit das ebenfalls leichter könnte. Einfach damit man sagt, okay, das ist jetzt also hier so ein WrestleMania-Main-Event-Match gedöhnt, es ist also jemanden möglich, obwohl eigentlich schon zu Ende ist, aus dem Finisher auszukicken, ist also, man baut hier also gerade ein superkrankes, supermatch auf, also kriegt der andere eine höhere Chance, das ebenfalls zu schaffen. Einfach nur, um das dann halt ebenfalls so einen, oh, holy shit-Moment zu machen. Das ist schon... Könnte man einbauen. Wow, wow, small package! Eins! Urgh, muss doch eins! Warte! Sorry, jetzt! Jetzt geht's hier ordentlich! Oh, schnell herrüber! Ja, das took me to a new two! Yes! What the... Hold on a second! New Day? Okay, die Musik von New Day ertönt, wir haben schon wieder random Sachen, ey, ich feier das. Nein! 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 Kofi Kingston mischt sich ein Troubled Paradise! Jetzt müsste ich eigentlich kontern, aber... Nö! Komm, komm, komm! Ah! Das wäre der erste... Ich hätte es machen müssen! Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich da wieder rauskomme. Sau krabbelt drauf, das wird also kein starker Pin. Ja, doch relativ gut. Krass! Kofi, Alter! Ist nicht dein Ernst! Das hast du gerade nicht gemacht! Erste Fede für NGTV! Nein! Alter! Mit einem Wunsch wie dieser, Dinge haben die Tastung ein bisschen bitter-sweet! Genau! Aktien! Und das Ende! Okay. Ah, ist schon geil. Ich weiß aber nicht... Ich glaube, ich finde die Steuerung gar nicht so schlecht. Ich tue mich wirklich schwer, die Steuerung umzustellen. Wäre das hier das Dings? Pin-Minispiel gestoppt oder was? Stimmt, dann wäre das so an Stoppen und so. Ich weiß es nicht. Halten in Minispielen zulassen. Jordan Devlin gegen Ramester ist auch ein geiles Dings. Ich glaube, ich finde dieses A-Button-Mashing gar nicht so kacke. Eingriffe nach dem Match, das wollen wir natürlich ein. Ich finde, beim Einzucken, wenn wir gestört werden. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht. Wie planen nach dem Match? Klar, geht es anders. Hat für Eingriffe kämpfen... Hat für Eingriffe kämpfen? Okay, dann habe ich meine Fraktion angepasst, okay. Wasserzeichen. So, Balance, da müssen wir echt gucken. Da müssen wir richtig krass rumfummeln. Ausfallzeit von Ringrichter, den machen wir natürlich erstmal hoch. Signature, Finisher, Reversals... Ja, die muss man nicht drunter stellen. Aber ich fühle mich noch nicht gut genug, dass ich jetzt schon das machen kann. Also, das so schwer einstellen, wie ich es sonst immer bei mir hatte. Okay. Mach Counts Anzeigen aus. Weinst du? Warum? Showcase spielen? Ja, ich würde sagen, wir können mal... Wir können mal ein Ding aus dem Showcase spielen, okay? Wie geil. Ich fühle es jetzt gerade so gut. Rei, rein. Wie geht's 2011. Amy. Norden. 150 jährig. Denium! Musik. Auszeit. Wir wollenそれ nicht... Auszeit. Wir wollen das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 die Seiler, das kriegen wir hin. So, zack zack. So, her. So, her. So, her. So, her. Ich hab doch die Refs sensiert, weil ja die Refs, nicht diese Refs sind nicht im Spiel und wenn du halt die Proben hast, hast du ja die Refs, dann war ich nicht gemeint, das ist das doch nicht. Warte, jetzt ist es ja nicht der reiche Refs. Ich bringe den Ring aus und hab mir zu, machen wieder einen leichten Griff und von, solltest du weiter in die Oberhand über einen leichten Griff und von. Das ist der leichte Griff und von. Kann ich hier rausgehen? Ah cool, kann ich hier anstellen. Und dann ist Filmhautaktion. Halt! Cool. Aber der macht das nicht einfach nur, wenn du gegen das Seil läufst, sondern du musst L1 drücken, damit der da angreift. Und dann kannst du, kannst du Springboard-Sachen machen. Cool. Ich hab die NWO Edition. Ja. Hier. Das war nichts. Jetzt. geht's. Setze ich mit einem harten Sprungangriff im Lauf, während neben dem Ring steht. Harten Sprungangriff im Lauf. Ist der Susan! Nicht nachlassen führen, neben dem Ring ein. Leichten Angriff von vorn gegen Eddie aus. Leichten Angriff ist das hier. Ja. Ja, muss schon mal gucken. Es gibt viel. Es gibt viele Sachen, viele Möglichkeiten. Das ist das. Das ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir immer wieder so kontert. Haha. Oh, nice. Oh, kein Zuzun. So wollen wir es immer noch nicht. So. Sprungangriff, wenn ein Ring liegt. Das kriegen wir hin. Ein starker, ein schwacher. Irgendeiner, okay. Einen schweren Kombo im Ring war dazu, damit er Sterne sieht. Okay, ein schwerer Kombo ist. Das. Das. Scheiße. Das nicht. Okay. Hm. Und da ist das auch eine, die auf dem schweren Move endet. Das kann auch sein. Ich glaube, wir machen mal eine leichte Kombo in eine schwere. Ich glaube, da kommen wir besser mit, klar. Komm her. Yes. Sag ich doch. Ähm, pack ihn mit einem Laufangriff von vom Packen. Also laufe ich auf ihn zu und drücke. Ja, siehste. Man kann hier echt viele verschiedene Sachen. und dann, 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 und... Also gerade. Das ist allgut. Das ist allgut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Einstellen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt Eddy freigeschaltet. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit Eddy spielen. So, hier kann ich auch nichts weiter machen. Hm. 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 Starts als Spiel neu. Habe ich doch gerade. Hm. Vielleicht ist das ab morgen aktiv. Drück mal Y. Das hatte ich ja schon gemacht. Nee, es ist schon ab heute aktiv. Aber irgendwie. Du bist der geilste. Mach weiter so. Dankeschön. 5 Euro donation. Vielen, vielen Dank. Geiler Typ ey. Nice. Ähm. Ja, und Paraflo konnte sich auch im Spiel einloggen. Also liegt es an mir. Aber warum? Hm. Irgendwas habe ich schon wieder angestellt. Mal Rise. Willkommen zu meiner Story. Die stehen nur in der 10 Speicherplätze. Alter, wir spielen das 10 Mal. Imperator Zamasu. 52 Mal zu dieser Art. Dankeschön. Mal Fraction. Das geht ja wieder nicht. Ist aus wie eine neue Version. Drücke im Hauptmenü. RS. Aktualisierung. Ach. Mach ich doch. Aktuelles Profil wechseln. Ja. Okay, da war ich doch schon. Ich glaube irgendwie. Ich glaube irgendwie. Ich habe. Ich weiß nicht, ob man das. Also das wird man sicherlich noch fixen können. Aber ich glaube, ich habe wahrscheinlich einfach nur mein falsches Passwort eingeben. Und jetzt versucht er die ganze Zeit. Neuinstaller? Ne. Versucht er die ganze Zeit. War es als ob du nicht im Internet verbunden warst, als du im Dashboard warst. Aber ich bin noch hier. Warte. Ich bin noch im Dashboard. Hier. Ist alles da. Kabel alles drin. Hm. Also es ist auf jeden Fall mein Fehler. Aber ich bin zu blöd. Oder habe keine Ahnung, wo ich das jetzt fixe. Ähm. Wir machen mal noch mal einen Test. Und mache das nochmal so. Okay. So, dann machen wir nochmal einen Neustart. Weil ich hatte ja eben immer dieses Crick Resume an. Ux Gott. Ein Euro Donation. Startet jetzt endlich ein Match. Voll ungeduldig. Ja man, geht gleich weiter. Ähm. Ja. Dankeschön auf jeden Fall. Herrgott. Vielen, vielen Dank. Support ist also da. Der Support-Link wurde also aufgespürt. So. Hier unten steht mit dem Xbox-Netzwerk verbinden. Ne? Also das heißt, jetzt gerade bin ich nicht online. Drücke ich da drauf. Und da habe ich online. Ne? Bitte keine Spoilers. Oh, das wird schwierig. Aber mein Video müsste schon online sein übrigens. Wie ist das Spiel auf der Xbox-One genauso aus? Ähm, na, auf der alten Xbox-One oder was? Also halt ein bisschen schlechtere Grafik wahrscheinlich. Wie ist das Spiel? Ich bin seit zwei Minuten drin. Sehr geil. Neue Steuerung im Spiel gefiel. Sehr geil. Okay. Also Nahtyp ist derzeit anscheinend moderat. Da könnte natürlich auch der Problembereich liegen, oder? Aber auf jeden Fall bin ich online. Können wir uns darauf einigen, dass ich online bin, oder? Krieg mal hin. Oder? Vielleicht besser mit LAN-Kabel. Ich glaube, ich habe ein LAN-Kabel drin. Aber das werden wir gleich sehen. Multiplayer-Verbindung. Vielleicht muss ich auch meine Dings wieder öffnen da. Aber ich weiß, dass es daran liegt, dass ich gerade, ähm, dass ich vorhin mich eingeloggt habe und da ging das nicht. Und jetzt nimmt er wahrscheinlich immer mein nicht eingeloggtes Profil. Was heißt? Wui! Happa, happa für Papa. So. So sieht es aus. Upload, Download. Also sehr gut. So. Ich spiele es immer noch aus. Ich spiele es hier auch aus. Dann starten wir das. So, oder? Okay, es startet zumindest von vorne. Der Typ muss, glaube ich, offen sein. Ja, das musst du dann einfach im Rot einstellen und so. Ah, hier ist es kaputt zu. Kann man bei dir ein Schülerpraktikum machen? Nein. Ich wüsste nicht, was ich machen soll mit dir. Und? Sind gespannt. Hey! Okay, zumindest schon mal eine aktuelle News. Okay, schließen. Es sieht gut aus. Hey! Es hat geklappt, keine Ahnung wie. Aber auf jeden Fall sind wir online. Geil! Nice. Jetzt wird es lustig. Jetzt kommt nämlich der eigentliche Spaß in dem ganzen Spiel hier. So, wir gucken uns natürlich alles an, was die Community bisher erstellt hat. Und die Leute, die jetzt das Spiel schon haben, das sind Creator. Also so wie ich, Content Creator. Das heißt, wir schauen mal. Es ist jetzt schon so viel Kram da drin, das sind 20 Seiten schon. Warte, was ist denn mit den Leuten los? Scheiße, die Bilder werden nicht geladen. Ah, verdammt. Mani Rose NXT Scarlet. Okay, hier gleich mal. Neue Klamottenmanager-Teile von MVP. T-Bar Unmask, auch gut. Maze Unmask, was ja auch passt, weil der jetzt nicht mehr so ist. Keith Lee. Okay, auch nicht schlecht. Soll ich hier draufklicken? Okay, hier ist noch irgendwas verbuggt. Also nicht so ganz korrekt. Ah! Oh, hier The Rock. Nikki Cross. Ist die nicht im Spiel? Hat die jemand gebaut? Hat die echt schon jemand gebaut? Aber die sah gerade richtig gut aus. Ist die nicht im Spiel? Weil auf dem kleinen Bild hier sah die gerade richtig gut aus. Oh Gott. Championships Lieblingsersteller hier gleich auswählen. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Okay, also hier hapert es noch ein wenig. Ach ja, stimmt. Nikki Ash ist ja im Spiel. Ah, dann haben wir natürlich da... Deswegen... Nice. Okay, deswegen ist Nikki Cross so mit den Klamotten da drin. Ah, geil. Okay. Hier AJ Styles auch noch mit den... Mit den neuen Klamotten. Das gönnen wir uns auf jeden Fall schon mal. Guck mal. Das ist doch schon mal anständig. Damit können wir doch arbeiten, oder? Herunterladen. So, habe ich wieder tägliche Begrenzung auf 20? Schauen wir mal, ob das irgendwo steht. Steht nirgends. Gibt es keine Begrenzung mehr auf 20 am Tag? Oh, das wäre so gut. Das wäre echt gut. Da habe ich nämlich gar keine Lust auf. Ah, die Bilder laden immer nicht so richtig. Zumindest noch nicht. Hier auch nochmal Nikki Cross. Sascha Banks. Spider-Man-Ital. Bloodline von Dings. Okay. Aber das sind ja wirklich alles neu gebaute Leute. Müssen wir denn mal gucken. Also funktioniert das mit den neuen Bildern noch nicht ganz. Naja. Okay. Okay. Aber es ist schon mal keine Begrenzung. Also geil. Ja, also ich sehe zumindest keine. So, Jafari hat auch noch andere Klamotten gekriegt. Scarlet. Ist Scarlet im Spiel? Ja. Guck mal, Manager-Arteia von MVP. Das ist natürlich auch gut. Aber so ganz haut es hier noch nicht hin. Aber es ist schon mal ein guter Schritt. Okay, wir machen jetzt das nächste Match jetzt. So, jetzt kann ich auf jeden Fall alles nutzen. Dann hattet ihr vorhin alle Jeff Hardy gerufen. Dann machen wir das doch als nächstes. Also, Jeff Hardy ging. Gucken wir mal. Halt hatten wir schon. Och, ey. Kalisto. Kalisto mag ich auch sehr eigentlich. Koshira ist auch richtig cool. Moins. Happy Corbin. Apo! Ging Cena? Okay, von mir aus. Komische Ansatzung, aber von mir aus. So, und hier kann man nämlich Videotafelzuschauer ein- und ausmachen. Und da könnt ihr nämlich den Thunderdome quasi rein- und raussetzen. Aber wir machen das mal bei einer normalen Raw-Episode. So. Ja. Kann man mal machen, oder? Jeff Hardy gegen John Cena bei Raw? Ich würde sagen, ja. Essen. Fette Videolein, Mann, ey. Können wir vorbestellen, das Spiel ab morgen spielen? Ja. Also, wenn du die, ähm, die Deluxe Edition oder die NWA Edition hast, ja. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, nein. Darum nicht. Aber das braucht ihr vielleicht einmal. Heute nach Raw? Ähm, nee. Ich werde morgen erst Raw gucken. und wenn überhaupt nichts mehr zu machen steam steht 11.3. weil ich habe die Bilox Edition eigentlich ist die Bilox Edition Abbaums aber ich weiß nicht wie das mit der PC Version ist kann sein dass die PC Version anders ist heute noch kein MGD Battle Match ja ich muss ja den Dealers reinbauen schön rumlabern in die Kamera geil wir machen gleich mal einen Check mit das interessiert mich nicht mehr wie die KI entscheidet reinzukommen bei Finz selbstverständlich also eigene Musik gibt es also ganz eigene so von Spotify oder so das gibt es nicht so John Cena gegen Jeff Harry das ist das Wall Match das ist das Wall Match nur die Kümmensch, das kann ich auch denken Alter er ist zu krass er ist zu krass so cool oh nice das also das mit den ans Seil greifen um Diving Kram zu machen ich finde das wirklich das ist so eine Kleinigkeit aber ich finde das wirklich gut oh Diving Head was ungeplant aber naja ich muss dann wirklich mal wieder rausfinden was ich ausschalten muss damit dieses Stamm Ranking da aus dem Hutton verschwindet auf jeden Fall kann man das machen aber ich weiß nicht mehr welche Einstellung es ist vielleicht findet ihr das raus das gab in den anderen Spielen auch oh 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 yes so und jetzt kann ich das machen und oh oh guck mal das wird beendet und Swanton bam eins zwei drei easy John Cena wer ist das schon die Pfeife nix kann er ja also da müssen wir auf jeden Fall mal ran das müssen wir noch ein bisschen schwerer machen das müssen wir noch ein bisschen schwerer machen aber es sieht weiß aus ja man kann aufs Eise System mit dem Pin umschalten ich glaube wir müssen mal ein Rumble machen ich glaube wir machen jetzt erstmal ein Rumble erster Druck vom Spiel ist wirklich durchgehend positiv so wir machen mal ein Rumble Freunde eine so ich nehme natürlich Eddie wie sich das gehört ah deswegen gibt es den zweimal so wir machen Zufall gucken wir uns die Leute an die da drin sind nö oder? das ist einfach komplett wieder random erneutes random Rumble haben wir gestern auch gemacht nur dass ich diesmal mitspiele na dann auf gehts gucken wir uns in dem Rumble wahrscheinlich mehr die Leute an als andere die diese die das ist die 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 Oh, Nummer 1 geht schon gut los. Oh, Nummer 1, Erich Bischoff. Oh, Nummer 1, Erich Bischoff. Oh, Nummer 1, Erich Bischoff. Es gibt schon gute Paus, kann man aktuell noch nicht so gut sehen, weil die noch nicht so gut laden. Oh, Nummer 1, Erich Bischoff. Oh, Nummer 1, Erich Bischoff. So, Nummer 2. Oh, Happy Corbin. Nice. Also, die Steuerung in der Offense ist einfach. Aber in der Defense nicht. Aber das Verteidigen ein bisschen schwieriger ist als Angreifen finde ich jetzt nicht dumm. Also, das ist schon okay. Gibt es in dem Game dicke Menschen? Ja. Natürlich. Noch nicht. Happy Sache ist nicht so meins. Ja, meins auch nicht. Aber, ja, wenn Vince sagt, machen wir das. Machen wir das. So, Royal Rumble Match läuft. Oh, Nerzen Slime sagt man hier am Anfang. Ich sag's jetzt nur in Kamera einstellen. Ich hab gedacht, dass sie mich stört. Oh, Eddie Groh! 97. Startet ihr durch. Mit der Nummer 3. Aber das bin ich noch nicht. Ähm. Ich hätte eher gedacht, als ich so Videos zu der Kamera gesehen habe, dass mich das nervt. Dass mich die Kamera, dass die Scheiße ist. Aber, wenn man es spielt, finde ich, stört es überhaupt nicht. So, dass sie sich auch so viel mitbewegt und so. Das ist halt eine dynamische Kamera. So, weiter geht's. Nummer 4. Cesaro! Cesaro haben wir heute auch schon gesehen. Aus den L히. Den Kamerammer und Anstrengungen ändern. Es kann so ein bißchen das ändern. Da habe ich noch nicht ausprobiert. 2 2 1 Oh. Seamus mit der Nummer 5. Das ist ja. So, wir gucken uns jetzt natürlich mal gleich ganz genau an. Okay, hier kannst du Combos noch aus... Alter, okay, cool. Ah, guck mal, das ist gar nicht so blöd. Da kommst du immer zu den... Okay, wie mache ich den Move nochmal? Wie mache ich den Move nochmal? Das ist ja voll gut. Ähm, Highlights. So, kann ich die Kamera wieder durch die Gegend schweben lassen? Ja, kann ich. Da, ich gehe wieder zurück zum bestimmten Menü. Zack, 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 zack. Okay, so, dann gucken wir uns mal Shames an. Kamera drehen. So, wie? Wie kriege ich die jetzt scharf? Na, so scharf ist es schon mal. Aber wieso wird das denn unscharf? Auf was ist denn die Kamera fokussiert? Die fliegende Kamera? Na, Eddie, sag's uns. Höhe anpassen. Vor, zurück. Hm. Zu? Nee. Na ja. Aber sonst sieht Shames schon mal nice aus. Guckt zwar gerade ein bisschen traurig, aber als Nummer 5 würde ich vielleicht auch traurig gucken. Ach ja. Ist schon nett. Okay. Ähm. 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 Guck mal. Superstar hat Schöpfung. Vielleicht kann ich das hier gleich rauskriegen. Kamera schwenkt aus. Mal gucken. Ah. 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 Okay, das geht schon mal. Das sieht natürlich wieder ganz anders aus. Jetzt geht die Kamera nicht von der Mitte mit, sondern jetzt ist sie quasi auf einem, auf einer Schiene mehr oder weniger. Hm. Hm. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Ich glaube, ich finde das ganz gut. Wie? Brian Kendrick. Nummer 6. Guck mal. So sieht das ja schon wieder relativ normal aus, so wie man das auch kennt. Hm. Ich glaube, ich finde das so besser, oder? Okay. Geil. Ich glaube... Ich glaube, ich lass das hier. Muss ich den mal in den Einstellungen umstecken? Aber ich glaube... Das ist besser. So, weiter geht's. Kamisto. Nummer 7. Oh, das wird ein Sting. Tag. Hm. Das sind noch die Möglichkeiten. Optionen. So und so. Das sind die Hudson. Das ist schon klar. Die Försteranzeige wackelnde Kamera. Wir playen nach dem Match. Richter counts. Aber das wird ja hier in dem Match eh noch nicht gespalten. Aber das ist schon... Guck mal. Ich geh jetzt wieder auf den Kameraschwenk zurück. Und jetzt... Bewegt sich die Kamera auch voll zurück. Obwohl, wenn jetzt so viele Leute drin sind, dann finde ich es auch gar nicht so störend. Und so gibt's zumindest auch... Das. Ist schon gut. Oh, Nummer 8. Jay Usel. Dann sagst du GM. Ja, waren wir auch noch heute. Wir haben eine Menge Zeit jetzt. Oh, Brain Buster. Ja. Schauen wir uns 20 Minuten zu. Und als Hardie Ball ist ja in der 20... äh... 2.000. Genau zum richtigen Match. So geflasht und überzeugt gerade gekauft zu haben. Danke für deinen Stream. Ja, alles richtig gut. Ich hoffe, du hast über meinen Amazon-Effield-Link gekauft. Martin Rowe, der ist gleich Amazon. Ist die, wie das hieß schon? Aber zumindest die, das auch gut. So, der Kurbel ist raus. Oh, Brian kennt jetzt alles. Ähm, PC- und Konsolen-Version Unterschiede? Ja, gibt es. Ähm, die PC-Version ist zu der Xbox- und der PS4-Version die gleichen. Aber die PS5- und die Xbox Series X-Version, also die, die ich gerade spiele, die ist nochmal ein bisschen anders. Sieht ein bisschen besser aus. So soll es auf jeden Fall sein. Dexter Loomis. Mit der Nummer 9. Geil. Dexter Loomis will ich mir aber auch mal hier richtig angucken. Der ist natürlich auch lecker, der Dude. Er ist auch ein krasser Typ. Der sieht ja jetzt schon großartig aus. Alter. Alter. Das sieht schon echt geil aus. Leute. Das ist schon echt cool. Dexter Loomis, richtig nice. Sehr, sehr cool. Okay. Da kommt schon auch nichts dabei. Dort hat er schon mal ein bisschen aufgespielt. Die PC-Version ist nicht next-gen. Genau. Die PC-Version ist nicht next-gen. Aber die PC-Version muss wahrscheinlich moden können. Und dann ist eh alles scheißegal. Nummer 10, Scott Hall. Okay. Jetzt kommt die NWA hier zusammen. Kommt jetzt schon wieder in die Mode? Von hier aus. Das passt doch bei Dexter Loomis. Das ist gut. Das passt doch bei Dexter Loomis. Das ist gut. Ähm. Dann sagst du immer NWA. Weil ich dumm bin. NWA. Sorry. Aber NWA ist heutzutage halt der etwas geläufigere Name. So. 2002er-Version von Undertaker. Yes. Und das braucht man nicht nach der PC, wenn nichts wirklich gut ist. Das war ich auch nicht. Oh, Dexter Loomis raus. Schade. Oh, man. Nasty kick. Big punch to the high. Amil. Du hast jetzt. Ich nehme Geld fürs Zerschen. Jey Uso, ja, das ist nier. Ja, das ist nier. Dann muss ich mit der Sitzung abgeben. Dann kann ich jetzt zurück nach der Probe. Dann kann ich noch wieder zurück. Was is das? Also喝 die Marke? Es hat sich hier nicht sagen. Wie ein PS Lord. und das Sync auf einem Plattform. Ja, ja, genau. Die sind ueigeig. Das ist richtig geil. Wenn ich die aufs Xbox hochlade, dann hast du die auf der Plastik-Auto. Das ist das Beste, was ich zu diesem Spiel gehört habe. Das ist wirklich die beste Funktion. Scheiß auf GM-Modus, dass man Community-Creations Konsum im Bereich machen kann. Das ist für mich das Ding. Lucky Wild in Mitte Nummer 12. Ihr vernehmt es auch noch zu mir. Geil, ja, irgendwie. Ja, Bischof geht ab, ja. Und das ist der Jones, nur die Hauptteam. Das habe ich nur nicht rausgefunden, aber das habe ich auch gehört. Also ich habe es noch nicht direkt gesehen, aber ich habe es gehört und das ist ganz schön geil. Soll ich es noch ein bisschen mit der Stütze kommen? Nee, klar. So, besser. Gran Metalik. Gut, dass ich schon 200 Stunden streame und jetzt kam die Aussage, dass man mich nicht hört. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe es noch nicht gehört. 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nummer 14, Austin Theory. Schaust du, Naka, Japan, New Japan Cup? Äh, nee. Also, ich würde gerne, wenn ich Zeit hätte, aber die habe ich, ähm... Ich habe zwar noch New Japan World, aber ich kriege es nicht. Oh, Sao ist rausgefunden. Fue mit Elimination von Eddie. Geht um den Grenzfinisher. Das weiß ich nicht, da habe ich nichts rausgefunden. Also, 3 habe ich auf jeden Fall schon sehen. Jimmy Uso ist gut. Und auf der Next Gen hochladen. Ob man dann auch noch PS4 hat? Ja, das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber, ja. Also, ich würde mal sagen, ja, aber ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Kann aber auch sein, dass nur die Next Gen Konsolen und die Old Gen Konsolen mit PC quasi zusammenhängen. Wie sagt der Ringrichter, jedes Mal, wenn jemand eliminiert würde. Das sagt er schon seit Jahren. Das war auch im 2.90 schon. Und da ist er, Nummer 16. So, Zeit, Leute rauszuwerfen. Da, Mann, Eddie. Nice. Okay, lass uns erstmal Eric Bishop raushauen. Das ist mir ein bisschen zu krass. Wetten, der raubt mich gleich raus. Auf. Zwei Eddies übrigens hier am Ring. So, Elimination. Drücke schnell die angezeigte Taste in der Farbe, die komplett rot. Okay, das kriegen wir hin. Der Gegner an den Seilen lehnt. Drücke RT und für den Rumble Finisher. Den habe ich ja jetzt noch nicht. Und tschüss. Eric Bishop ist raus. So, erstmal schön aus dem Tirol ins Gesicht treten. Zwei Eddies übrigens hier gerade im Ring. Klar, mit der Lix auch raus. Okay. So, hier. Tschüss. Und zack. Ah, das wird noch nix. Das wird noch nix. Scheiße. Na, den. Muss es werden, muss es werden. Taker. Jetzt sagen ich, nenne ich dich oder nicht. Na, den. Was ist, Thierry? Mit. Witz ist es auch. Oh, awesome, Thierry ist raus. Yeah. So, Undertaker. Die beiden Usos und die beiden Daddies. Oh, Nummer 17. Ein Mensch aus dem Catering-Bereich. Können wir gleich rauswerfen? Er hat ihn nicht zu suchen. Hey, wenn's halt gesagt, du darfst nicht mehr rein. Aber wenn die frisch reinkommen, das ist echt zick. Kriegst du die noch nicht so raus. Wieso, dass du Finch schon? Nee, heil ich auch nicht. Hey, Undertaker. Lass mich im Ruhr. Denk ist total. Titus O'Neill. Oh, der müsste eigentlich jedes Mal mit dem Teil des World Slide reinkommen in Rumble-Matches. Das wäre so lustig. Das ist ja schade. Das hätten sie einfach einbauen müssen. Das hätten sie einfach einbauen müssen. Oh, Eddie ist raus. Zumindest der andere. Okay, Jay ist raus. Ivar! Boah, nicht dein Ernst. Was ist das? So, Signature. Und da haben wir sie. Die... Nein! Tresang, wie man das ausgekontakt hat. Verdammt. Das ist nicht dein Ernst, ey. So, zack. Hey! Taker, was soll'n' das? Verrug, Nummer 20. So, warte, wir hauen die Ahnung, Hacker. Oh! Taker! Er ist einfach zu krass. So, und jetzt aber. Zack! Andertaker ist raus. Taker ist... Oh, Tidus! Tidus noch bei der WWE, ja. Ist er. Oh nein. Oh oh. Oh, Fowl-Way-Slam. Kira Tozawa ist der Nächste. Zack. Auch alles gekontert. Ivar, keine Chance. Schönen Vorarm hier. Okay, Kira Tozawa dreht hier auch gut durch. So, raus. Und tschüss. Tidus und Neil ist eliminiert. Hey. Jay, lass mich nur mal. Oh! Oh, 22 Kevin Nash. Erbauen hier gleich die ganze NWA. N οποia ist die NWA auf. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh! Alter. Nash, Alter, das war nicht dein Ernst hier gerade, was du hier vorhattest. Na, warte. Oh. Jetzt würde ich den mit dem Finisher rausholen. Madrid. Ich. Oh, hoppala. Jerry the King Lawler. Tschüss. Oh, cool. Den konnte er jetzt, den gab es glaube ich vorher nicht. Ich habe gerade oben versucht, Jamesville, Jimmy so rauszuwerfen. Und der hat diesen Knie in den Rücken Konter gemacht. Der ist glaube ich nicht. Oh. Aber Mr. McMahon Nummer 24. Jetzt will er es wissen. Sauer. Ja, Mr. McMahon geht natürlich gleich erstmal auf Mr. Fahle los. Das wüsste ich, weil es irgendwie passt. So. Jay, raus hier mit dir. So, Jimmy. Sorry. Oh, Mustafa, die ist auch raus. Oh nein. Verdammt. Oh, nicht dein Ernst. Keo Tazar hat mich rausgehauen. Okay, die nächste Person spiele ich auch wieder. Oh, Tazawa, der dreht durch. Jetzt geht es hier ab, ey. Jerry Lawler, Kevin Nash, Akira Tazawa und Vince McMahon. Ich finde das Spiel bis jetzt sehr geil. Kein Fiend. Aber Strowman und Dings sind dabei. Es wird alles noch. Es wird doch eh alles noch von Leuten gebastelt. Kein Fiend. Jeder, der nicht dabei ist, wird noch dabei sein. Das ist der Film. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Es gibt so viele, die ich nicht spielen will. So, Eric. Hau den jetzt hier aus. Hau den hier weg. Das wird noch nichts. Komm, hilf doch mal. Oh, Tazawa, Alter. Du kannst dich nicht davon lassen. Warte mal, Tazawa hat mich doch rausgehauen, oder? Oh, Nummer 26. The Rock. Scheiße, hätte ich mir lieber gewartet, ey. The Rock. Hey, Tazawa, Alter. Raus jetzt hier mit dir. So. Tschüss. Mach das hier mit Eric, ey. Double Team, komm. Oh, cool. Habt ihr das gesehen? Bevor der den Double Team Move gemacht hat, hat er so zu dem Partner dann halt quasi so gemacht. So, jo, das zusammenarbeiten. Cool. Arthruf, Nummer 27. The Rock sieht schon krass gut aus, ey. Arthruf finde ich auch nice. Ha. Oh. Au. Oh. Eric ist zu krass. Er ist aber zu krass. So, jetzt hauen wir mal hier The Rock aus. Oder auf mich. Hier zu Dorado und um 28. So, Rocky. Ja, man kann das alte Pin-Mini-Spiel einstellen. Raus jetzt hier. Komm, Vince, du willst du noch auch raus haben. Ah, nein. Hollywood-Halkochen, Nummer 29. Oh. Oh. Ich könnte mich noch rausschmeißen lassen und dann würde ich, könnte ich noch nicht über 30 spielen. Muss ich aber jetzt als erstes, muss ich aber jetzt rausfinden. Ja, okay. Ich glaube, und Togen ist raus. Jawohl. Gut, denn das. Da muss ich mit Eric jetzt holen, denn hilft ja nichts. Entschuldigung, Suplex. Hör er mich raus? Nein, das ist nicht geil. Oh, krass. Ground-and-pound-resoursel gibt's. Nice. So, wer ist die Nummer 30? Karrion-Cross. Na, wenn das mal nicht ordentlich ist. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ein Superkick. Oder auch nicht. Oh, nice. Gekontert. Tja, Jerry Lawler, das ist nicht mehr mir. Ach, Kacke. Hey. Dann sind wir doch auch noch mal, Freund. Was ist das? So, jetzt habe ich den Finisher. Kann ich hier einen rauswerfen. Ich würde einem liebsten Druck, als einfach rausnehmen. Obwohl hier ein Jerry Lawler einfach mal ganz okay wäre. So, wir kommen raus hier. Na gut, dann arbeiten wir halt zusammen. Oh nein. Ah. So, dann halt die Lince Dorado. Und tschüss. So, jetzt wird es hier langsam mal ein bisschen frisch im Ring. So, raus damit. Kevin Ash ist raus. Eric, der macht das. So, warte, ich helfe jetzt Vince. Geht nicht scheinbar, keine Ahnung. Und tschüss. Jerry Lawler ist raus. So, die letzten vier. Einer macht's. Eric. Eric macht's. Rock, Alter, lass mich in Ruhe. Du willst es doch auch. Oh, Pumpheadle. Slam. Shit. So, hier. Zack, Carrying Cross. Scheiße. So. Mann. Ich krieg es nicht hin. Ich krieg den Finisher nicht durch. Oh, cool. Er ist benommen und zieht sich einfach an den Seilen unten raus. Wie gut. Und Superstars zur Seite des Rings, wenn die eine Menge Schaden eingesteckt haben. Nachdem er rollt, können sie den Superstar wählen. Ist früher wieder einsatzbereit. Ach, das ist ja voll gut. Kleinigkeit, aber geil. Gut gemacht. Vince. Was ist das? So willst du es doch nicht. Er fühlt sich den Effekt von dem letzten Hint. So, jetzt. Zack. So, jetzt kann ich Vince rauswerfen. Komm. Raus. Tschüss. Bam. Vince ist raus. Oh. Und Carrying Cross ist raus. Oh, jetzt. The Rock. Oder Eric. Das wird jetzt ein Schlachtfest. Nichts. Zack. Und BAM. Ein Hinterkopf. Jetzt ist er benommen. Schmeiß ihn raus. Mach dich unsterblich. Und das ist es. Jawohl. So macht man das. Guck dir das an. The Rock. Das hast du dir so gedacht. Hast du dir gedacht. Komm mir den einen von den Viking Raiders. Der macht es doch nicht. Und jetzt. Wie sieht es jetzt aus. Zeig auch so gut. Mach es. Zeig auch so gut. Jawohl. Pff. Logo geht die Flammen auf. Okay. Eric kriegt Titelmatch. Wir hatten ja gestern schon Edge in Titelmatch gepackt. Aber Eric kann von mir aus ein Tag Team Titelmatch kriegen. Wollen wir mal gucken mit den Dings wie das geht. Anathaker 2002 sieht eigentlich aus wie der fast. Eigentlich fast wie der jetzige. Was ist denn jetzt wieder? Jetzt ist mein Online-Modus wieder. Ne, da ist es aber wieder. Komisch. Heutiges Match. Was ist das denn? Lobbys? Ach so, ja. Natürlich. Ich kann auch einfach so machen. Ich möchte gerne Community-Inhalte machen. Und mein Bild-Manager verwenden. Keine neuen Bilder, die darauf warten und so hochladen. Verwendet die lokale Dings, blablabla. Jetzt könnt ihr, ihr könnt jetzt über diesen QR-Code Sachen auf meine Dings hochladen. Das ist natürlich auch dumm. Ah, okay. Hier habe ich schon mal die Styled-Sachen, weil ich die ja als Dings hatte. Aber wie mache ich das jetzt? So mache ich das. So war das irgendwie. Hochladen, eigene Bilder. Ihr braucht das übrigens nicht machen. Ich lade die Sachen, die ich kreiere, lade ich auch so generell hoch. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwie versuchen, über den Code die Sachen zu kriegen. Ich lade das auch alles auf meinen Discord und so. Dann könnt ihr das auch reinbasteln. Und ich lade es hier auch in den Community-Gracies hoch. Also ihr braucht jetzt hier euch nicht unbedingt mit meinem Code reinhacken. www.e2k.com So, ich glaube ich mache das wieder über den Upload-Manager hier. Ja. Ne, warte, falsch, falsch, falsch. Warte, ich mache das am besten wieder über den Chrome-Bowser. Priser. Über den Priser. So, Upload. Ja. 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 So, und dann laden wir mal. Ach, guck mal, hier sind noch meine alten Klammern. Meine alte Hose-Design-Dings ist hier noch drin. Aber dann müsste das doch hier schon zu sehen sein, oder nicht? Eingehend. Dualisieren. Na, wir gucken mal. So, ich lade jetzt mal ein Bild vom MgDV-Titel hoch. Ne, vom MgDV-Titel. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo ich die habe. Wahrscheinlich in dem Ordner. MgDV-Titel. Genau, hier. Zack, zack. Title. Genau, hier sind sie. Also, muss ich das hier, das hier. Ah, ich kann nur eine Sache holen. Upload now, ja. So, jetzt müsste ich eigentlich das hier sehen. Ja, oder halt auch einfach nicht, ne? So, wenn ich das hier hochlade. Upload now, ja, okay. So, versuchen wir nochmal. Ja. Ich würde sagen, das läuft schon mal gut. Vor allem, hier steht halt noch 2K20 und 2K19. Was ist, wenn ich diesen Code scanne? Bringt mir das irgendwas? Aber dann bin ich ja am Handy. Das ist halt auch so komisch. Ich will den ja nicht am Handy haben. Au. So, öffnen. Ich kann ja nicht vom Handy mein Kram hochladen. Okay, da komme ich aber auf die gleiche Seite. Ja, da komme ich auf die gleiche Seite. Bringt mir jetzt auch nichts. Hm. Ernsthaft, lohnt sich das Spiel? Ja. Auf jeden Fall. Tägliches Download-Limit gibt's nicht. Also du kannst jeden Tag Sachen hoch und runter laden, wie du willst. Hm. Hat irgendeiner von euch schon rausgefunden, wie ich das mache? Vielleicht ist er es ab morgen freigeschaltet. Ja, aber es hat ja schon jemand neue AJ Styles-Kammer hochgeladen. Also kann es ja nicht erst seit morgen, also ab morgen sein. So, warte mal. Ich gucke nochmal. Hier kann man den dann sehen. Was das für eine Seite ist. Dann gehe ich einfach so in meinen Browser auf die Seite. Ach, natürlich. Da komme ich auf die gleiche Seite. Also ich komme auf die Seite, die ich schon verwendet habe. Vielleicht unter Lokal. Nö. Das sind doch die Sachen, die ich von AJ Styles runtergeladen habe, die ja klappen. Also das funktioniert scheinbar noch nicht. Zumindest nicht bei mir. Oder ich gehe nochmal rein. Ne. Ja, hier sind alle gleich die Creations. Aber es muss ja schon jemand hier was hochladen können. Ach, guck mal. Jetzt wird das wenigstens ja alles angezeigt. Oh, Jeff Hardy hier ohne Facepaint. Yush Rai, Key3. Okay, also ein paar Sachen sind da schon mal. Meiste Downloads. Gucken wir mal. Many Rose NXT. Ach, stimmt. Die hat ja auch neue Haarfarbe und sowas. Okay, das können wir uns gleich mal runterladen. Das ist schon okay. So, warum Scarlett jetzt unbedingt neue Klamotten hat, weiß ich auch nicht so richtig. Verstehe ich zumindest nicht. Oder warum ist die hier nochmal separat hochgeladen? T-Bar Unmask finde ich schon wieder gut. Das wird schon passen. Maze Unmask ist auch okay. So, Rawlins vom Rumble. Sehr geil. Alexa Playhouse. Okay. Ja, mit den Bildern, das haut man nicht so ganz hin. Ah, okay. Hier sind jetzt die Dings. Das ist schon mal nice. Okay. Und dann geht das wahrscheinlich wieder so wie immer. Das heißt, wenn ihr neue Klamotten haben wollt, übrigens. Ja, jetzt seht ihr hier den, wie kann man sich neue Klamotten für Superstars in sein Spiel bauen. Ihr ladet die aus den Community-Inheiten runter. Dann geht ihr hier auf erstellten Superstar bearbeiten. Dann geht ihr auf die Klamotten, die ihr runtergeladen habt. Sagen wir mal, die von AJ Styles. So. Und dann geht ihr auf persönliche Informationen. Und hier als alternative Kleidung nutzen. Dann macht ihr einfach ein Ja draus. Und das war's schon. Könnt ihr speichern. Jo, läuft. Und dann haben wir das. Und wenn ihr jetzt auf AJ Styles geht, dann könnt ihr diese Klamotten als alternative Klamotten nutzen. Und wenn ihr in den, äh, also bei den Extras da ganz im letzten Menü auf Superstars geht, könnt ihr auf AJ Styles klicken und diese Klamotten als Standardklamotten auswählen. Das heißt, wenn ihr einfach random irgendwie Leute pickt, dann wird automatisch diese neue Kleidung ausgewählt. Also auch easy. Gerade wenn es so heißt, öh, die Klamotten sind aber alt von dem. Das ist eine Sache, die wird easy von jedem Creator gefixt. So, da braucht man sich gar keinen Kopf machen. Also, wie gesagt, in dem Spiel ist die alte Version von Mandy Rose. Ja, hier bitte schön, nicht mehr. Und dann gleiches System. Persönliche, oh fuck. Zurück. Persönliche Informationen. Alternative Kleidung. Yes, hätten wir gerne. Jo, okay, Feuer frei. Läuft. Easy. Wo meinst du bei Extras? Was, das zeige ich gleich. Und so könnt ihr halt eure gesamten Superstars im Spiel immer aktuell halten. Und das ist halt übelst easy. Bio Dalme. Danke für den 37 Monate Reset. Die können wir unten nehmen, wieder einen Korbplatz weg. Ja, nehmen sie. Aber, ähm, ich sag mal, du brauchst ja jetzt nicht für jeden Charakter immer die neuesten Klamotten. So, das ist ja dann auch, wenn du dann, wenn der denn morgen wieder andere Klamotten hat, dann kannst du ja die alten wieder löschen. So, eigentlich geht das. Also klar, man muss schon immer mal so ein bisschen gucken, aber. So, jetzt haben wir hier Maze und T-Bar, kann man auch bearbeiten. So, zack, zack. Ja, 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 easy. Ja, ist schon noch nicht schlecht. Aber warum die Community Uploads noch nicht funktionieren, weiß ich auch nicht. Ab Freitag überall zu kaufen? Ja. Alle Features auch für die PS4. Das, was ich gerade gezeigt habe, das ist schon seit Jahren drin. Das ist wirklich schon seit Jahren drin. Aber das hat wahrscheinlich keiner so richtig hingekriegt. PS4-Version hole oder auf die 5-Warte. Ja, wenn du die PS5 hast, die Konsole, dann wäre es schon besser, wenn du dir auch die PS5-Version holst. Da hast du mehr von. Ja genau, ab Mitternacht kann man das spielen. So, hier haben wir den Rest. So, auch wieder. Zack, ja, nutzen. Easy peasy. Ja, okay. Das war's. Wir spielen gleich mal eine Runde GM-Modus. Wir fangen mal den GM-Modus auch an. Wir machen heute alles. Heute wird alles gemacht. Alles, was irgendwie geht. Den Universe-Modus hätte ich jetzt gerne schon mit meinem gestartet. So, weil ich habe ja immer meinen eigenen Universe-Modus. Mit MGTV. Und wir machen da richtig kranke Scheiße jetzt mal. Wir haben da unsere eigenen Titel und so. Aber der Titel-Upload-Kram funktioniert noch nicht. Das ist halt schade. Ich kann nochmal fragen. Okay, klappt jetzt. Und jetzt könnt ihr hier bei Optionen, geht ihr auf Roster, auf Superstars bearbeiten. Und dann geht ihr auf HSI zum Beispiel. Und hier steht originale Kleidung. Und da könnt ihr dann die eben als Alternativkleidung eingestellte Dings auswählen. Und dann hat ihr die Kleidung. Schade, dass das Bild dann dadurch anders wird. Aber wenn ihr das gemacht habt, dann wählt ihr automatisch immer diese Klamotten aus. Und das ist der Trick dabei. Dann geht ihr hier auf Mandy. Mandy, Mandy. Obwohl man, glaube ich, das Bild auch irgendwie noch separat in den Dings noch einbauen kann. Mandy Rose. Genau, hier NXT Women's Champion, aber mit den anderen Klamotten. Also nehmen wir die hier. Oh, da gab es noch zwei. Ah, okay. Was ist denn da? Unterschied. Ah, also, okay. So. Zack. Yo, nehmen wir. Easy. Und schon haben wir es. So, wen haben wir noch? Ähm... Mace. Mace. Den. So. Zack. Was hat der noch? Hä, was ist denn da der Unterschied? Weiß ich nicht. T-Bar. So. Auch hier. Zack. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Aber da ist zum Beispiel auch, wenn das hier zwei unterschiedliche sind, die aber keinen anderen Dings haben, keinen anderen Nutzen, könnt ihr auch in den Reihen gehen und eine davon löschen. Dann habt ihr auch wieder ein bisschen mehr Speicher. Gut. So läuft das. So, jetzt gucken wir nochmal hier alles durch. NXT Champion ist Bronson Reed. Bronson heißt da nicht. Bronson, 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 Bronson. Cruiserweight Champion gibt es doch gar nicht mehr, oder? Also Champion raus. So, dann North American Champion ist auch nicht drin. Kannst eigentlich alles strippen, die ganzen Sachen. Alle wegnehmen. NXT Women's Champions. Wer hat denn aktuellen Women's Titel bei NXT? Vergesse ich jedes Mal. Da sieht man, wie bedeutungslos das Ding ist. Ich habe keine Ahnung. Aber der Rest passt doch, oder? GG und... Ach, stimmt. Mal wie gut der US-Titel da aussieht. Und das stimmt doch auch nicht mehr. Wer hat den Frauen-Tagteam-Titel bei der WWE? Celina Vega und... Und so, oder? Celina Vega ist gar nicht im Spiel. Carmella und Celina Vega. Hat irgendwie bei Mini Money den Bankkaufer schon automatisch? Nee. Na gut. Dann läuft das. Jetzt könnte man ja mal gucken, ob schon jemand was für ein NXT gebaut hat. Ich suche jetzt einfach mal nach Superstars aus NXT. Die Suche müsste ja gehen. Das Problem ist ja, dass das nicht angezeigt wird. So, dann schrauben wir mal rein. NXT. So. Okay, Klamotten. Scarlet. Mandy Rose. Okay. Für wen auch immer diese Klamotten sind. Für ihr Shirai. Und das für... Für Keith Lee. Aber wie gesagt, Keith Lee eine andere... Achso, okay. Na gut. Und baust du die Unlimited Superstars? Wenn es geht. Zeig mal bitte Batista. Stimmt. Batista würde ich mal auch mal gucken. Oder muss ich... Ich glaube, ich muss Batista erst freischalten im Ray Mysterio Showcase Modus. So. My Gym. Oder was? Oh, guck mal hier. Speicherplätze ohne Ende. So. So. You want to be a general manager for the greatest sports entertainment company in the world. I've been in this industry my whole life. Seen many come and go. And now here you are taking your first step into the mix. Tell me, what are you looking for? Fame? Glory? Prestige? What kind of a general manager will you become? Have you thought about that? Will you be a fair and balanced overseer? Or maybe you'll rule your roster with an iron fist. Either way, one thing you need to do is make impact. I didn't start my career in the WWE as a general manager like you are about to. I had to earn my spot through years and years of dedication to this business. But you, you still have so much to prove. You would not have been given this opportunity if we didn't see your potential. You must understand. 200 plus days a year we're on the road to entertain the WWE Universe. Tonight I give you the gift of Jera. Oh, fett Maul. Danke für deine zwei Diffed Subs. Oh, zwei Leute, glücklich gemacht. Großartig. Na, drei mit mir natürlich. Dankeschön. Voll ganz. Man, bei diesem Teil wieder Punkte zum Wrestler freischalten braucht, wenn ich das erste Mal nicht die... Ja, ja, brauchst du. Aber, du kannst ja auch diese komischen Dings runterladen, diesen Beschleuniger, dann kriegst du alles gleich. Okay, danke für deine 13 Monate Stufe 3 Sub, Alter. Wie geil bist du denn? Vielen, vielen Dank. Und Borussia 56 Monate Stufe 3 Sub, richtig nice. Geil, ey, Dankeschön. Okay, ich würde sagen, aus gegebenen Anlass würde ich mal spontan sagen, oder? Wir haben natürlich William Regal, ganz klar. Die erste Legende, die diese diese Woche verpflichtet, ist kostenlos. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ebenso wie GMs haben auch Brands Zugriff auf exklusive Match-Karten. Wir nehmen die Kombination von beiden aus. Brand bringe ich ganz nach oben. Kämpfer der Champion, Internation... Oh, guck mal, TakeOver. Äh, NXT kann man, UK kann man nehmen. Die Geburt der Legenden. Das bedeutet Krieg. Kämpfer der Champion. Hm, ich wäre ja fast geneigt, lieber NXT UK zu nehmen. Aber wir nehmen SmackDown. Ähm, die Blimmdauer von 6 zufälligen Superstars zu nehmen. Nostar steigt um 6. Okay, cool. Gegnertyp. KI. Ja. Gegner GM. Ach, mein Gegner nimmt NXT UK? Auch lustig. Warum kann man denn nicht Shawn Michaels als Dings auswählen? Na, mach's doch nicht, der will. Hau die weg da. Achso, nee, hier kann ich's ändern. Ja, dann machen wir das so. KI-Schwierigkeit. Für den KI-Gegner eigentlich höherer Schwierigkeitsgrad ist das so intelligenter AG die KI. Na, weiß ich ja nicht. So, dauern? Lange, oder? 50 Wochen? Passt schon. Welche Superstars für das Drafting verfügbar sind? Mit angepasst kannst du deinen eigenen Pool... Nee, kommen alle. Draft-Einstellung manuell. Genau. Na, dann los. Jede GM beginnt mit einem Budget von 2,75 Millionen Dollar. GMs draften abwechselnden Beginn mit Spieler 1. Es gibt 8 Draftrunden nach der... Okay. Wenn du eine Option durchgehst, beziehe die Rolle und die Klasse deines Superstars in den Überlegungen mit ein. Ein Superstar kann sowohl ein Held als auch ein Fiesling sein. Na, das ist mir klar. Wertung Matches noch besser, solltest du außerdem verschiedene Klassen gegeneinander stellen lassen. Riesen gegen Cruiser, Bruiser gegen Kämpfer, Spezialist gegen jede andere Klasse. Hä, das ist ja... Hä, das ist ja... Na gut. Hier ausstopfen, okay. Starpower auch okay, dafür sorge ich, aber... Während einer Saison kannst du Populität von dem... Nach dem Matches-Boot für den Durchschluss. Okay. Auch Superstars werden irgendwann müde, weil sie sich alle noch ausdauernden Augen... Na gut. Dann herzlich willkommen zum Draft, meine Freunde. John Cena, Becky Lynch, Drew McIntyre, Roman Reigns. Also, mein First Pick ist natürlich, ganz klar, Finn Balor. Ganz klar. Hat er gedraftet, du bist da auf verschiedene Typen in einem Blick. Mit Fehlern. So, Raw nimmt Becky Lynch. Du wirst nicht ganz dicht an deinem Kopf drin. So, Nummer 2 in meinem Draft. Warte, wie kann ich die Liste noch... Ah, hier kann ich sortieren. Nummer 2 in meinem Draft ist natürlich... Guck mal, ich kann überhaupt nicht jeden draften. Ähm... Ah, gesehen, wäre natürlich auch lustig. Ich kann gar nicht jeden draften, weil hier gar nicht jeder drin ist. Draft ist sortieren... Ach, was sortiere ich denn jetzt? Achso, nach... Achso, nach Axel nehmen. Axel, du bist doch ein Beuger. So, Nummer 2 ist natürlich... ...ganz klar... ...bauen die krassesten Brand überhaupt auf. Krassesten Wrestling-Brand. Verliert wahrscheinlich. Scheiße, geht das nicht? Wo ist denn Ricochet? Was ist denn das für eine Schiebung hier? Das kann ich Ricochet nicht nehmen. Empfehlungen vor allem. Guck mal unten zu den Empfehlungen. Meine Empfehlung ist Angelo Dawkins. 1,2. Ja, ja. Beste Empfehlung ever, würde ich sagen. Wie viel Bad ist man mir jetzt hier? Was ist denn da los? Na gut, also, dann entscheiden wir uns für den Rated-R-Superstar. Oh, Ronald John Cena. Hm. Okay. Macht wirklich ein Wrestling-Brand aus. Aber es ist komisch, dass gar nicht alle verfügbar sind. Ich glaube, ein bisschen mehr ist... Ach, komm mal, komm mal. Randy Orton? Mit Orton kann man, glaube ich, immer viel anfangen. Also. Roderick Strong nimmt er? Warum? Ist ja komisch. Ähm. Okay. Weiter geht's. Ähm. Was habe ich denn jetzt für Leute eigentlich? Bei Titus O'Neil wird mir gerade vorgeschlagen. Was ist denn das für Quatsch? Aber wenn ich jetzt schon mal auf die Dings sehe, dann bin ich sogar auch bereit dafür. Dolph Ziggler. Ich will jetzt ja noch keine Frau im Blossom. So. Ähm. Big E, Bianca, Roman Reigns. Das Problem ist halt, wenn ich... Ich weiß ja nicht, wie viele Runden hier getraftet wird. Achso, neun. Glaub ich. Ähm. Weil wenn ich halt nur zwei Frauen habe, dann würde ich die ja die ganze Zeit gegeneinander sitzen. Das ist ja auch scheiße. Und wenn ich so viel habe, dann habe ich auch nicht viel Abwechslung. Ach komm, wir nehmen Ray Mysterio. Ray Mysterio! Smackdown pick in the ultimate underdog. This guy might just soar over all the GM's picks so far. Wie ist die Rollscombe? Mace T-Bar, Andrew Dawkins, Braun Strowman. Hm. Wann nehmen richtig? Lies! Sehr weird. Timothy Thatcher ist im Spiel. Wie geil. Hm. Samy Zane. Samy Zane! Guck mal, wie viele Legenden kosten. Aber wo sehe ich denn, wie viele Legenden kosten? Fehlen? Ja. Okay, empfiehlt mir jetzt auch Keith Lee zum Beispiel. Ich bin ja welche eigentlich auch dabei. Nach dem Draft? Okay. Na dann! Keith Lee! Kushida! Optionales Drafting. Gute Wahl bis jetzt. Jetzt kommen die optionalen Runden. Wenn du Geld sparen möchtest, kannst du deinen Draften auch abschließen. Für Geld kannst du spezielle Matchstücke, bessere Show, Logistik buchen, Matchkarten kaufen, Free Agents anhören und mehr. Dann hast du die Wahl, kannst du nur weniger Draften und noch Geld hast. Ich habe ja noch eigentlich ein bisschen Geld. Also ich könnte die jetzt schon noch weiter Draften eigentlich. Nakamura, Riddle. Guck mal. Haha. Lustig. Ähm, Austin Theory, Keine O'Reilly. Ach komm, Axel, wir wollen uns kennen. EI war ein Ding, ja. Ich glaube, ich will den Zergin in den Dänen haben. Keine O'Reilly. Kannst du schon mitgehabern? Kommt. Ich glaube, Mustafa Ali muss rein. Ja, gute Wahl. Brauche ich noch weiter Geld? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, jetzt würde ich es fast erstmal lassen. Obwohl, ne, Riddle muss man noch mitnehmen. Riddle geht schon klar. Aber der hält auch weiter mit, mit Leuten hier. So, ich glaube, jetzt habe ich keine Kohle mehr, oder? Ich glaube, jetzt reicht es erstmal. Ja, was für Angel Garza noch. Oder Thatcher. Thatcher ist halt auch nicht schlecht. Ja, Marcel. Fabian. Aber wenn es eh keinen Tag Team Titel gibt, dann ist es auch scheißgeil. Gretsporn, okay. Ja, wir lassen es so. Ich bin zufrieden. Draft beenden. Ja. Gucke mal. Top Roster. Oder? Das ist gut. Ich finde, ich bin zufrieden. Dann haben wir noch Juno Mahal. Und Kylo Reilly. Und der Vary. Wie geht's mit dem los? Na ja, mach doch deinen Scheiß. Viel Spaß damit. San Francisco. San Francisco. Erste Woche. Ungelesene Nachrichten und Gespräche. Zu Beginn jeder Woche arbeitest du dich durch deine ungelesenen Nachrichten. Hey, ist es soweit? Deine Premiere-Show. Wie setzen große Hoffnungen dich? Dafür wurde ich geboren. Ich werde dich nicht enttäuschen. Gut, wir haben dir 50.000 in die Kriegskasse gelegt. Damit dein Debüt auch sicher ein großer Erfolg wird. Mach eine fantastische Show draus. Na aber. Ersten Champion zu küren. Sollte ich in der Fall wohl überlegt sein. Titelkämpfe höhere Matchbewertung haben. Ich küre den? Ich entscheide, wer den Titel kriegt? Was ist das für eine Scheiße? Der wird ausgefochten. Na gut. Natürlich. Wer wird erster Champion bei uns? Wer macht's? Natürlich. Randy Orton. Randy Orton. Guter Champion. Solide Basis. Kannst du nicht sagen. Nehmen wir. So. Willkommen im JMRP. Sie haben nicht die Infos. Dann sagen wir wie viele Fans. Dann haben wir ein Budget. Okay. Da wir gerade beim Thema Buchen sind im Ersten. Weil da finden Sie jetzt auch noch die Bestandteile. Okay. Deine Show buchen. Du kannst zwei Promos mit in die Show packen. Okay. So. Also wie ihr seht. Gibt's wirklich nur ein Titel. Auftakt. So. Dann machen wir erstmal für die Beginn-Show. Setzen wir erstmal schön Wolf gegen Riddle. Damit können wir erstmal arbeiten. Match-Typ erstmal ganz solide. Ganz einfach. Eingriff passt schon. So. Das machen wir erstmal. So. Eine Promo. Eine Promo würde ich sagen von unserem Champion. Damit können wir doch gleich mal loslegen. Ja. Der W2-5. Nur dafür, dass er labert. So. Midcard. Midcard machen wir. Ne. Wir machen keine dummen generischen Taggy-Matches. Midcard machen wir Dorf Ziggler gegen John Morrison. So. Das wird was. Noch eine Promo. Brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir keine zwei Promos bei so ein paar Matches. Und im Main Event stehen dann Edge gegen Rey Mysterio. So. Wer das mal nicht schwirrt, dann weiß ich auch nicht. So. Show Logistik. High School Turnhalle. Okay. Verfügbar Abwoche sowieso. Okay. Dann muss ich da noch warten, bis ich das alles kriege. Flyer Werbung. Auch schön. Bluster verwalten. Free Agents unter Vertrag nehmen. Legenden unter Vertrag nehmen. Kann ich jetzt bei Free Agents andere Leute wählen? Who the hell? What the? Oh, Murphy. Yo, nehm ich. Komm her damit. Den brauchen wir. Guck mal, hier sind ganz andere Leute drin. Hier ist Apollo Crews und Santos Escobar. Kevin Owens noch. Ja. Ist auch dumm, dass ich den jetzt unter Vertrag nehme, obwohl ich die Show schon gebucht habe. Legenden unter Vertrag nehmen. Ist nicht meine erste Legende kostenlos? Hieß es nicht so? Ich glaube, ja. Okay, wir machen aber noch. Das machen wir nächste Woche. So, Matcharten. Okay, Reha 1, Physiotherapie vor dem Match. Match absprechen? Was soll das denn bitte sein? Garantiert, dass der gewählte Superstar sein Match in dieser Woche gewinnt. Ach, was? Das, das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das für eine Scheiße? Die erste Legende, diese Woche verliegt es kostenlos. Ja. Nee. Bewertung. So, wir haben noch keine Daten. Okay. Protokoll. Ja. Okay. Trash wartet ab, wie die Show verläuft. Na dann, würde ich sagen, so machen wir es. Buchung läuft. Hau raus, die Show. Are you ready? So, wir kommen zur ersten Show. Jo, passt. Okay. Simulieren, Zuschauer, Match spielen. Wir simulieren, oder? Ja. Axel, Junge. Gut gemacht. Ein enttäuschendes Match. Den rufe ich gleich an. Was soll denn die Scheiße? Ja. Der kriegt eine. So, in Ordnung. Gute Promo gemacht. Sehr gut. Klassische Legend-Killer Promo. So, dann simulieren. Na, Jomo macht das Ding. Guter Mann. Langweiliges Match. Was ist denn mit den Jungs los? Kann doch nicht sein. So, jetzt aber Spezialist und Cruiser. So, gib's mir. Axel, gut. Langweilig auch. Was ist das für eine Scheiße? Boah, was hast du für... Also, wenn das jetzt... Also, nicht so ungut, ja? Ich will jetzt hier nicht böse werden. Aber wenn die Card, ja? Bessere Zuschauer zieht als meine eben. Dann raste ich aus. 1, 2, 3... Tamina gegen Ember Moon. Äh, wirklich. Sorry, aber... Och, das ist ein okayes Match. Na klar. Dexter Loomis, Roderick Strong. Das... Das könnte so was werden. Auch enttäuschend. So, was machen die hier? Asuka und Mandy Rose. Main Event. Na klar, mittelmäßiges Match, man kennt's. Lach, laber nicht. Das ist doch jetzt schon Beschiss. Wähler ein beliebtes Match aus. So, mehr Infos, dann unter... Ey, das ist doch ein Fall. Also. Matchbericht. heutigen Matchkämpfer Superstars mit wachsender Fanbase. Die Wrestling-Klassen der Superstars in dem Kampf passten gut zusammen, aber das Match litt unter schwacher Leistung unter den Beteiligten. Was soll denn das? Muss auch auf hier im Face achten. Hab ich doch hier. Und hier auch. Und hier auch. Glaub ich. Also wirklich. So wird das nischt. Äh, viele Fans sind dann zu... Gewinnen. Okay. Aber die Fans bleiben nicht. Okay, du kannst ansehen, wie viele Fans im Vergleich bin, welche du dazu oder verloren hast. Oh, ich hab ein paar Fans dazu gewonnen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Geld du verdient hast. Naja, guck mal, Kohle kam auch rein. Ich bin zufrieden mit meiner Sache hier. Was zur Hölle war das bei Smackdown? Für ein totaler Mist heute. Ja, klassische Twitter-Hater hier. Man kennt's. So. Okay. Alle twittern also. Scheiß. Gut. Passt. Also, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meiner Show. Ja, Raw war vielleicht ein bisschen besser, aber... Quatsch. Was ist? Quatsch. Ich glaub, du sollst sie selber spielen. Ich selbst spiele, werden die Matches auf jeden Fall immer 5 Sterne, oder? Hm. Das ist doch beschissen. Portland, Oregon. So, jetzt geht's weiter, ja. Moral. Einfach super starkes beeinflussen. Du wirst vermutlich gerade begeistert sein, aber weder Zayn noch Riddle noch Edge könnten diese Woche an der Show teilnehmen. Tut mir leid. Warum? Wieso denn? Sie schwarzen? Sie haben ja gesagt, es ist nicht schlimm, dass du Quoten nicht ganz vorn bist. Viel zu lernen, du musst. Na, dankeschön. Ich sollte die Nummer 1 sein. Du wirst schon bei Top-Quoten einfahren, konzentrier dich mehr darauf, dass gute Matches in deinen Notfett-Tutorials nochmal durch. Ja, klar. Denk dran, dass ich die Brinks will. Ey, wirklich. Deine Fans wollen natürlich großartige Matches sehen, aber sie wollen auch eine Art mit einer Show mit viel Abwechslung bei denen kämpfen. Ach komm. Bei mir gibt's nur gutes Wrestling. Ein Tag-Team-Match einbauen hatten die anderen noch auch nicht. Hör zu, nach dieser Niederlage muss ich Morrison sein arrogantes Grinsen austreiben. Ich will ein Rückmatch in den nächsten 2 Wochen. Das ist doch gar kein Problem, Herr Zegler. Das machen wir doch. So, also, Herr Zegler möchte gerne ein Rückmatch haben. Guck mal, da ist Murphy. Gut. So, Zegler und Dings. Und da die ja jetzt schon hier sich ein bisschen kloppen wollen, machen wir gleich mal ein Tables-Match draus. Einfach, weil man's kann. So. Promo. Promo-Eigenwerbung von unserem neuesten Superstar, Buddy Matthews. So. Möchtet ihr gleich eine Herausforderung stellen? Natürlich möchte er das. Und zwar gegen... Wer hat letzte Woche gewonnen? Wolf, ne? Gegen Axel. So, das ist doch jetzt schon mal eine leckere Nummer. Sorry, aber das ist jetzt schon geil, was ich hier mache. So. Dann... haben wir... ich weiß nicht was los ist aber das müssen gefunden ist durch die gegend schießt so noch mal eine kleine promo hier von rei entschuldigt sich weil er letzte woche verloren hat so und dann haben wir ein main event ein tag die match haben wir überhaupt nicht mehr wenn sich so richtig auszuverwalten wir können hier wieder was machen größer arena klingt gut nichts neues bisschen mehr peng peng und alles zu wem wollen wir hier noch unter vertrag nehmen ich würde sagen kevin owens der muss bei der ist bei uns also bei uns ist der hat also der muss da muss zu uns ganz klar na kevin owens so natürlich auch lecker so und jetzt hat man schon die genden unter vertrag nehmen oh the nature boy ich würde sagen stone cold sea war sind obwohl ich glaube ich muss das mit den dings erst freischalten hier bestätigen legenden flüsterer angewendet jetzt müsste eigentlich meine legende kostenlos sein oh nice stone cold für ein schnapper preis von nichts für feuchten händedruck kommt er vorbei das ist eine gute sache so und dann können wir doch gleich mal hier wenn der jetzt sagt dass das ein scheiß match ist ja dann möchte ich mal bitte seine wrestlemania card sehen so oder das sieht gut aus kevin owens gegen stone cold sea warstern einfach mal so weil man es kann das ist doch wieder eine absolut großartige karte oder nicht sorry aber da kommt da kommen die anderen nicht die kommen kommen einfach nicht an so nehme ich hey wehe jetzt mache mich nicht schwach ja so segler und morrison zweites match der beiden tables ah segler da hat aber eine revanche enttäuschend in dem tables match kann das enttäuschend sein so kommen was machen die hier gute promo gemacht sehr gut so bala und ali da macht das ding klar was ist denn da los großartig fucking großartig martin kann smackdown übernehmen in real life ja würde ich auch sagen jetzt schon besser als alles was wir je gesehen haben so gute promo von ray und jetzt hier haut aber was raus das wäre jetzt auch krass gewesen natürlich nur ein mittelmäßiges match ist doch ganz klar das buchte ja keiner keiner mit die hunden würde sowas buchten so was machen die dexter lumens gegen elias viel vergnügen so was feuern die raus na klar Mandy Rose in der promo das wird doch nichts Och! Schönen Sex-Hells da haben wir es wieder ne? Och Kushida und Kyle Riley in Tag Team mit Kevin Nash und Jinder Mahal die machen auch kranken Scheiß das geht ja fast sogar Okay Becky Lynch hat auch ne Promo die machen hier die typischen Sex-Hells-Effekte deswegen gucken die Leute einfach Frauen in Promos stecken bis sie mit den Arsch wackeln und schon kommen die Zuschauer oder was Äh, richtige Scheiße hier Raul gegen Eivor Junge Das ist doch mal ein Match Raul Mendoza gewinnt Ja, einpacken können sie da Mussten wir hier gegen den Face machen Naja Also, ich weiß ja nun nicht Ich weiß ja nicht Guck mal wieder gut Zuschauer dazu gekriegt Kohle dazu verdient Was willst du mehr? Hätte nie gedacht Songcode wieder im Ring zu sehen Smackdown hat es noch drauf Siehste Hat jemand getwittert Mann, Smackdown Show war echt Mist Was? Blocken So, was haben wir sonst noch? Ich kämpfe jederzeit gegen dich Murphy Hat Alexander Hof getwittert Na dann, machen wir das doch Äh Komisch und erfolgreicher für die Sonderangebot Okay Wie ist das Spiel bisher? Ich find's cool Ich find auch das hier eigentlich ganz lustig Auch wenn's halt ein bisschen komisch ist Aber Irgendwie hat's was Guck mal, ich hab mehr Geld gemacht als die Ja Schlecht jeder auf Das ist halt einfach so So Was die Finanzen und Einnahmen nach einer Show überprüft So bekommst du eine gute Vorstellung davon Was du brauchst, um Gewinn zu maximieren und Verluste einzudämmen Natürlich hab ich darauf geachtet Was glaubst du denn? Zu wissen wollten die sicher gehen Äh Deren Kampf Stile gut zueinander passen Bela gegen Ali War das eher nicht der Fall Ach komm Hm Erzähl doch keinen Quatsch Riesengut zu Cruiserweights passen Ja, ja, ja Sehr klar Danke für den Rückkampf gegen John Dolph, mein Freund Gerne Hab ich gerne gemacht Sag doch, dass ich dieses Mal gewinne Ja? Hast du gut gemacht Bela hat mich betrogen Ich will in den Rückkampf in den nächsten zwei Wochen Mustafa Ali gegen Bela Hat Triple H eben gesagt, das war scheiße Und jetzt sagst du mir, du willst nur einen Rückkampf haben Was mach ich denn jetzt? Das geht nicht Aber klar, dass du auf der Seite von Finn Bela stehen Ich werd's mir merken Dann geh doch ins Catering zurück, Mann Haha So, für diese Frechheit Und Mustafa Ali diese Woche schon mal nicht eingesetzt Also Ich glaub's wohl Hashtag Free Ali Ja, so punkt sich das zusammen hier Also erstmal Ganz klar Main Event hat sich ja jetzt letzte Woche aufgebaut Brauchen wir nicht drüber reden Murphy gegen Axel Ganz klare Nummer So, Auftakt Joe Machen wir Bela Machen wir mal ein Tag Team Match hier, komm Bela Ne, machen wir doch Bela und Ali Komm, wir sind ja mal nicht so Der wundert sich zwar auf, wenn ich ihm sage Ne, ne, ihr solltet nicht nochmal gegeneinander catchen Und das dann doch machen Ach, weil die beide Heel sind Deswegen ist das scheiße Ja, dann setz ich's halt zusammen Dann haben sie Pech So Ihr vertragt euch nicht? Na dann, schaut mal wie jetzt zusammen klarkommt Gegen Ray und gegen Kevin Owens Na Das ist doch was Nicht erreichen des Commissioners Ziels Wieso, wie hätte ich das machen sollen? Kli Nee Ray und Riddle Ach, wir haben doch was, warum? Nee, aber wieso ist denn Randy O'Neill? Kann ich den turnen lassen? Ähm So Promo-Eigenwerbung Ausrichtungswechsel Guck mal Randy Orton wird erstmal Face Oder? Damit ich dem Ach, der hat ja noch den Titel Ja, der muss ja mit dem Titel loswerden Das ist scheiße Okay, wen kann ich denn nicht gebrauchen? Ich mache Edge zu Neil Das ist gut So Und dann haben wir noch Oh, der muss weiter eingesetzt werden Schon wieder die beiden? Was ist denn das Commissioners Ziel? Warum steht denn das denn die ganze Zeit? Was habe ich jetzt erreicht? Oh, cool Capital Wrestling Center Und hier kriege ich jetzt jedes Oh, Tyler Breeze Ja, komm ran hier Na, aber klar doch Tyler Breeze muss auf jeden Fall ja So, dann kriegt Tyler Breeze erstmal eine schöne Promo So läuft doch das Wellness Wellness Schicke den gesamten Super den gewählten Superstar in eine Top-Wellness-Einrichtung für weitere 12 Ausdauerpunkte Reha Superstar Training Sonderangebot Und dafür sorgt das denn Dass du in dieser Woche den Großteil deiner Fans beibehältst Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? So Ja, ja Wir kriegen das noch hin Ganz entspannt So Ist auch wieder eine überragende Karte Was sollt ihr mir erzählen? Diese Woche dein Budget überzogen Passe dein Booking an Ach, Scheiße Oh, Kacke Tatsache Hey, wie habe ich das gemacht? Dann hängt diese Scheiße hier weg Dann geht mal hier wieder Machen wir so Hä, wie kann ich denn jetzt 12.000 Was habe ich denn gemacht? Ich habe Tyler Breeze unter Vertrag genommen Das war wahrscheinlich Brillez war zu teuer Hm Ja gut, aber was soll ich denn jetzt machen? Jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen Ich muss die beiden Promos rausschmeißen Dann komme ich auf Kosten Null Kann ich es nicht trotzdem machen? Buchung bestätigen Achso, ich bin schon aus den roten Zahlen raus Ach so, alles gut Dann los So, Kinder Also, Tactic Match Mustafa und Finn Balor Ihr müsst euch immer noch mal vertragen Riddle und Ray Gib mir was, komm Ja, okay Oh, Mann Ein ganz anständiges Match So Edge, tu was Oh, Edge ist hier geturnt So, hier auch noch mal 1 2 3 Oh, Star Gold gewinnt schon wieder Also das geht natürlich jetzt auch nicht So, Tyler Breeze sag was Schönes Romo fällt sehr gut Romo fällt sehr gut So, Main Event 1 2 3 Oh, Murphy Nice Okay, Mäzie, das Mäsch wie? Nie Das Mäsch wäre krank Und die machen hier nur so eine Scheiße Und ich Oh, das Guck mal, der hat schon wieder ein Mäsch Ach komm, Löhlerhof 1 2 3 Zina macht eine Promo, toll 1 2 3 Jinder, okay Denn nur weil die Frauen eine Promo geben, kriegen die gleich immer ein paar Zuschauer dazu 1 2 3 Raoul, Alter, das wird bei denen der Topstar Ich merke das schon So Naja Ich weiß ja nicht Das war doch wieder in Ordnung, oder nicht? Guck mal, gut Kohle gemacht Fans dazu gekriegt Ich fand mich gut Was? Wieso sind die denn immer noch Platz 1? Aber so viel fehlt da nicht Hol die Neule für Promo Große Pay-Way steht in kurz an Pay-Way-Wochen sind die perfekte Gelegenheit um große Rivalitäten zum Abschluss zu bringen Einige der Macht-Match-Karten Machtkarten Einzusetzen Ich habe schon eine Match-Karte im Kopf Zuge, dass du dafür planst Lass Rivalitäten auf Flammen Ich habe eine kostenlose Arena-Match-Karte für dich Oh, cool Austin gegen Owens Es ist okay Zwei Regelbrecher oder zwei Publikumsliebungen gegeneinander antreten zu lassen Na, das beste Publikumsorientation immer für einen aus Regelbrecher und Fan-Liebling Na gut, wenn du das sagst Ab und zu musst du Matches ansehen wie Formel abweichen Aber denk dran, dass es die Formel aus gutem Grund gibt Ja, Mensch ist ja gut Hey Boss, Edge und ich haben in letzter Zeit viel geredet und er hatte eine tolle Idee, dass wir zusammen ein Tactic machen sollen Ich glaube wir wären ein spitzes Team Ja Würde ich auch sagen Morrison und Edge, warum nicht? Kaufe ich Ups, achso Ja klar Sind wir doch dabei Hey, Ray hat mich betrogen Ich will einen Rückkampf für den nächsten zwei Wochen Ray hat dich betrogen? Was hat er denn gemacht? Na gut, fang hier aus Da gibst du den Leuten was sie wollen Und äh Die Ratings sind scheiße So, dann machen wir Ray Mysterio Wieso denn gegen Edge? Gegen Finn Balor So, Main Event Dann hatten wir gerade Edge Und John Morrison Im Team Gegen Owens Und Stone Cold Einfach weil sie langsam merken Dass sie sich eigentlich doch lieb haben So Und dennoch schön Randy Orton wurde bisher noch nie eingesetzt Auch schön Dann machen wir mal hier Randy Orton gegen 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 Murphy Weil er letzte Woche Axel besiegt hat So Und dann darf Axel noch Werbung Axel darf noch Werbung machen für Ach ne, das ist ja Nihil Warum sollte ich Nihil Werbung machen? Mit extra Geld ein Allerdings mit dem Risiko Dass die populärte Superstars singen Schlechte Vorstellung Leidet Tiger Breeze macht Werbung Tiger Breeze macht immer gute Werbung Smiley Docs So Ähm Und dann haben wir noch Ziggler Der fordert Der fordert Sammy Zane raus Macht das Sinn? Nein Der fordert Keith Lee raus So machen wir's Oder nicht? Warte, ich kriege hier so eine Karte Kostenlose Arena für diese Woche? Ja, nehmen wir So So, das heißt Ich krieg die Arena hier kostenlos Ne? Oh, Robin Reigns können wir kaufen Samojo Ist gar nicht so verkehrt immer Aber dann muss das Warum ist dieser Reiter nicht als erstes dabei? Weil zu gucken wer sind Free Agents Ist ja dumm, wenn ich die kaufe Und dann einfach Nicht Einsetze Weil ich die Show schon gebucht habe Ist auch komisch Verlängere ich den Vertrag eines Free Agents Um eine Woche? Ne Guck mal, es wird langsam enger hier Na gut Dann Machen wir das so Ich arbeite für meinen Roster Ist es für euch eigentlich interessant, wenn ich das spiele? So, Randy Orton gegen Murphy Komm Murphy, geh over Ach verdammt Damit hätte es einen Titelmatch gekriegt Tyler Breeze macht Werbung Aber hat Geld dafür bekommen Okay So, was haben wir hier? Gucken, ob sich das neue gute Tag Team hier durchsetzt Ja, okay Naja, gucke nochmal So Okay Und wer macht's? 2 3 Ach, Balor Oder man Neue Rivalität Okay Was machen die? Will ich das wissen? Ich glaub's nicht Ne, was haben die gemacht? Ähm Guck dir die Cards an, Alter Guck dir mal das an Ey, sorry, aber wie? Ey, das ist doch beschiss Wie wollen die denn gegen... Ach egal Also, keiner Logisch denkenden Welt könnten wir gegen dieses Raw Irgendwas verlieren Aber unsere Zuschauer steigen irgendwie trotzdem besser Naja, wir machen das schon So, WrestleMania Backlash Denkt daran, dass der Auftaktmatch Auch als das Hauptevent stärker sein könnte Als das Midcard Match Die Leute wollen in der Schurse, die ein Kracher beginnt und ein Kracher endet Okay Jetzt setzt das Match an Wenn meine Zuschauer am meisten mitgehen In der Midcard Am wenigsten mitgehen Okay Edge und ich haben Tag Team Fall eingeschlagen Danke, dass du die Chance gegeben hast Freue mich schon auf das nächste Match Sie haben den ersten Sieg Tag Team geholt Jaja Ja, okay Liefern bessere Quoten Danke für den Rückkampf gegen Mysterio Balor, mein Freund Gar kein Problem Okay So, WrestleMania Backlash Seid ihr bereit? Für? Pay Per View Bonus aktiv Okay Mal gucken, ob wir hier auch was machen können Verliebtheit von 6 zufälligen Superstars in deinem Roster statt um 6 Okay, einfach so machen Voll random Okay, cool Okay, cool Ähm Pay Per View Also Midcard darf nicht so beliebt sein Ja, dann machen wir Ja, dann machen wir Ziggler Und Kifili Die haben sich herausgefordert Passt schon Dann machen wir nochmal Nochmal Stone Cold gegen Kevin Einfach weil wir was können Von der Auftakt Haben wir jetzt gehört Dass das gut ankommt Und Mit den Tag Teams Also John Morrison Edge gegen Mustapha Und Äh Sammy Zane So Oder Einfach Oh, das ist ja nur Heel Ne, das ist ja scheiße Dann gegen Realme Studio Und Red Okay So Man Event Kein Titelmatch machen Einkauf, Einkauf Kosten gegen Ray Jordan gegen Finn Balor So Ich möchte gerne, dass das ein Titelmatch ist Wie geht das? Das ist am Pay Per View Du musst doch das Gehen Oder nicht? Ja Taxi darf auch noch was sagen Und dann machen wir mal eine Ach, passt schon Zweimal Heelkämpfer Zweimal Kämpfer Ja Teelmatch ein Wie, was? Wie geht das? Stand da Stand da Und stand Teelmatch Achso, ich bin blöd Ja, da steht es doch Ich bin dumm Ja, okay, Teelmatch So, komm Teelmatch So, dann machen wir jetzt hier Gar nichts So, ich bin zufrieden mit der Karte Passt schon Auf geht die wilde Fahrt Ein Face statt Balor Stimmt, ich hätte Balor vorher turnen lassen sollen, ne? Warum ist denn Randy Orton auch? Egal So, sind wir die anderen Oh! Zweites Tag, die mich schon verloren Naja, so kann es gehen So, Axel, sag was schönes Oh, das war nicht gut Die CD gewinnt So, das geht hier nochmal ab Kevin Owens wird es einfach nicht schaffen So, Murphy, sag was Cool Und jetzt Titelwechsel, komm Yes! Neuer Champion Da logarum So! Also da kann Horwain Oh, was machen die denn für eine Scheiße? Toll. Vor allem Midcard interessiert keinen, ne? John Cena gegen Roderick Strong. Auch das interessiert keinen. Ja, ist klar. Keine Sau interessiert das. Tamina gegen Becky, Alter. Tamina gewinnt auch noch. Um Gottes Willen. Oh, ein Vier-Sterne-Match. Als ob im Leben würde das nicht passieren. Und mein Balor gegen Randy Orton-Match. Ich glaube, das funktioniert jetzt auch nicht. So. Verdammt. Das kann nicht wahr sein. Der Vertrag läuft Ende der Woche aus. Hättest du mal gegen Dings? Ich würde gerne bleiben. Verlange dafür 32.000. Okay, kann ich machen. Wie wäre es mit 22? Ich glaube, wir wissen beide, dass ich deutlich mehr wert bin. Wenn ich mich nicht mehr behalten will, musst du meine Forderung annehmen. Nein, ich hab keinen. Danke für deine Arbeit. Aber ich werde deinen Vertrag nicht verlängern. Ach komm, du bist schon ein guter Mann. Können wir mal reinmachen. Ja, mein Deal. Findest du aber nicht gut, so gedrückt zu werden. Ach so. Ich war schon länger nicht mehr im Ring. Es wäre noch echt Zeit. Zeit, wenn ich aufwache, wenn ich mich wieder einsetze. Ich bin im Match in der nächsten Show. Also, kein Problem. So, und Edge. Mich gegen Breeze kämpfen lassen. Vertrauen, ja. Na dann. Du wirst schon wissen, was los ist. So, also. Edge gegen Tyler Breeze. Cool. Dann möchte ich gerne, dass unser neuer Champion eine Promo hält. Dann möchte ich, dass King Nakamura ein Match gegen Kevin Owens hat. Und Steve Orson darf gegen Randy Orton ran. Beide Kämpfers scheiße. Gegen Simi. Ja. So was. Nemo. Ups. Nicht gespeichert. Außen gegen Simi sehen. Thunderdome. So, was gibt es hier wieder für neue Free Agents? Oh, guck mal. John Devil. Tyler Bate. Hm. Na komm, Tyler Bate müssen wir unter Vertragen nehmen. Die kann man sich nicht durch den Lappen gehen lassen. Das wäre geisteskrank. Kriegt ihr auch noch ne Eigenwerbung-Promo. Tyler Bate, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass du da bist. Du bist halt aber auch ein schniger Typ. So. Gehen wir. Sorry, aber meine Shows sind die besten. Du brauchst immer hier nichts erzählen. 1, 2, 3. Oh, Kevin Owens. Erster Sieg für dich. Bin ja begeistert. So, neuer Champion. Alles schön. So, Stone Cold gegen Sami Zayn. Komm. 5 Sterne. Was mit Frauen? Ich glaube, ich muss auch bald Frauen einsetzen für Promos. Okay, naja. So. Das soll jetzt hier die Hütte abreißen, Edge. Edge, du hast verloren, du Vollidiot. Na, so toll war es nicht. Wenn die so im TV laufen würden, würde ich das schauen. Ja. Würde ich auch sagen, das wäre besser. Okay, machen wir die E-Gelmatch in einem Hell in a Cell. Als Opener. Okay, da muss ich echt sagen, okay. Das kriegen sie. Sina, Champion. Oh, yo. Ist klar. Alvar, was hast du zu sagen? Super Promo. Natürlich, du kennst. Die machen wir ja auch was erwähnen. Na, Main Event mit Arie Adavari beenden, das kann doch wohl nur gut für die Quote sein. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll hier wirklich. Also, ich weiß ja nicht. Kuroshiro, danke für den 4-Monate-Resert und Joker 21-Monate-Abstart. Sehr geil. Du musst besser werden. Ja, Main. Wir haben, glaube ich, einfach unterschiedliche Ansichten hier. Ich glaube, wir kommen hier einfach nicht zusammen. Kann das sein? Ich habe eine Legendenflüsterer-Karte, das ist nett von dir. Hey, was, ich habe einen Vorschlag für dich. Wie wäre es, wenn du in zwei in den nächsten Wochen eine kleine Partnerschaft eingeben würdest? Dann gibst du mir Rückendeckung und nicht dir. Wieso? Willst du mir was vom Catering mitbringen? Die Fans werden es lieben. Ich werde es lieben. Ich habe auch noch verlangen. Also, wie sieht es aus? Buch ein Match und stehe in meiner Ecke. Nein? Du hast deine Partnerschaft. Ich bin da bei den nächsten drei Wochen. Werde ich dich für ein Match mit in deiner Ecke buchen. Na dann los. Freue mich drauf. Da wird jemand unglücklich sein. Keine Ahnung wer. Scheint das nicht zu wissen. Aber ich rocke das Mikrofon ziemlich. Promo an Zeichen setzen. Na gut. Ich gebe halt auch einfach meinen Stars, was sie wollen. Also, John Morrison möchte gerne eine Promo halten. Gar kein Problem. Dann will Mustafa Ali, dass ich irgendwie mit im Match bin. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Eingriff durch mich oder was? Hier, Jam-Einmischung. Das ist genug Teilnehmer für ein Match. So, Mustafa Ali. Und hier, Kyle-GM-Einmischung. Ja, aber mische ich jetzt für ihn oder für ihn ein? Verstehe ich jetzt nicht. Für wen möchte ich mich denn jetzt ein? Eingriff durch William Riegel. Ja, aber gegen den oder für den? Das hält sich doch nicht. Und vor allem, wenn ich den Fall schon attackiere. Na geil, Alter. Das war unser Deal. Halt dein Maul mit deinem Deal. Ich will mal schon was zu trinken. Steht doch da. Was heißt denn? Steht doch da. Steht da nicht. Wenn William greift ein, kriegt ein Stunner. Was? Wo steht denn das? Was trinkst du da? Ach, einfach bloß billiges Lidl-Energy. Guckt ihr denn das Match von Mustafa und Eingriff an? Würde mich interessieren. Ähm. Warte, nehmen wir mal. Nehmen wir Kevin Owens dazu. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier angreifen soll. Naja, egal. Gucken wir mal. Bei GM Einwander werden in Matchregeln nur die Q geändert und das Match auf Einspieler in der Situation beschränkt. Nur als GM zu spielen oder das Match simulieren, möchtest du fortfahren. So, was haben wir sonst noch? Bella hat ein Match gegen Ray. Wie geht das? Oder was nehmen wir da? Oder gegen Murphy? Jo, komm, Titelmatch hat Raw auch gemacht. Das können wir auch. Hell in a Cell? Ja. Gucken wir mal. Einfach, weil wir das auch können. Und dann machen wir mal ein Tag Team Match. Edge und gar keiner. Hat schon mal was schon ein Match? Ach, der ist da bei Eigenwerbung. Na gut, dann machen wir jetzt hier Tyler Baten in seinem Debütmatch gegen Sami Zayn. So. Oder? Es gibt einen Eingriff. Das wüsste ich halt auch nicht. Ich würde schon sagen, wenn ich jetzt Eingriff mache und dann den hier den eingreifen lasse. Eingreifen Edge. Guck mal. Ich glaube, dann greife ich den an. Genau, so würde ich es nämlich jetzt auch sagen, dass ich dann wahrscheinlich Mustafa Ali jetzt angreifen, wenn ich das so mache. naja, wir gucken mal. So, noch eine Promo von einer Frau, die wir jetzt unter Vertrag nehmen. Komm, haben wir hier irgendeine hübsche Frau? Na ja, Shayna Baszler. Die zieht die Quoten. Reckoning hat eine Maske auf, das bringt uns aktuell auch nichts. Ja, dann war das natürlich jetzt schon mal ein bisschen blöd. Und dann haben wir eine legendige Hockung. Och, Eddie, können wir auch noch Vertrag nehmen. Batista. Batista. Komm, Mickie James. Mickie James geht doch immer. So, jetzt darf Mickie James jede Woche eine Promo halten. So, automatisch den Titel kriege ich gerade. Och, schön. Na gut, dann machen wir das so. Zack, fertig. Hast du dich wie kleines Kind auf 2K22 gefreut? Naja, so schlimm nicht, aber auch schon gut. Alter Vater, verschicken Zap. Dankeschön. Mein Eindruck ist bisher sehr gut. So. Also. Ah, Titelverteidigung. Oh, guck mal. Na, da sagt man nichts. Morrison macht eine okaye Promo. So viel zu. Ja, vertraue mir. Das Game ist zu empfehlen. Chris, äh, 9 Minuten zu dem Zap. Ja, ist es auf jeden Fall. Ich finde es wirklich gut. Sami Zayn gewinnt. Beim Debut. Was ist denn bitte los? So, jetzt komm. Bring uns die Kicks. Naja. So. Simulieren. Kevin Owens hat gewonnen. Weil ich ihm geholfen habe, ich hab keine Ahnung. Man weiß es nicht. So, die machen natürlich wieder klassische... Guck mal, die machen immer die gleichen Matches jede Woche. Das ist wahrscheinlich einfach der Raw-Effekt. So musst du es machen. So kriegst du gute Zuschauerzahlen. Wenn du immer das gleiche machst. Auf den Popo, danke für den 43 Monatary Sub. Toll. So. Ach, komm. Ach, komm. Verwasch mich doch nicht. Für Berla kann ich teilnehmen. Was ist das für eine Scheiße? Aussauer von unter 40. Das ist ja mit anfällig für Verletzungen. Schick mal den mal lieber an. Reha. Ja, die Promo machen, generieren Sex. Und dann können die diese Woche nicht verletzen. Sagst du. Ich dachte, Toronto wäre immer... Wäre ich für immer los. Lieg mal besser raus. Zeig mir, was sie bisher verpasst haben. Lassst du mir erklären, warum du aus dem Nichts aufgetaucht bist und dich in mein Match eingemischt hast? Ich dachte, wir wären alle im selben Team. Hä? Was? Bist du dumm, oder was? Also, war es doch falsch, oder was? Also hätte ich dann doch den anderen wählen sollen. Echt, jetzt gibt es eine Rounge gegen Berla und jetzt auch noch das. Meine Saison bei SmackDown ist bis jetzt der totale Reinfall. Naja, gut, das kennst du ja. Das ist ja für dich nichts Neues. Ja. So. Warte, wir gucken uns wieder mal die Free Agents an. Oh, hier ist der Pitan. Da nehmen wir den auch gleich. Den müssen wir nehmen. So. Der Pitan kriegt gleich mal eine Promo, die kein Mensch versteht. Und dann... Warte, ich glaube, ich muss mal langsam hier die Leute richtig hören lassen. Ich bin ein bisschen verwirrt über das, was die hier so machen. So, warte, erst mal. Also, Kevin Owens sagt, ey, der muss hier werden. Das geht doch nicht. So, dann... Steve Austin darf antreten gegen... John Morrison. Ne. Das ist sicher. Das ist ja gesehen. Schon wieder. Keine Ahnung. So. Murphy gegen Axel. Ob das mal automatisch gesetzt wird, weiß ich auch nicht. Murphy gegen Randy Orton geht auch. Alter, jo, ey, mit 2.022 Bits. Na, wie ist es? Alter, ey, vielen, vielen Dank. Das, äh... Das, äh, kann man mal machen, würde ich sagen. Voll geil. Übel nice. Vielen, vielen Dank. Wo hast du denn schon wieder so viele Bits her? Das ist ja wirklich krass. So, guck mal, Keith Lee gegen Axel. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen raushauen. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Können Eddy noch holen? Legenden Flüsterer. Wer ist hier denn schon diese Woche gewinnen und verliert, steigt erheblich an. Dann schauen wir mal, was das bringt. Network Special. So. Feuer frei da. Ich würde sagen, es ist jetzt die letzte Woche erstmal. Und dann machen wir erstmal anderweitig weiter, oder? Puttel für Matchguide, die du nicht... ...an die schlecht hast, genug Geld. Matchguide, eigentlich schlecht. Brauchst du jetzt mal noch 50 Bits? Ich habe jeder mal seine Bits raus hier, die er noch hat. Wie dann... Okay, schade. Du machst so viele normale Matches. Bits? Wenn die normalen Matches immer gut sind. So, Kevin Owens ist hier, das ist schon mal gut. 3 So, Keith Lee gewinnt. Und die brauchen auch nur normale Matches. Aber die machen wirklich... Guck mal, dieses Match mit den... ...mit Geschirr und so weiter. Das war jetzt gerade dreimal hintereinander in der Card. Auf der Card. Also... ...weck er den Titel wieder. Toll. Eine Runde flexen. Laufig. Also, der GM-Modus ist cool. Aber... ...mit Logik nicht nachzuvollziehen. Meiner Meinung nach. Aber ich book halt auch Wrestling-Shows. Das ist halt immer noch ein bisschen was anderes. Oder? Regelmäßig... ...dass du nicht regelmäßig Herausforderungspromos einsetzt. Sind ja nützliches Werkzeuger-Gems. Kannst du Rivalitäten starten? So. Okay. Du lässt mich nicht vor dem Fernseher meiner Heimatstadt kämpfen? Weißt du überhaupt, wie sehr du mich damit beleidigst? Ja, du hast recht. Das ist ganz schön dumm gewesen. Es tut mir leid. Mein Reichsmedien ist hier... Ah, das ist ein Witz. Mensch, Mustafa. Was ist denn mit dir los? Ich bleibe nur, wenn du mir 100.000 als Bonus gibst. Ansonsten bin ich auf der Stelle weg. Was ist das? Was? Was willst du? Ich glaube nicht, mein Freund. App in Catering mit dir. So. Dallas, Texas sind wir jetzt. Da müssen wir auf jeden Fall... Free Ali is real. Es ist jetzt einfach so passiert. Ich kann auch nichts dafür. So, wie kann ich jetzt speichern? Wirklich aufhören. Alle nicht gespeicherten Änderungen gehen verloren. Wie speichert man denn? Cary Cross ist bei uns schon mit Jeff Hardy. Kann ich ja in den Vertrag nehmen. Doppelte Kosten. Schade. Ich war mal kurz dran da. Woche 3. Ich hoffe mal, dass das automatisch speichert. Ja, okay, gut. Gott sei Dank. So. Na gut. Auch erledigt. My Fraction. Was ist das Schönes? Na, der wollte das als Bonus haben. Der wollte einfach mal zwischendurch ein bisschen Kohle haben. Dann sind wir Reigns aus Main Event los. Kommt, My Fraction. Sammeln, Upgrade, Kämpfer, Beschreiber, Schädigwachsen, Sammlungen von Superstar, Karten, Booster. Okay. Pass deine Identität an. Sammeln sie alle. Bei der Fraktion zu erstellen, musst du jetzt den Startupack wählen. Diese Startupacks. War Smackdown oder NXT. NXT natürlich ganz klar. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Modus ist. Okay. Du machst du Champa. Cool. Bala. Und zeig dir den rüber. John Devlin. Roderick Strong. Und Austin Theory. Guck mal. Top Pack. Kannst du nichts sagen. Rackle. Io. Dakota. Tony. Teagan. Können wir alle zeigen. Oh, what the fuck. Logo. Okay. Wallpaper. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Weiter. Okay. Nenne deine Fraktion. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Lineup von Superstars für die Schlacht. Lineup, feste Seelen, Platz. Okay. Okay. Jetzt die Beschützung. Ist das sowas wie Supercard? Wie? Sieht so aus, oder? So. Weiter. Passt du deine Fraktion an? Eigene Identität mit Logo und so weiter. Also, ein Logo habe ich hier. So ein Namensschild. Und so ein, okay. Fraktionswallpaper. Cool. Manager zu beweisen. Habe ich Will Regal. Äh, ja. Treuebonus. Inhalte jetzt mir mal runterladen. Anmeldung. Bereit, um die Welt zu rocken. Spin-Codes. Äh, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber es macht so ein bisschen einen auf, äh, Supercard, oder? Habe ich wirklich einen Ultimative-Modus reingebaut. Ich verstehe es nur halt einfach nicht. Primetime. Okay. Packs muss ich hier wahrscheinlich holen. Super. Karten. Okay. Keine Ahnung. Ungeöffnete Packs. Drei. Ah, okay. Das sind die, die ich ja dazu gekriegt habe, weil ich ja das... Super-Hardings habe hier. Die Ultimative-Modus besser, weil es für ein Toquet ist. Aber ich weiß ja nicht mal, wie Ultimative-Modus ist. Ich habe mit Ultimative-Modus gespielt. Und der Däger. Hm, okay. Toll. Dann mach das mal auf. Scheiß, zockt eh keiner. Ich... Ich habe kein... Also, ich verstehe es auch aktuell gerade nicht. Ich drücke zwar hier auf Knöpfe, aber ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Okay. Gut. Wer hätte das gedacht? Hm, wir sind mal überrascht, wer jetzt als Nächstes kommt. Was? Okay. Okay. Und noch ein Stargate-Pack. Das ist sozusagen dein Team und du trittst wie ein Team gegen andere Teams an. Aber... Wrestle ich denn auch Spiele? Oder ist das einfach die Statistik aus diesem Team? Und das tritt quasi online gegen dein Team an, sage ich jetzt mal. Okay, Token-Markt. Kaufe, Segne. Togens. Äh. Okay. Ich kaufe den Rikushito. Habe ich nicht. Schade. Da kann ich mehr Dings kaufen. Ich erfasse. Okay. Läuft gut. Spielen. Ich bin immer noch verwirrt. Hm. Aber ist es nicht so, wie... Weil die Zahl des Ratings ist und du gegen CPU spielen und andere Spiele. Okay. So, und das ist es jetzt, oder was? Hier haben wir Finn Balor, die Zeit hier in WWE ist. Nein. Nur, dass ich das in Rohit spiele mit den Werten, die dann diese Karten haben, oder was? Oh Gott, ich bin verwirrt. Oh Gott, ich bin verwirrt. Na gut. Okay, also da kann man dann noch mehr Matches machen und so. Ja, sicherlich nicht so schlecht, aber ich spiele halt die ganze Zeit immer lieber eigene Matches, anstatt halt so, ne? Und die Gersum, sowas zum Beispiel. Hm, so. Funktioniert jetzt mein Bildmanager? Wenn du die Bilder von der Registerkarte lokal oder besuchst, den Uploader angezeigt hast, okay, ja, um Bilder in der Direktion hochzuladen. Aber ich muss das doch hier hochladen. Upload sollte sofort klappen. Sieh die... Aber wieso klappt das nicht? Oh, die haben es geändert. Okay, die haben die Seite geändert. Jetzt gerade. Die haben die Seite jetzt auf 2K22 geändert. Und jetzt steht hier auch 2K22 Upload Manager und so weiter. Ah. So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. So. Dann brauchen wir das. Dann brauchen wir das. Und das. Jetzt funktioniert noch jetzt doch. So. Jetzt zurückgehe. Da haben wir's. Sehr gut. Okay, jetzt funktioniert der ganze Kram. Nice. Cool. Oh, Revolve, mein Freund. Was geht bei dir? 21 Monate resub. Grüße dich. So, jetzt kann ich hier alles runterladen, was wir wollen. Jetzt läuft das. Okay. So, das heißt, jetzt kann ich in Championship erstellen gehen. Und Championships erstellen. Und dann gehe ich auf die Vorlage von dem Ding. Und das passt, das passt, das passt, das passt. Und dann machen wir die Bilder da rein, die ich gerade reingebaut habe. Ja. So. Anwenden, einzeln. Also das hat sich nicht geändert, aber das ist auch immer noch gut und anständig wie immer. Ein bisschen komisch, oder? Bist du doof? Ne, so. Das ist doch richtig. So, Standard. Und das. Wenn ich das ändere, passiert da irgendwas? Boah. Okay, so ein bisschen überdeckt das da noch. Ähm. Bisschen komisch ist es aber. Auf jeden Fall, weil da diese komischen Steine dann halt auch davor sind. Und dann ist das kein PNG, also echt, Martin. Das hat mein Titeldesigner für die Spiele extra so gemacht, damit man das genauso machen kann. Das ist, das ist schon so, das ist schon so Sinn der Sache. Das ist ein PNG. So, Seitenplatte. Ich glaube, man muss erst mal das hier reinmachen. Aber die Steine sind ja trotzdem da drüber. Das war sonst, das war glaube ich vorher nicht so. Ähm. Tonight, I give you the gift of Jericho. Drink it in, man. Das mit den Steinen ist auf jeden Fall neu. Und der hat auch einfach ein bisschen verwirrend. So. Das ist doch auch schief. So. Irgendwie sowas soll es sein. So. Rechte Seitenplatte. So. Zack. Und das. Das ist nicht mehr so rüber. Noch ein bisschen eingedreht werden. Das war irgendwie früher leichter. So, oder? So. So machen wir es. So, guck mal. Naja. Kannst du nicht sagen. Nur diese Zwischendinger sind halt scheiße. So ist das glaube ich besser. So. Und so. So. Und so. 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 Also ist das. M-G-T-V Ups Championship Eitzungsname M-G-T-V Gift M-G-T-V Champion Einen Film haben wir noch Wow Hammer Kann man da auch was sagen? Gott nichts Am besten nur sagen, dass es ein Champion ist Champion, 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 Champion Das wäre doch gut So So Gut oder? Passt Kann ich kostenlos abonnieren? Hat mit Prime verbunden Na jetzt klickst du einfach auf Abonnieren Mein erstes Championship erstellen Mein erstes Championship erstellen Nicht hochlachen Ups Ohne Create a Razor würde ich das Spiel nicht mehr spielen wollen Ja, das ist aber auch gut so Das ist doch ordentlich das Zeug Warte, ich muss mal was anderes machen Und zwar Zwar muss ich diese Obwohl das, ne das geht nicht Ähm, ich muss hier zwischen noch diese Das hier setzen Damit nämlich Die Dings Diese Teile hier Die gleiche Farbe haben wie der andere Scheiß Das ist Also so quasi So Und dann Das auf der rechten Seite auch machen Erstellt Bilder Das hier Das hier Anwenden Einziehen Jo Ich glaube das mache ich in der Mitte auch So Damit das nämlich auch raus ist So Und dann machen wir das in der Mittelplatte Aufruhen So Ist das nämlich hier Überall Gedeckt So Und dann kann man nämlich das hier Ähm Verschieben Bewegen Dahin Hm Okay Ich, äh Hab mir das anders vorgestellt Das aus euch wie es ist Das war anders geplant Na gut, dann muss das doch weg Aber es ist halt irgendwie komisch Dass das halt so Dass das da oben so scheiße ist Hm Da oben ist so ein Bereich Da ist halt einfach ein Stück vom Rest noch zu sehen Und da an der Seite auch Das nervt mich Ähm Ich würde sagen Das kriegen wir weg Indem ich das hier mache Dann das Dann So Dann gehe ich da hin Und da hin Und dann mache ich das hier oben einfach rein So Das sieht doch auch scheiße aus Aber vielleicht nicht so scheiße So So machen wir das So Da ist er Aber was, wieso ist denn das Ding wieder im Hintergrund? Scheiße Hä? Was war denn jetzt das Scheiß Problem? Ist doch so richtig Warum ist die Warum ist die Das Bild Ja, jetzt ist alles korrekt Guck mal, so ist das schön So hätte ich das gerne So und dann können wir nämlich Gleich schon mal Community Inhalte Uploads So So Championships So Und dann machen wir dann gleich mal MGTV Titel rein So Bitteschön Erneut hochladbar Wenn du Spaß dran hast Nee, machen wir nicht So Hashtag ist MGTV So So Passt, oder? So Bitteschön Jetzt könnt ihr euch den runterladen Falls ihr den auch haben wollt Boah, Alter, was ist denn jetzt passiert? Boah, Alter, was ist denn jetzt passiert? Hä, wieso hab ich das gar nicht mitgekriegt? Alter, was macht denn ihr hier gerade? Yo Yo, Andy verschenkt 5 Subs An die Community Alter Vielen, vielen Dank, Yo, Andy Dann haben wir AJ Hairstyles auch 5 Subs verschenkt Wieder Yo, Andy 5 Subs Dann Bobby Brooks haut sein eigenes Sub raus 48 Monate Yo, Andy haut 500 Bits raus Melvin haut ein Prime Sub raus Und Bobby Brooks nochmal 2 Subs verschenken Alter, was geht denn hier jetzt ab? Ey, da bin ich hier, guck ich mal kurz in den Chat Und dann sowas Wie krass ist das denn bitteschön? Chuck Norris, ich kann das Spiel jetzt schon spielen, weil ich gepartnert bin mit 2K So Naja, da haben wir auch schon mal Dann werde ich die MGTV Titel bauen Wir werden die MGTV, äh, wir werden die Unlimited Titel bauen Wir werden auch das alles ein, da rein machen Und dann, äh, werden wir uns selbst bauen Also, ich werde mich bauen und so weiter und so fort und so Ähm, aber wir machen jetzt erstmal wieder zwischendurch Match Es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier mehr alles andere machen als Ne? So Deswegen gucken wir mal, was wir hier noch für schöne Arenen haben Guck mal, jetzt habe ich die WrestleMania 21 Arena Da gehen wir mal rein Da habe ich Lust drauf So Wollen wir mit Eddy zocken? Ich fahre dafür Eddy Und Tyler Bade Och, total Eddy gegen Edgeras Fährt ein Gegner Reigns Ich fahre jetzt aber auf die harte Tour, ne? Na dann los Roman Reigns Roman Reigns Na dann, schauen wir mal Wenn ich selbst erstelle jetzt bitte mit Klamotten für Erwachsene Mach einen Rumble um den MGTV Titel Der MGTV Titel, den hat aktuell Seth Rawlins Jetzt Das ist so lange ja bei uns vorne hier Voll gut, ne? Aber jetzt, wo die Community-Uploads auf jeden Fall funktionieren, ab sofort sind damit die Community-Uploads am eskalieren. Freut euch da also drauf. Stört, ist ein bisschen zu klein? Ach, nee. Eigentlich nicht. Wee. Der W.W.E. Universal Champion, Roman Reigns! Das Idiot ist. Das ist schon, das ist schon cool. Oder, das sieht alles schon krass aus. Ja, mit dem Rating, das geht noch weiter, aber ich will ja so alles machen so. Deswegen, wir werden ja dann am Mittwoch, am Mittwoch ist der nächste Stream, am Mittwoch werden wir dann auch weiter machen mit dem, mit 2K22 und so. Oder vielleicht doch schon morgen, ich weiß, je nachdem wie ich Bock habe. So, jetzt müssen wir erstmal Roman Reigns zusammensteigen, wer mag das. Oh, flat job. Lix ist. So. Double fix dann. Zack, wiii! Einfach mal so. Der Booking ist besser, als das der W.W.E. Ja, ich weiß. Oh, nice. Deswegen seid ihr auch alle, habt ihr auch alle Tickets für die andere Twitch-Show. Natürlich. Sie. Oh, das ist doch mal. Ach so! Ich它inierei. Ja. Oh. Also langsam kommen wir hier gut klar um den ganzen Ding. DDT. Ist das ein schön unfairer Pin. Das ist morgen riesengroße Diäzis. Ist jetzt gut, weil Halle erscheinen. Das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Also ich werde das zwar irgendwann mal weiterspielen, aber das interessiert mich erstmal nicht die Bohrle. Au. Ah. Alter. Oh, es geht jetzt. Oh, Elbow. Nein, 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 nein. Nisch ist. Scheiße. Oh. Oh. Nice. Oh. Okay, das geht schon nicht so gut los. Nein, nein, nein. Da wäre ich aber mal gar nicht für. Meine Freund. So macht man das. Dropkick. Scheiße. Yo. So, guck mal. Und wenn wir jetzt hier auch wieder in den Optionen die Dings ausschalten. Kamera schwenkt aus. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich weiß, ich glaube, ich glaube, ich finde das hier besser. nicht so aus. Na. Oh nein. Oh nein. Signature contact. Enjoyment of the lights. Not real. Oh nein! Come in. Come in. Yes. Schöner Uppercut. Oh. Bam. Ey. Dropkick ausgewichen. Gebt ihnen absoluter Endgegner. Ja. Aber hier. Bin ich's. Nein. Nein. So. So. Jetzt. Jetzt. Und Frog Splash. Komm. Eins. Zwei. Verdammt. Verdammt. Oh. Oh. Eins. Zwei. Oh. Nicht dein Ernst. So. Wenn ich jetzt das hier mache. Und so. Overhead belly to belly. Wow. Eins. So. Und nochmal. Frog Splash. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Jawoll. Ich habe jetzt keine Chance. Ich glaube sie langsam kriegen das hin. Spielgefährten. Wie heißt. To getrunken. Sind die Kombos jetzt wohl. Wie sind die Kombos die man jetzt wohl machen kann. Die sind. Das ist schon gut. Also du kannst. Es ist halt. Schon anders. Umberto Carrillo. Was ist denn jetzt los. Der greift hier einfach ein. Alter. Nicht dein Ernst. German Soplex. Erste Fede hier. Garantiert. Zusammengebaut. Umberto will es hier wissen. Alter. Richtiger Healmove. Weißt du. So krass. Roman Reigns bei WrestleMania besiegt. Und jetzt sowas. Aber er hat keinen Finisher oder so. Er kommt einfach nur um mich zu attackieren. Oh zack. Kann ich mitmachen. Nicht Spaß. So zack. Tres Amigos. Und. Nummer drei. Ja. Was Umberto. Das ist ein Problem oder was. Die schieß ich auch mal weg wenn ich Roman Reigns noch besiegt habe. Gar kein Thema. Nein. Okay. Ich geh jetzt noch mal kurz zu Pippi Pause. Also ich geh nur kurz Pippi machen und komm gleich wieder. Also keine richtige Pause. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Heißt. Oh. Und das ist es ein Problem. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für den 55 Monatarii Sub. Extreme Models mit Dominic gegen Seth. Wie kommst du denn auf Dominic? Was ist jetzt mal mit Herren in the Cell? Hä? Das Haut ist gerade irgendwie verschoben, oder? Tatsache. Hm, auch schön. Hä? Wie geht denn das? Okay. Also bei mir ist gerade der Sound ein bisschen verschoben, aber das liegt an mir. Aber ich weiß nicht warum. Oder ist es nur im Menü? Das ist nur minimal. Oh, das ist jetzt wieder weg. Hä? Bin ich dumm? So. Wie lange haben wir noch? Wie spät ist denn das eigentlich? Ja, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Wollen wir den Universe-Modus starten? Ähm. 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 Und dann sind eigentlich ein bisschen einfacher. So. So. Und so. Und dann haben wir noch den Open Challenge Titel. Den. So, aktualisieren. Da haben wir sie. So, alles her damit. Es sind hier über 1000 Leute und nur ein Ticket wurde verkauft. Was ist da los, Freunde? Also das geht nicht. Kein Nuss. Habt ihr keinen Bock auf eine anständige Wrestling-Show? Also das kann doch wirklich wahr sein. Sitzt ihr alle immer nur zu Hause und guckt euch kein Live-Wrestling an? Ihr müsst doch mal zu einer deutschen Wrestling-Show fahren, gerade wenn ich da bin. So, wieder mal zurück ins Menü gegangen, weil ich es kann. Bin pleite. So, Championship erstellen. Dann geht es jetzt weiter. Das ist zwar auch eine runde Platte, aber wir hatten eigentlich vorher eine andere. Aber welche war das? Die hier. Das war die von links. So, Bilder. Verstellt. Und dann so. Und Sideplates. Wie gesagt, ich lade das alles für euch hoch. Ihr könnt das dann alles auch runterladen. Und in der Nähe von Stuttgart. Da kommt bestimmt irgendwer noch mit. Den du kennst. Und dann kann man ja auch mit mehreren Möden fahren. Das ging nochmal. Ach scheiße, nee. Das ging nicht. So ging das. Anwenden. Zack, zack. Kopieren. Ja. Geht das? Spiegeln. Ja. Geht nicht. Großartig. Ich finde das Spiel Hammer. Wenn es mir jetzt noch meinen Speicherstand nicht löscht, dann bin ich echt begeistert. Und wir wissen, das ist schon viel verlangt. Das, was ich hier mache, wenn das alles weg ist, ey, dann regt mich das so auf. So. Weniger rechtfertigen, wieso nicht gekauft werden, mehr Tickets kaufen. So. Kann man einstellen Open Challenge? Wie kann man einstellen, dass man eine Open Challenge will? Weil das kannst du so nicht einstellen, das musst du manuell quasi einfach entscheiden, wer es macht. Aber ich habe das halt für mich immer so, ich habe euch nicht gezeigt, wen ich entschieden habe. Und ja. GM Mode, das finde ich eigentlich ganz cool. Also, es ist zwar ein bisschen komisch, auch ein bisschen anders, aber ich finde es jetzt nicht scheiße. Es hat auf jeden Fall was. Dann MG TV Open Challenge Championship. Ich glaube, es gibt keine Run-Rosie, das weiß ich nicht genau. Also, kann der Open Challenge sagen. Oh, kann er natürlich nicht sagen. Off. Kann der Challenge sagen. So kann der nicht Challenge sagen. Off Classic. Und der nächste Titel ist fertig. So, hochladen. Hashtag ist der, zack. Jo. Zeile wechseln, damit es nicht zusammengeschrieben ist. Ja, aber das geht glaube ich nicht am Control. Ach, sie war's. So, und dann machen wir noch Tag Team Titel. Und dann können wir unser Universe Modus starten für heute. Ähm, Tag Team Titel hat er als Vorlage, den hier. So, und dann machen wir noch Platte, Bilder. Bestellte Bilder. So, zack. Jo, jo. So. Und dann. Und dann. Das hier. So. Und dann. Spielst du heute keinen Story Modus? Story Modus glaube ich nicht, dass ich ihn spiele. Aber ich spiele jetzt gleich den Universe Modus. Ich baue mir nur gerade meinen eigenen Universe Modus noch zusammen. In schön. Ist das nicht so ganz? So, jetzt pass. So, und das. Pieren von rechter Seite. Die Seinen von rechter Seite. Wieso geht das nicht? Ich glaube ich hab's jetzt auf der anderen Seite auch wieder abgemacht, oder? Nee. So. Wenn nur ein, zehn. Leerst du wieder hoch was oder der Schritt? Ja, ja, klar. Klar leide ich das alles hoch. So. Nice. Oder? Geil, ey. Voll das geile Ding. Das ist zum Beispiel auch ein komplett eigenes Design. Von meinem Titeldesigner. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass wir das vielleicht irgendwie auch pressen lassen und in den Shop bringen oder so. Ich finde das so cool, das Tag Team Titeldesign. Das ist schon wirklich nice. Jetzt. M-G-T-V-Tag Team. Team Championship, Einzugsname, MGTV Tag, Team, Champion, Einzug, MGTV Tag, Team, Champion. So, kann man ja nur, wenn es auch unlimited ist. Das Ding ist ja jetzt MGTV, also das ist dann der MGTV Tag und so. So, kann der Tag Team sagen? Tag Team, naja, zumindest etwas. So, dann Tag, passt. Cool. Jetzt nehmen wir hochladen. Hochladen. So, MGTV. Wie. Genau. Passt, oder? Okay, jetzt können wir den ganzen Kram hier starten. Ah, wir haben aber allerdings unsere ganzen Champions noch nicht unbedingt im Spiel. Ich guck mal, ob das jetzt hier läuft. Oh, guck mal, schon viel, viel besser. Ah, wer denn das hochgeladen ist? Was ist das für ein Pisser? Face-Foto, da hat einer mal wieder verkackt, wie es geht. So. Was haben wir denn hier schönes? Shawn Michaels, die Generation X. Aber zu langsam kommen die ganzen Uploads hoch auf jeden Fall. Goldberg 2022. Kostum Portrait für... Okay, Kostum Portrait. Nice. Sind die hier schon dabei, das zu machen? Das ist auf jeden Fall schon mal sehr geil. Kostum Portrait für Dings. Oh Gott, das wird noch echt anständig werden hier, was sie hier machen. Die werden halt einfach die ganzen Bilder halt auch in dem Spiel verbessern. Also das ist halt... Geil. So, weiße Downloads immer noch. AEW Championships gleich mal nachgebaut, die Women's Titel und so. Okay. Aber der ist ganz schön hoch. Der ist irgendwie besser. Glaub ich. Von Simon. Och Simon, Mensch. Du bist aber auch ein Typ, ey. Na gut, dann ist das ja klar. So, Lieblingsersteller natürlich. TPS-Titel. Nur mit dem roten Handschuh. Na gut. Kifling und All Elite. Ja, gut. Von mir aus. Der Blog in MyGM. Auch nicht schlecht. Jeff Hardy. Och cool. Das ist auf jeden Fall ein cooler Jeff Hardy. Das ist auf jeden Fall ein cooler Jeff Hardy. Den nehmen wir auch mal mit. Das geht schon gut los hier. Die Community Creations kommen an. Bayley Smackdown. Wie ist sie denn im Spiel? Ist ja nicht die Base dunkler hier Bayley? Sascha Banks. Extreme Rules und so weiter. Extreme Rules und so weiter. Sitobu Arena. Jetzt kommen langsam die Gummi Creations. Ich finde das jetzt im TNA Titel auch nicht schlecht. Brock Lesnar. Hat die dunkellile Datei am Spiel. Edge Summerslam 2021. Ähm, okay. Freya. Das sieht aus wie Yvonne Marie. Ich liebe einfach die Community Creations. Ich fand es so gut. So verdammt nice. Da war gerade Baron Corbin auch nicht schlecht. Mit zurückverwandeln. Guck mal, dann kannst du hier auch gleich das. Was ist denn das Moveset? Moveset Upgrade? Jetzt schon? Voller Update. Ähm. Zum Rundenpump. Du hast auf Feld 2. Vielleicht nicht doof, oder? Wenn der jetzt schon sagt, wir müssen das Jeff Hardy Moveset Upgraden. Dann von mir aus. Da vertraue ich aber mal in die guten Leute. Gibt ja eh keine Begrenzung. Das ist schon nice. Family Man Brock auch schön. Sascha Banks kriegt auch noch ein neues Moveset. Warum? Warum ballern die denn jetzt schon neue Movesets raus? Kevin Owens kriegt noch neue Klamotten. Aber ist das das, was er aktuell trägt? Weiß gar nicht. Löschen und Absturz erscheine nur wie... Nee, ich hab noch nicht einen Absturz. Das ist ja alles... Alter! Ja! Ja, Mann! Ja! Ja! Genau so muss es sein! Meme Styril kriegt auch schon ein neues Moveset. Ich finde schon Lowdown Springboard Frog Splash. Kein 699. Ich finde das immer komisch, wenn der nicht den 699 ist, finde ich schon mal. Okay. Manchmal natürlich auch wieder ein bisschen Quatsch dabei. Aber das wird sich sicherlich durch die Upvotes dann ändern. Okay. Das wollen wir nicht. Wenn wir für morgen noch andere Klamotten... Naja. Jetzt aber aktuell auch nicht. Naja. Ich glaube, da geht noch einiges. Das ist, glaube ich, noch nicht das Ende der kreativen Fahnenstange hier. Murphy 219. Okay. MGTV-Titel auch sehr schick. Guck mal, wie schnell jetzt hier created wird. Das ist... Jetzt kommen die alle, ey. Hat schon ein paar neue Rinder macht? Nee, nee, noch nicht. So, Lesnar. Wieso gibt es den hier? Ach so, okay. Naja. Also, es gibt wieder einiges zu tun. Was ist das hier für ein verbotenes Lohn? Ähm. So, warum hat Lashley hier auch schon wieder? Full Nelson? Spear Dominator? Okay. Hm. Von mir aus. Bobby Lashley. Welchen Server hast du dir ausgesucht? Hä? Wie geht denn wie, wie denn Server? Hier, Custom Portrait. Guck mal. Und wenn ich das hier habe, dann könnte ich für meine Scarlet, die ich schon runterlade, könnte man dann das Bild da reinsetzen und dann wäre das auch okay. Hier für Rinder auch. Für Selection Stream. Das ist schon echt cool. Da haben die sich was Lustiges bei ausgedacht. Was ist hier auch schon wieder los? Keine Ahnung. Ähm. Ähm. Da sind schon wieder eben auch die hier. Ah, jetzt wird es schon wieder fleißig, was ich mache. Wollens, was ist hier los? Ähm. Stump 1 und 2. Pedigree 2. Ja, ne? Sieht gut aus. Es wird schon ein Grund geben, warum die Leute sagen, nee, nee, das muss noch mal. Und so. Das Ding ist halt, ich habe halt... Kann man unendlich runterladen? Ja. Wie lange Platz ist. Ähm. Unsere Tag Team Champions sind ja Jericho. Und, ähm. Und... Sammy Guevara. Das heißt, die brauche ich ja eigentlich, um dann auch weiterzumachen. Aber solange... Solange die nicht da sind, sind sie blöd. Jumper mit langen Klamotten. Was hat der denn im... Jetzt im Spiel an? Hm. Hm. Wer ist das denn? Hm. Also auch sowas, das... Das wird in gut... Wird das nur eine Frage der Zeit sein. Da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Das wird wohl nicht allzu lange dauern. Bis da was Anständiges bei oben kommt. Und so. Jetzt haben wir uns eigentlich alles angeguckt. Bam, badadam. So. Aktuell. Also hier wird wieder viel hochgeladen. Ja, Kurt Angle ist jetzt auch noch nicht... Ja, da geht noch mehr. Also von den Klamotten her, yo, großartig. Aber vom Gesicht her ist da noch auf jeden Fall eine Menge... Eine Menge Platz. Da ist halt die ganzen anständigen, die richtig krassen Creator, die müssen jetzt mal anfangen. Die müssen nochmal loslegen. Das dauert erstmal ein bisschen. So. Was ist mit China? Warum hat er hier nochmal andere Sachen? Weiß keiner. Gut. Es ist Next-Gen. So. Dann. Ähm. Schauen wir mal, was ich gerade alles runtergeladen habe. So. So. Das ist auch einfach ein geiler Typ. Aber ich glaube, das war komplett schwarz, oder? Hatte nicht Matthews gestern komplett schwarze Klamotten? Ich habe gerade aus Versehen die falsche Edition gekauft. Muss man bis Freitag warten. Äh. Du kannst doch einfach bei Amazon wieder stornieren und dann kaufst du nochmal neu. Ist doch jetzt nicht das Problem. Marco Heldenhaft. Danke für der Prime Sub. Vielen, vielen Dank. So. Was haben wir noch? Den Jeff Hardy und die Restlichen haben wir schon so eingestellt. Wie wir eh im Gespräch mit EA für ein künftiges Game. Ja. Das höre ich oft. So. Kann man hier nicht gleich. Wenn ich hier. Wenn ich hier. auf YouTube habe ich mir eigentlich keinen Kopf, dass das nicht vorher noch rauskommt. Aber. Ich denke mal. So viel. So viel anders wird es jetzt auch nicht sein. So. Dann los. Universe Modus. Superstar Modus. Oder Klassischer. Bestimm die Geschichte eines Superstars im Universums. Okay. Auch nicht schlecht. Nein. Wir machen natürlich. So. Möchtest du einen klassischen Modus aktivieren? Fortfahren. Das können jederzeit unter links deaktiviert werden. Äh. Ja. Willkommen im Universum Modus. Heutige Show. Ich kenne mich aus. Mensch. Lass mich in Ruhe. Hätte ich eben Nein wählen sollen. Gut. Dann mal los. Va? Wir löschen also wieder alle. Und machen nur unsere Show. Ne? Scheiße. Ich habe kein MGTV Logo noch reingeholt. Das hätten wir noch machen müssen. So. Bearbeiten. Ach. Laber mich nicht. So. Dann. Showname. MGTV. Na ja. Showmusik gibt es keine. Kommentare. Passt schon. Zufällig. Arena. Schaubild. Das ist natürlich ein bisschen doof. Kann ich jetzt ausschneiden. Na. Wahrscheinlich ist das dumm. Dann lassen wir es erstmal so. Einführungsfilm anzeigen. Äh. 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 Elemente. So. Das sieht schön aus. Okay. Overlay design. Von mir aus. Von mir aus. Ähm. Dann. Vorschau. Cool. Cool. Hammer. Das sieht alles ganz schön schmutzig aus. Was ist das. Was ist das. Was ist das. So. Filter. Ach. Bitfilter. Wie sich das gehört. Ich finde ihn so lustig. Ey. Es gibt den Dicksel nicht mehr. Oder? Die haben einen Filter ausgenommen. Es gab doch. noch so einen anderen. So ein. So ein. Shade. Irgendwas. Es gab hier noch einen anderen Filter. Cell Shade Filter. Ach stimmt. Eine Arena müssen wir uns ja auch wieder bauen. Oh Gott. Alter. Das ist ja alles sonst. Wenn man einfach zu viel machen kann. Ah. Dann nehmen wir erstmal klassisch eine XC Arena. Das geht schon klar. So. Teilnehmer. Unendlich. Anzahl der Matches. Oh. Wir können neun Matches machen. Wir hatten glaube ich immer sieben. Ich weiß noch nicht wie lange jetzt die Matches werden. Ähm. Matchtabelle. Standard. Championships. So. Dann. Hau den ganzen Kack hier weg. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So. Den hat Punk. Das bringt uns gerade nichts. Tag Team Titel bringen uns gerade auch nichts. Da können wir aber die Champions entfernen. Dann haben wir den Open Challenge Titel. Wer hat den aktuell? Wisst ihr das noch? Wer hat den? Wer hat den? Wer hat den Open Challenge Titel gehabt? Den MGTV Open Challenge Titel. Spontan würde ich sagen. Adam Cole oder? Ja. Keine Ahnung. Ja. Dann erstmal. Das Ding. So. Und dann mach ich jetzt schon wieder weg. Das ist auch schön. Das Game ist jetzt sehr sehr geil. Ich würde sagen neue Champions. Nein. Wir setzen da an. Und den hat Seth Freakin' Rollins. So. Zack. Ne? So. Ziel Championship ist dann der. Der natürlich. Und dann passt das. So. Teilnehmer. Na dann. Teilnehmer sind natürlich alle. Oder nicht. Wir machen die Legenden wieder raus. Weil das irgendwie komisch ist. Ach doch. Wir können eigentlich alle machen, oder? Ich werfe alle. Ich werfe alle. so einigermaßen lassen könnte von mir aus. So. Oh Gott. Ich kann von mir aus auch noch mitmachen. Da kenn ich nix. weiter. Undertaker. Ich glaube wir den Undertaker haben. Jo. Die Besten natürlich. Chapa. Triple H. Kann von mir jetzt auch noch mitmachen. Da ist der Demon. Na danke. Ähm. Boah. Jo. 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 Ja. Na klar. So. So. Ric Flair darf auch noch. Ray. Razor Robe, von mir aus. Okay, gut. P done. Otis. Irgendwie P ist so schlimm, dass er keinen Bart hat in den Bildern. Vor allem brauchen wir nicht mehr. Jungen nehmen wir auch einen Moment. Okay. So machen wir es. 138, naja, das geht doch schon. Klar, da kann man doch was anfangen. So. Das ist doch mal ein Universe Modus, würde ich sagen. Schon bearbeiten, das passt schon. Und was kann ich hier noch machen? Oh, ey. Champions Chips hatten wir schon. Fingere andere rein, machen wir was. Klassischer Modus. Äh, und manche Realitäten. Ja, ja, ja. Ja. Das brauche ich nicht. Jo, läuft. Okay. Robert Root ist Open Challenge Champion. Sicher? Kriegt noch einen guten Champion auf jeden Fall. Sicher? Ich habe gerade den letzten MGTV Stream eingeschaut. Robert Root. Cool. Nun gut. Dann. Ziehen wir durch, oder? Kann ich ein bisschen ausmachen. Ja, wenn du nichts hast, dann raus. Ich muss eh noch Videos machen. Ich muss eh noch Videos machen. Wollen wir die Card... Wollen wir einfach mal eine Card durchspielen, die der mir jetzt hier random raus ballert? Obwohl wir haben ja eigentlich... Alter. Okay. Ich sehe schon, das können wir nicht machen. Boah, hier. So. Das ist doch mal was. So. Kann ich nochmal eine neue Card haben? Ähm. Matches bearbeiten. Show beginn. News roster. Jetzt kommt jetzt die Musik. So. Löschen. Ich mache die Card. Ja, ich mache die Card selbst. Denn wir haben einen Contender auf den MGTV Titel. Und das ist Edge. Das heißt. Ähm. Wir haben heute im Main Event natürlich. Seth. Freakin' Rollins. Gegen Edge. Und es geht um den Titel. Du wirst mal das verlassen und dann wieder reinhassen und neue Card. Echt? Ja, wir machen das erstmal so. So. Dann... Gucken wir mal. So. Was haben wir noch Schönes? Reigns gegen Mansoor. Hm. Mansoor mal einzusitzen, kann man ja eigentlich mal machen. Kann man sich ja mal angucken. Wozu wähle ich einen Roster aus, wenn hier doch wieder alle drinstehen? Cesaro. Für die Gerechtigkeit würde ich sagen. Kofi? Die Kofi? Die Kofi hat ja vorhin was anderes gemacht. Der hat ja was anderes erledigt. Das geht fit. Kann ich denn die Manager rausnehmen? Manager entfernen? Ja. Gar keinen. Alle weg. So. Und dann... Dann... So. Wir hatten vorhin... Ich kann ja mal mein schlaues Buch gucken, wenn ich es noch finde. Ich hatte doch hier mal ein Buch, wo ich die ganzen Cards noch von MGTB aufschreibe. Wo ist dieses Buch hin? Wo ist dieses Buch hin? Na toll. Auf die Kofi? Es geht. Und wo habe ich das? Scheiße. Wo hab ich den hingefrüert? Das ist doch kacke. Scheiße. Na geil. So, dann Walter gegen Kofi. Genau, das war noch vorhin. Da kam das auf. Walter. Kofi Kings. So. Ups, da muss jetzt Stefanie weg. Stefanie muss da noch weg. So. Da, zack, zack. Mensch, er fern, ja. So, so, zack. Und wirst du dich selbst erstellen und hochladen für uns? Ich glaub nicht heute, weil ich muss jetzt die ganzen Bilder und so weiter noch machen, aber vielleicht doch heute, ich weiß es nicht. So, Becky gegen Liv Warren kann man mal machen. Zum ersten Mal Frauenmatch bei MGTV. Wollen wir und Becky gegen Sascha machen oder so. 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 Das heißt, das hat keine zwei Matches mehr. Ich hab den schon weggenommen. So. New Day gegen Doutor. Das kann man machen. Find. Open Challenge mit. Und hier haben wir auch noch die. Hm. Jetzt haben wir hier noch ein schönes zu basteln. Jonika Gallo. Joel Devlin. Joel Devlin. Immer ne gute Sache. Joel Devlin gegen... Ray Mysterio. Grüß gegen Buka hat was sagt er, aber da kommt er jetzt auf eine Challenge rein. Kofi hat zwei Matches. Der ist auch Kofi. Tag Team hier oben. Da muss ich halt Big E hin. Ganz einfach. Und die Gator gegen Eddie müssen wir noch. Aber wir haben ja noch das Open Challenge Titel Match. Also Robert Roode gegen... Nehmen wir Bukati. Einfach mal so. Können wir machen oder? Sollte keine Open Challenge mehr, aber... Ne? Wäre eine Reihe einer Frauenliga möglich mit den Titeln? Ja. Würde gehen, ja. Macht doch Zufall. Ne, aber Zufall kommt doch wieder nur Quatsch raus. Teilnehmer bearbeiten. Ich mach mal einmal Zufall, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Okay, von mir aus. So. Okay. Dann... Steht die Karte. So machen wir's. Das ist schon wieder kein Titel Match. Das... Oh man, nein. Oh nein. Ich hab Show starten gemacht. Kann ich das nochmal bearbeiten? Okay. Okay, Resetten dafür. Show beginn. Matches bearbeiten. Ne. Geht doch. So. Oh, was ist das jetzt? Titel Match. Ja. Ja. Das ging früher nicht. Das ist ja schon mal schön. So. Jetzt haben wir's. Show beginn. Show Intro kann ich auspacken. Äh, ausstellen. Das ist ja auch gut. Na dann. Ihr dürft jetzt abstimmen, wen der beiden Parteien ich spielen soll. Einfach King Nakamura oder Robert Root abstimmen dürft ihr gleich, wenn jemand diese Abstimmung gestartet hat. Game and Crate, danke für den 52 Monate Reser. Spiel kommt erst am 8. Haus. Was ist denn heute für Tag? Ja. Spiel kommt auch erst am 8. Haus. Aber ich darf's schon vorher spielen. So. Sind irgendwelche Mods da? Sind Mods anwesend? Kann jemand die Umfrage starten? Ich stelle die Schwierigkeitsgrad hoch. Meinst du? Aber ich hab jetzt 3 Matches gemacht oder 4, 5, keine Ahnung. Ich hab davon nicht alle gewonnen. Also ich würd schon noch erstmal das so lassen, oder? Okay. Ihr dürft jetzt abstimmen übrigens, wen der beiden ich spielen soll. Dann schauen wir mal. Wette auch am Start. Ja, ihr dürft auch wetten. Ich dachte, du zeigst uns den Open Challenge. Ja, mach ich auch in der Regel nicht. Aber jetzt haben wir's halt bei Macht, weil wir ja das alles zusammen gerade eingestellt haben. Aber eigentlich zeig ich euch das immer nicht. Also ab dann nächstes Mal mach ich's dann weg. Martin, ist die KI stärker als... Naja, man muss sich halt erstmal angewöhnen, wie man hier kontert und so weiter. Also die Steuerung ist schon ein bisschen anders als sonst so. Deswegen... Okay. Ihr habt jetzt 62% für King Nakamura gestimmt. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Ähm... Ich glaube, die Abstimmung war auch an sich viel zu lang. Kann man eigene Songs importieren? Nein! Der letzte MGTV-Stream war am 21.06. Was? Das glaube ich doch nicht. So lange? Das glaube ich nicht. Nicht, dass Root überhaupt nicht Champion ist? Ich müsste halt mein Buch mal finden. Wo soll denn mein Buch sein? Das muss doch eigentlich in meinem Stapel liegen. Ach, hier ist es. Doch nicht. Das ist ja komisch. Was ist denn mit dem verkackten Blut? Tausend Rechnungen hier schon wieder. Sehr eigenartig. Viel mehr Möglichkeiten habe ich ja nun mal hier auch nicht. Hm... Ich glaube, ich gucke noch fünfmal in dieses Fach. Und irgendwann wird es drin sein. Wie es denn immer so ist. Aber wo ist denn dieses scheiß Buch? Das kann doch nicht vorhanden. Sehr, sehr verdächtig. Höchst verdächtig. Ich weiß ja mal nicht. So, wollen wir? King Nakamura wurde gewählt. Dann machen wir das. So, Show beginnen. Ähm... Warte, ich will mal was testen mit dem Sound-Ding. Ich spiele Reft besser als es. So. Und dann machen wir das. Nun gut. Auf geht die Bilderfahrt. Vor allem mit den ganzen Umrandungen hier zu der Crowd hin. ist ja auch geil. Guck mal, da ist auch noch eine Tür. Gibt es ein Boneyard Match? Ich glaube nicht. Aber die Crowd geht ab. Zumindest versuchen sie es. Kai... Nino, danke für den Prime Sub. Vielen, vielen Dank. So, läuft doch das. Kann man den Rev etwas spielen? Nein, man kann den Rev nicht spielen. Keine Musik, doch. Aber leise. ан. Der der divide. Der der der. Der 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 dre. Der 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 Herr. Der 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 drüte. Das ist schon mal. Der 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 drüte. Der 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 drüte. Der der der. So, King Nakamura, klassisches NXT-Match-Angelo. Gloss. Guck mal, er dreht sich über auf der Plattform, perfekt. Und die Crowd singt. Wusstest du, dass man Messiahs, Rawlings freischalten kann? Okay. Und der ist großartig anders, oder was? Guck mal, selbst hier, der Titel klebt nicht in den Typen rein, weil sie den wirklich erst außen hinpacken. So. Das ist gut. Das war sonst nicht immer. Gibt's den Universal Modus? Ja, den spiele ich gerade. Guck mal, das ist gut. Das ist ein überraschender McCall. Ich denke, das ist so viel. Guck mal, das ist so viel. Guck mal, das ist so viel. Guck mal, das ist so gut. Guck mal, das ist so gut. Ja, cool. Ja, cool. Werde ich ja wahrscheinlich, wenn ich einen Fall schalte, wahrscheinlich auch über den Rindsruhen, oder so. Und das sah jetzt Endgings, cool. Ja, gut. Dann wollen wir mal. MGTV Open Challenge Championship. Hallo, wir gucken ein bisschen durch die Kopf durch. Die Glorious Runders. Robert Roof! Glorious! Guck's mir mal an. Na dann. Wir sind also wieder on point. Nach fast einem halben Jahr gefühlt dann. Ein Dreivierteljahr. MGTV zurück. Schön, wie die Ecke. Ecke man kontert. Was soll ich sagen? Es sind so viele Kontomöglichkeiten, dass es echt tricky ist. So machen. Oh, next snap. Oh, 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 oh. Fies. Böse. Och, zack. Und zack. Und tschüss. Aber wenn es läuft, kein Chain Wrestling mehr. Zumindest wüsste ich es nicht, wenn es triggert. Das hätte man das Ding so. Das gibt es vielleicht, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe das letzte Mal 2K15 gespielt. Okay, dann ist das hier schon viel, viel besser. Ich bin immer interessiert, wie ich den nach oben sitze. Ah, okay. Wieso setze ich den nach oben? Oh, jetzt geht einer drauf! Oh, Superplex! So, zack. Immer fester rein. Und German zu Guts. Oh, hey. Schon ins Knie reingerammelt. Auch nochmal einen rein. Ah, nice. Sehr schön. Oh, erstmal genommen. Das ist gut für mich. Wenn du mehr auf Angriff gehst als auf Verteidigung, dann bist du auf jeden Fall schon mal besser dabei. Storzer Preis für das Geld. Na gut, aber heutzutage kosten ja alle Spiele so. So, zack. Und ein bisschen ins Gesicht klatschen. Das gefällt dir nicht. Yes. Was? So, wollen wir? Oh, da wollte ich nicht hoch. Oder? Kann ich völlig verwachen. Oh, das war immer scheiße. Oh, das war immer scheiße. Immer scheiße bitte, danke. Ja. Oh, glorious. Oh, bitte. Oh, das ist das. Aber wie mache ich jetzt den Kinshasa? Wie macht er den Kinshasa? Ah, so war's. Also laufen und das. Oh, was? Oh, was? Das Durchgehen seit 17.000 Zuschauer. Ja, das ist geil. Aber ist halt auch klar, heute sind ja alle geheimt. Das ist nun mal das. Game ist halt nice. Oh, Glorious CT. Scheiße. Oh, Roadbreak. Ich hab mir ehrlich gedacht, yo. Die siegt ihr gerade hier super easy. Aber ja, so viel dazu. Oh, jetzt. Nochmal Reverse CT. Komm, stir auf, stir auf, stir auf, stir auf. Oh, nein. Okay, die Running Attacks sind echt irgendwie schwierig. Beziehungsweise muss man sich angewöhnen, dass man dann weiter das auf Rennen drückt. Ach. Ach, das Ausweich macht man, glaube ich, einfach zu wenig. Oh, was geht jetzt? Nein, nichts ist. Jetzt, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf. Oh, Kinschasa. Oh, ich hab die digitale Version, weil ich das von 2K bekommen habe. Also, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen rumtödeln. Ist die KI schon hochgestellt? Ne, aktuell ist sie noch auf normal. Aber ich muss ja auch generell die KI ein bisschen anders einstellen, dass sie halt Finisher viel krasser kontert und so. Da werde ich noch viel mehr machen. Naja, haben wir erstmal noch einen Champion. Besser als 2K90? Weiß ich nicht, dafür habe ich 2K90 zu sehr geliebt. Zwei Gewalt Potenzial. Kannst mich nur fressen lassen. Ich jetzt so, willst du denn wirklich verlassen? Der Fortschritt wird gespeichert. Du kannst nicht fortschreifen, du kannst weiterspielen. In der heutigen Show, schon beginnen wir jetzt. Du kannst keine Anpassung mehr vornehmen, ja. Ich will aber jetzt mal gucken, ob ich hier noch irgendwie dann das ändern kann. Und ich meine nicht nur den Schwierigkeitsgrad hochstellen, sondern halt auch generell einfach diese Einstellung Gameplay. Also ich mache jetzt mal auf schwer, aber wir müssen ja noch das hier ändern. Habt ihr mal den Clip von meinem 2K19 Einstellung? Den sollten wir eigentlich irgendwo mal als Clip gespeichert haben. Damit ich da nämlich gucken kann, wie ich das da gemacht habe. Weil das wäre nämlich eigentlich ganz hilfreich. Generell können die Reverse jetzt auf jeden Fall ein bisschen höher. Überall vom Gegner. Jetzt, wo der schwer ist, und ich mache ihn auch noch so schwer. Ich bin schon mal wieder richtig dumm. KI-Finisher-Reversal-Rate geht auch hoch. Objekt-Reversal-Rate auch. Eingriffe beim Einzug finde ich richtig scheiße. Eingriffe im Match von mir aus. Das Fallzeichen haben wir schon gemacht. Standard-Reversal-Finster. Standard-Reversal-Fenster. Boden-Reversal-Finster. Signature- und Finisher-Reversals. Die sollen natürlich deutlich schwieriger für mich sein. Rough-Buffen-Reversal auch. Ausdauerkosten sind natürlich hoch. Ausdauer-Wiederherstellungsrate ist niedrig. Benommenerholungsrate ist auch niedrig. Rollert-Häufigkeit auch weniger. Rollert-Dauer. Keine Ahnung. Benommenheits-Aufbau. Hier ist schon ein bisschen was Neues mit dabei. Und so. Klingt Zeit für Gesundheitsregeneration. Geschwindigkeit. KI-Schaden. Ich glaube, wir müssen hier uns komplett neu reinballern. Ich will jetzt gar nicht mehr Zugbegreifen. Okay, keine Ahnung, was das alles ist. Aber wir machen es mal so. Alles mal ein bisschen anders einstellen. So, dann geht es jetzt weiter. Da, Universe-Modus, weiter. So, heutige Show. Show beginnen. Wieso kann ich das jetzt... Ne, okay. So, weiter geht's. Jordan Devlin gegen Ray Mysterio. Ihr dürft auswählen, wen ich spielen soll. Ich werde euch nicht beeinflussen. Aber Jordan Devlin wäre schon cool. Dann können wir auch wieder was trinken. Und jetzt geht's. die die ist mehr jahre ist geil dankeschön so post auf euch freunde gegen devlin irgendeinen heal nehmen sollen viele wahrscheinlich so wer wäre das jetzt eigentlich nie gesehen ich weiß nicht was ich für eine kombos halten soll ist doch kein wenn ich 10er kombos machen will spiele ich tecken ja so schlimm ist das aber nicht also es ist halt einfach nur dass der halt andere moves macht wenn du vorher andere ketten gemacht hast es ist jetzt nicht es ist aber auch eigentlich immer gleich also es ist jetzt nicht so kompliziert im endeffekt spielst du ja sowieso nicht und sagst oh ich möchte jetzt gerne den 1 beinbuster machen sondern du spielst ja einfach und machst halt ein move welcher move ist dann ist es ja eigentlich auch mehr oder weniger egal ich habe zu 61 prozent mysterio gewählt ich glaube da passiert nicht mehr viel dann lassen wir es so oder loggen wir das ein dann los ich werde mal noch die musik ein bisschen lauter machen dann kann man noch vier verschiedene starke schläge ausführen ja aber halt auch schwache schläge und die kannst du miteinander auch kombinieren ich werde bis 0 Uhr streamen und danach werde ich mich machen also noch knapp eine stunde weil dann könnt ihr alle anfangen das spiel zu spielen dann ist es für euch raus also für die 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 deluxe edition auf jeden fall haben und dann könnt ihr selbst loslegen und hand ans spiel legen und dann werden wir hier weitermachen am spätestens mittwoch kann sein dass ich einfach morgen bock habe auf das game kann schon passieren und dann einfach online kommen und zocken weiter aber kann auch sein dass ich einfach mittwoch dann klassisch um 20 uhr wieder den streamer müssen wir mal sehen wie wir bock haben ich hatte so ein wögel es wird Hmm ich weiß nicht nicht mehr schläge also das ist ich weiß nicht mehr so ich weiß nicht mehr dassel es gibt sehr viele probleme ist das alles schwierige eingestellt ich glaube jetzt werde ich richtig schlimm Reicht da die Exes? Ja, denke mal, ja. So, okay, auf geht's. Ray Mysterio gegen Jordan Devlin. Schon mal eine schöne Paarung. Wow, einmal nichts. Ah. Mein erster Druck von dem Game ist durchgehend positiv. Aber es sind, glaube ich, nicht verschiedene starke Schlägerinnen. Nicht, ja. Ja, doch. Vielleicht doch. Du hast halt in allen Positionen halt starke und schwache Aktionen. Und er auch starke und schwache Grapples und so. Ist das schon mal? Nicht so schlecht. So, schon, wir sind dann auf dem obersten Seil. Und der Moonsault geht ins Leere. Ui. Ui. Nice. So, jetzt kann ich so machen. Und, oh, in die Eierstücke. Wenn ich das jetzt mache und das. Okay. Muss ich da jetzt einen anderen Kopf drücken? Ja, der macht dann schon einen anderen Lachen. Das ist schon... Oh. Oh. So, jetzt habe ich zum Beispiel jetzt würde der gerade einen starken Schlag im Grapple machen. Oder sowas hier zum Beispiel. Oh. Und dann, ähm... Habe ich aber mit der gleichen Taste ein bisschen Kontra. another 是! dominiert. Das ist jetzt noch ein bisschen Kontra. Das ist einfach. Und jetzt haben wir die Eierstücke. Und dann habt ihr die Eierstücke. Kommen wir jetzt aus Einschalten. Wie ist das denn? Haben wir? Das finde ich auch so cool. Dieses Ground and Pound wechseln. So. Und es ist Zeit. Für den Six One. Oh nein. Fuck. Aufgehalten. Voll gut. Oh scheiße. Da habe ich gedacht. Jetzt geht es ab. Oh. Nichts ist. Oh Herrgott. Oh. Alter. Inburger. Geil. Aua. 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 Die Matches sind dann halt wirklich so ein bisschen Momentum schützt. Erst bist du die ganze Zeit over. Und dann kann er nichts machen. Und wenn er dann einmal die Chance bekommt. Dann nimmt er dich auseinander. So. Das ist schon. Oh. Oh. Wunderschön. Geil. Normal. Neuer Versuch. Jetzt aber. Six One Nine. Nein. So. Und. Das war's. Eins. Zwei. Drei. Zusammen. Grüße. Den. So. Rame Mysterio. Besiegt. Jordan Devlin. sichtlich enttäuscht so jetzt kommen wir mal weiter so tag team jetzt bin ich mal gespannt wie die k.i. als tag team agiert lohnt sich das spiel zu holen ja auf jeden fall ich finde es richtig gut wenn jetzt noch die ganzen creator loslegen und die ganzen anderen wrestler bauen dann weiß ich nicht was man sonst besser machen soll also ich bin immer noch sehr positiv gestimmt auf das game so dann haut mal raus ja den soll im moment nehmen ja einmal abstimmen bitte preis für sie sind schon bekannt keine ahnung und dafür täuscht dass der ringrichter fast nur still steht und aussieht wie ein roboter sich bewegt wenn bewegt er sich komisch also wenn er sich nicht bewegt ist scheiße und wenn er sich bewegt ist auch scheiße okay ich habe da nicht so drauf geachtet bisher so man kommt cesaro zu unlimited wenn er bei impact wrestling auftaucht dann welche wrestler sind noch dabei die schon entlassen sind ein haufen wirklich ein richtiger haufen fast alle und dann besser als früher ich habe online noch nicht gespielt wenn man die deluxe edition dann kann man heute spielen ja so ok ihr stimmt gerade ab eure wahl fällt auf new day wie es aussieht falls sich das gleich noch ändert dann werde ich doch dann das auch ändern aber ja okay Big E und Coffey äh Big E und Kurz haben keinen gemeinsamen Entrance ja wahrscheinlich weil Big E ja im single Bereich hier mit am Start ist so kommt er jetzt raus mit Unicor Big und so auch gerade Pauli dann wie gut zippt auch gerade Pauli dann wie gut zippt auf jeden Fall Ich finde diese Tuketur nicht mehr rum. Insofern hatte der so sein letztes Match bei der WWE. Vor drei Jahren, zwei Jahren? Ja, auch nur einmal. So. Ich glaube, ob die Interesse haben. Ja. Okay, so okay. Okay, sie haben nur einfach den generischen Tag Team Endpoints, den jeder... Also den einfach jedes Tag Team hat. War komisch. Also sie sind ja auch noch nicht als Team im Game. So, das sind ja jetzt noch gerade die Single-Beteil. Schoens haben wir noch mal getestet? Ja, ist richtig cool, finde ich. So, na dann. New Day gegen Umberto und Angel Garza. Oh, oh, geht spiellos. Alter. Oh! Was ist denn? Was ist denn? Ich bin das auch. Komm mal, reilen erst mal. Gehst du nach 0 Uhr weiter? Ne, eigentlich nicht. Oh, nice. Ich streame jetzt seit 6 Stunden das Spiel. Also eigentlich, äh... Ja, muss dann auch mal Ende sein. Und wie gesagt, ihr wollt morgen News haben. Also ich muss auch noch ein bisschen arbeiten. Ne, dem Arbeiten, den ich gerade mache. Ich habe euch schon ein Video gemacht, also... Es ist gerade wirklich quasi von gestern an... ...durchgeackert. Okay, dann tagge ich jetzt auf. So, Biggie. Hau den nicht da! Yo! Einfach, weil er kann. Nicht, guck, wo auch nicht live. Immer in den Magen, weil es so schön ist. Oh, jetzt ja. Ja, moin, Detlef! Kann man mal machen! Und tschüss! So, dann können wir mal das machen. Und dann kann man mal das hier machen. Und dann macht man so. Und macht so. Powwow! Nach draußen! Einfach, weil es geht! Oh, da ist ein Ruff mit Daumen. Das wollte natürlich keiner. To throw a slam. Okay. Oh, schüttel. Oh, schüttel. Oh, schüttel. Boah, weggespielt einfach mal so. Stumpf. Oh, 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 oh. Die, 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 die. Und nun so. Und dann kommt es rein. Und dann kommt es rein. Und die Animation ist aber trotzdem noch gut, dass das flüssig aussieht. Oh oh. Und Bertro, was willst du? Nichts willst du! Oh oh. Und schon sieht das nicht mehr ganz so easy aus, wie ich je gemacht habe. Und durch die Kombos sowieso nicht. Hot-Tag. Oh 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 oh. Oh nein. Nicht der Reins. Na. So machen wir das hier aber nicht. Guck mal, jetzt habe ich einen roten Kopf. Es ist wirklich mit der Offense echt... Du fliegst schnell, wird mich auch dann... Es sind die anderen oben hier. Es ist halt... Oh fuck! Krass! So einfach verliert man. Das geht echt schnell. Wenn der erstmal durchziehen kann, wenn er ein paar Möglichkeiten gekriegt hat, ein paar Dinger da rauszuhauen... Dann geht er jetzt ganz schnell. Krass. Weil ich habe gerade auch... Ich hätte auch dieses Dings machen können, aber ich wusste nicht, was ich drücken soll. Das stand da zwar, aber ich war jetzt... Das war zu spät, das war zu schwierig für mich, schnell durchzublicken, was ich für Widerstand machen muss. So, aber so geht es auch. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Und dann machen wir mal das. Den gehen wir jetzt nochmal hier ganz zurück. Und dann machen wir die Audio-Loud-Stärke für Musik nochmal ein bisschen hoch. Und dann machen wir die Kamera-Schwenk-Aus. Und dann... Das... Ah, passt. So. Gucken wir nochmal, was Community-Inhalte angeht. Maurice Batista hier als... Oh, mit dem Bauch-Tattoo? Äh, voll gut. Oder hat der das auch so drin? Aber ich glaube nicht. Schließe alle Ziele für Remastery gegen Batista ab. Ja, toll, ich kann die nicht runterladen. Ist ja auch lustig. Also, Showcase muss noch sein. Kannst du schon zocken über Steam? Ich spiele das nicht über Steam. Ich spiele das über die Xbox und ich kann das zocken, weil ich mit 2K gepartnert bin und deswegen für euch exklusiv heute schon dieses Spiel spielen darf. So, jetzt passiert ja aber gerade gar nichts. Ich habe also wahrscheinlich gerade was ausgelöst, was man so nicht machen sollte. Kannst du nicht den Booster nutzen, um alles freigeschalten? Habe ich, aber den, äh, Dings, den musst du trotzdem spielen. Den, äh... Den Remasterio-Modus da grüns. Also, ich habe schon alles freigeschaltet. Aber das musst du trotzdem machen. Den Showcase-Modus. So, ich will aber trotzdem noch mal gucken. Hier die Inhalte. Downloads. Ja, ich erstelle mich noch selber, aber wahrscheinlich nicht mehr jetzt. So, was haben wir noch Schönes? Liv Morgan. Nochmal mit anderen Klamotten. Okay. Ach, sieht das jetzt gerade so grün? Weiß ich gar nicht. The Fiend. Bray Wyatt. Guck mal, da geht es doch schon langsam los. Ja, noch nicht perfekt, aber... Die arbeiten dran. Er hat sich wieder nicht hingekriegt. So, All Elite Arena ist auf jeden Fall auch schon am Start. NXT 2.0 Arena ist schon da. Naja, halb zumindest. Dynamite. Tunnel sind falsch rum. Aber ist schon mal nicht so verkehrt. Modus bei Universal. Ich weiß nicht, was es ist. Ich denke mal, da wirst du einfach nur diese Matches immer für dich, für den einen Ressler spielen. Aber ansonsten nichts. Okay. Galaxy Dome. Was ist das denn? Big Show. No, das ist doch gar nicht so scheiße. Das ist schon ganz gut eigentlich. Also auch noch... Da geht noch was, aber es ist jetzt auch nicht kompletter Quatsch. Ich möchte noch mal den Universal Champion vormachen, weil man den nochmal hochgeladen hat. Kost und ProTribble. Ja, läuft auf jeden Fall. Oh, J-White-Bild. Auch nicht schlecht. Kann man alles nochmal gebrauchen. So, was haben wir hier noch für eine Arena? Ja, da kommen wir doch schon langsam ran, oder? Wie sie alle schon die Bilder hochladen, aber die Rests laden noch nicht. Ja, also da geht schon noch einiges. Aber lustig. So, dann... Wo war ich gerade? Julius-Modus. Weiter. 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 Und das nächste Match. Becky Lynch gegen Nikki Ash. Stimmt ab. Und so langsam kommen die Creator. Ja, ja, ja. Wie lang ist es heute noch? Bis 0 Uhr. Wie soll Jericho in-game sein, wenn er bei All Elite ist? Es sind einige Leute, die bei All Elite sind im Game, aber... Jericho ist schon zu lange raus. Also, Jericho ist nicht im Spiel. Aber der wird nachgebaut und dann passt das schon. Lass die Creator erstmal machen. Mario, danke für den Emo. Habe seitdem du angefangen hast, zockt mein Praktikumsbericht angefangen. Sehr gut über die Scheiße weggeholfen. Wie ein Hammer. Stream liegt ein bisschen... Ich lege mich ein bisschen aufs Auge. Okay, dann schlaf gut, meine Lieber. Und danke schön für deinen Support. Sehr nice auf jeden Fall. Und ja. Ich gucke mal hier schon mal so ein bisschen rum. Ich bin ja in so einer Gruppe von Creatoren und so. Auch was Mods und so angeht. Und alles mögliche. Ob die da schon irgendwas für Dings gebastelt haben. Aber sieht noch nicht so aus. Naja. Aber so. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Also, wenn die denn hier erstmal alle anfangen, den ihre Creations zu machen und so. Weil die ganzen Leute, die vorher 2K29 created haben, das haben ja immer noch alle gemacht. Also, die guten Creator haben 2K19 gemacht und sind nicht auf 2K20 gegangen. Und wenn jetzt aber rauskommt, hey, 2K22 ist gut, was es ist, dann werden die ganzen Leute von 2K19 auf 22 wechseln. Und das wird dann richtig lecker. Also, da kann man sich auf jeden Fall freuen. Becky Lynch wurde gewählt. Dann machen wir das. Also, da wird so viel geiler Scheiß rauskommen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt erst in der ersten Woche bei den Universe Modus. Besser als 2K20 auf jeden Fall. Kann man die Kamera so im Gelben einstellen, dass sie etwas höher ist? Nein. Man kann sich aber einstellen, dass sie ruhiger ist. Also, du kannst die Kamera von so, so machen. Hab ich jetzt auch bei mir drin. Du wirst es gleich sehen. Da kommt's ja vorbeigeflogen. Vorbeigefliegt. Ach ja, Niki. In 2 Wochen wird übrigens ihr Ehemann bei uns bei Unlimited Wrestling sein. Denn wir haben ja bei uns Kylian Dane, also Big Dammo. Der wird ja bei uns bei Unlimited auftreten. Wofür ihr natürlich Tickets schon gekauft habt auf tickets.unlimitedwrestling.de Und, äh, ja, Big Dammo ist ja mit Miki Ash, Miki Cross zusammen. Schöne dich die Ringseile gar nicht und finde so, äh, nicht, dass der Ring etwas kleiner wird. Ich finde auch, dass der Ring etwas kleiner wird. Ähm, und die Ringseile stürmen mich lustigerweise nicht. Ich hab sie zwar, also ich sehe sie, ich nehme sie auch wahr, aber so richtig krass stürzt mich nicht. Guck mal, so hab ich's jetzt. Ich finde, das ist okay. Also ich hab jetzt, ich hab jetzt wie gesagt die, ähm, diese, diese Kamera ein bisschen Ring stellt. Also die eine, die neue Kamera quasi rausgenommen. Halt. Und, ähm, ja, ich finde, so kommt man schon klar. So, weißt du, das ist halt diese, dieses Kamera-Schwenk. Das musst du halt ausmachen. Und dann geht es. Wackelnde Kamera kann man eigentlich auch ausmachen. Ähm, ja. Und dann, finde ich, geht's eigentlich klar. So. Ich hab' auch gedacht, dass es mal gestört. Der größte Angst ist, dass ich mit der Steuerung nicht klarkomme. Ja, aber kommst du, das ist wirklich, das ist, ähm, die Steuerung ist logisch. Das ist halt einfach das Ding. Die Steuerung ist wirklich logisch. Machst mit X, machst du leichte Schläge, mit A machst du, äh, harte Schläge und mit, äh, B oder mit Kreisheit in dem Fall, machst du, äh, Grappels. Und stark, na, auch wieder das gleiche System. Du machst leichte Schläge, leichte Grappels mit B und X. Also erst B drücken für den Lockup und dann leichten Grappels mit X. Dann harte mit dem gleichen Liegen mit A und Rips machst du mit B. Also B, B ist ein RIP. Und B war früher auch schon ein RIP. Also das hat sich nicht geändert. So, von daher ist die Steuerung schon logisch. Können die Entrance noch geabredet werden bei Reigns und Becky? Wie müssen wir sie bei Reigns noch anders machen? Ja, geil, so dass Styles verletzt ist. Echt? Okay. Werde ich mir dann alles mal angucken. Und Reversal ist das grobe Ding immer noch mit Y. Das war in 2K20 auch so, also im Dreieck dann bei der Placing. Das war in 2K20 auch so. Bei 2K20 war das auch so. Und bei 2K19 war das halt der R-Knopf, der jetzt halt einfach auf Y ist. So, und das mit dem Finisher und Signature finde ich auch logisch. Weil um Signature zu machen, machst du halt, drückst du den Finisher-Knopf mit dem leichten, also mit X zusammen. Und um den Finisher zu machen, machst du das mit dem schweren, also mit dem A-Knopf. Also es ist halt schon logisch. RT halten und Dings. Okay, das hätte ich also mit dem Kopf noch hin. Guck mal, Nicky Ash nimmt mich halt schon auseinander hier. Jetzt sehen wir, die ist schwierig. Oh, Alter. So, jetzt haben wir ein Problem. Oh, 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 oh. Oh, Miss-High-Drop-Kick. Und noch mal. Ah, ja. Lisse, Richter, die gekontert. Alles schön. Bam, German Suplex. Aufheben ist immer noch so wie immer. Zack. Easy. Oh, oh. So, und hier, das ist halt das. R für den, für den starken Finish, keine Ahnung. Und A mit dem starken Move ist dein wirklicher Finisher. So. Und das auch mal. Zu schwer, zu schwer. aber der ist gemacht. Oh, Gott. Oh, oh. Oh! Mitten im laufenden Move gekannt aus. Oh, Northern Lights! Oh, jetzt dreht sie durch! Jetzt dreht sie durch! Oh, nice! Oh! Das war Dropkick! So, komm! Und... Nochmal das Ding! Rum, raus, rüber, rein und... Arm abreißen! Der muss auch mal ab hier! Der soll wieder abgehen! Den brauchst du doch nicht mehr! Ist doch auch unnötig! Wie macht sie denn den Manhandle-Slam? Finisher, das Arme, das Arme... Ach, toll! Okay, dann muss ich das mal noch ändern bei Becky... Dass sie denn halt den... ...Mailhandle-Slam als Dienst macht! ...Mailhandle-Slam als Dienst macht! ...Mailhandle-Slam als Dienst macht! Oh! Fuck! ...Mailhandle-Slam als Dienst macht! Du kannst dich halt wegducken und so! Das ist halt auch neu! So halt! Na, damit kann man halt auch schlägen kontern und so! Aber schlägen können auch an sich immer gekontert werden! Aber Kombo ist halt nicht! Das hat irgendwie noch nicht geklappt! Das muss ich auch nochmal richtig machen! Wenn jemand da oben ist, dass du den halt oben... ...attackierst! Ein Roller G noch! Ja! Zumindest habe ich schon vorhin eingemacht! So! Und hier siehst du... ...das Ding! Und... ...Tschüss! Eins! Zwei! Was?! Nicht dein Ernst! Warte mal! Moves! Stehend vor Gegner-Aufgabe! Stehend vor Gegner-Aufgabe! So! Wie halten wir das? Au! Alter! Okay, auch cool, dass die zweite Version mit dem gehaltenen Dings dann gemacht wird! Ist auch logisch! Und das war einmal nichts! Dann halt so! Nein! Jetzt aber! So! Da haben wir's! Und... Rrrr! Road Break! Gucken ob das klappt! Oh nein! Der Ref kommt nicht durch! Eins! Zwei! Drei! Gut! Das hat aber auch schon immer geklappt eigentlich! Auch wenn man Submission-Move gemacht hat! Submission-Finisher und danach gepinnt! Das hat schon immer funktioniert! Ja, man kann auch in diese Position tragen! Ja, das geht auch! Tragen ist dann mit R1! Hochverdient! Ausgestattet, dass man die Superstars blüten kann! Ja, das ist wie es sieht! Oder allgemein nicht! Ne, doch! Das habe ich eingestellt! Aber kann sein, dass die Frauen wieder nicht blüten dürfen! Weil... Sie es schon einmal im Monat machen oder so! Ich weiß es nicht! So! Okay! Weiter! Dann! Kofi Kingston gegen Walter! Hatten wir vorhin schon eine kleine Auseinandersetzung! Das kann so natürlich nicht gehen! Da muss Kofi auch mal auf die Fresse kriegen! Deswegen... Deswegen... Jetzt das Match! Schade! Danke für den 30-Monats-Resub! Und jetzt hat gleiche Entrance wie 2K20! Schade, dass das Abbild von ihm nicht drin ist! Dass dieses Abbild von ihm nicht mit drin ist! Das Abbild! Aber... Ray hat auch den gleichen Entrance wie 2K20! Diese Statue! Achso! Ja gut! Das ist doch scheißegal! Ja! 3D-Animation! Ja, die ist... Die ist aber auch bei... Also die ist bei keinem drin! Das ist halt einfach noch nicht... Ich soll es Sandy nennen! Sandy! Ich grüße dich! Spielst du? MyGM-Modus! Das habe ich vorhin schon lange gespielt! Zumindest hat sich für mich lange angefühlt! So richtig passieren tut ja nichts! Das ist ja eher so... Macht man halt! So... Wir warten noch auf eine Umfrage! So... Wem wollen wir denn spielen? Der erste Eindruck vom Spiel ist... Top! Schon alleine, dass ich einfach Bock habe das zu spielen, ist halt auch schon ein gutes Zeichen! Weil ich ja wirklich 2K19, ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf! So, ich habe das jetzt so lange gespielt! Wir hatten ja gestern geguckt! 2... Äh... 121 Livestreams! Habe ich 2K19 gespielt insgesamt! Und da... Rass sich aus! Das geht nicht! Also... Ich hab... Ich hab halt jetzt richtig Bock mal auf was Neues! Und das ist halt echt gut! Gibt wohl wieder dynamische Lebensenergie? Ja... Gibt's... Collectors Edition oder Deluxe auch vollkommen... Keine Ahnung! Musst du entscheiden, ob du das was da drin ist, ob du das spielst! Ob du das machst! So... Weitere habt ihr gewählt! Gute Entscheidung! So... Ich... Ich würde wahrscheinlich die normale Edition... Also die normale... Collectors Edition dann auch! Das würde mir wahrscheinlich auch reichen! Weil ich dieses My Fraction Ding wahrscheinlich nicht spielen werde! Aber... Wenn du das spielst... Ich weiß ja nicht! Wenn das so ein bisschen wie... Ähm... Ultimate Team ist, dann ist halt die Frage, ob du halt bei... Äh... FIFA auch Ultimate Team spielst! Wenn du das viel machst, dann gönnt ihr! Mitbekommen dass NXT corporations selber entstanden haben, wie immer am gleichen Tag wie WrestleMania Tag 1 ist... Wie sollte das gehen? Na... Indem das davor läuft... Or... Dann kommt erst NXT Und dann auch raus... Uh... WrestleMania Tag 1! So... Damit man überhaupt keinen Bock mehr drauf hat auf WrestleMania! Von Vienna, Austria. Weighing in at 297 pounds. The NXT UK Champion, Volta! Guys, how impressive is this massive human being? I agree wholeheartedly. This man held the NXT UK Championship for, get this, 870 days. That's two years and four months. Talk about dominance. Yeah, this is a man in Walter, who raises the game of everyone around him. Ein Eisler erst seit vier Wochen hinter. Das können die doch nicht schon drin haben. Okay, wenigstens würde ja die Namensänderung easy sein. Aber die müssen ja jeden, jedes Commentary neu einsprechen. Wenn die jetzt den Namen ändern wollen. Und deswegen, das kriegst du in ein paar Wochen auch nicht mehr hin. Kofi! Kofi! Kingston, who finally realized his dream to become a WWE Champion. And is a WWE Champion. Representing the New Day. From Ghana, West Africa. Weighing in at 212 pounds. You look at the resume of Kofi Kingston and everything he's accomplished. But you cannot forget when Kofi Mania ran wild at Wrestlemania. And Kofi Kingston became the WWE Champion. It cemented Kofi's legacy, Byron. It made him a surefire first ballot Hall of Famer. Kofi Kingston the real deal. If you don't believe human beings can fly, Kofi Kingston is happy to prove you all. Okay, weil es einfach weiter ist weiter im Punkt. Ja, das kann auch sein. Oh. Dann mal los. Kofi eine Runde zusammenschlagen. Walter gegen Kofi Kingston. Und auf geht's. Nichts ist. Bats. Da. Gleich mal richtig jungen Peep. Gut ins Gesicht. Ich finde das wackelnde Kameradings, das sollten wir wirklich, das sollte man ausschalten. Ich glaube, das ist besser. Wenn es auch so nah dran ist und so, ich glaube, da kann man einfach besser mit. Ah, viel besser. Er nimmt mich mal gleich wieder dran, wenn ich im Hauptmenü bin. Mainmenü, würde ich eigentlich sagen. Mainmenü, würde ich sagen. Eskaliert. So. Erstmal wegchotten. Controller ist so derbe laut. Aber das ist, ja gut, der liegt aber halt, also ich habe ja auch den Controller direkt am Mikrofon. Da ist es halt klar. Aber der neue Xbox-Controller ist wirklich lauter als der alte Xbox-Controller. So. Und. Oh, Jackhammer. Oh, soll er close sein? Truck Kick. Nein. Das lassen wir natürlich. Und. Was mich ein bisschen komisch finde, ne, ich hab mich noch nicht erstellt. Was ich ein bisschen komisch finde, ist diese Animation. Ähm. Mit dem, diese Kampfposition, werde ich jetzt machen. So, wenn die halt so nah dran sind, dann machen die halt noch diese komische Kampfposition und hüpfen halt so komisch. Von einer Oh-Oh-Oh-Oh. Oh, dang. Elektra. Verbind. Musch ist. Trouble in Paradise. Nice. Senz mich hier voll weg. Kick-Out. Oh, 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 oh. Und nochmal ein hinterher, weil es so schön ist. Warte. Oh. Der kann schnell drücken, der Junge. Das ist ein krasser Typ. Alter. Dafür möbel ich hier die ganze Zeit Kofi und dann sowas. Oh, oh. Und so schnell wendet sich das Blatt in diesem Spiel. Oh. Oh. Zack. So, jetzt gibt's auch die Fresse. Oder auch nicht. Oh. Alter. Walter schon wieder Platzwunde. Und Job. Und ein Job. Weil es so schön ist. So, jetzt rechts. Oh nein. Finisher gekontert. Das ist dein Ernst. Oh. Yo. Aufgehalten. Powerbomb. Jetzt noch nicht der Finisher, aber trotzdem funktioniert. Oh shit. Ja. So. Bam. Schön die Kloslein gepelzt. Oh, jetzt. Jetzt aber. Zack. Oh nein. Wieder den Finisher gekontert. Das ist nicht dein Ernst. Oh. Okay, 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 okay. Das muss ich jetzt hinkriegen. Oh, Trouble in Paradise. Oh, es geht. Es geht. Man kann es schaffen. Man muss halt schon der krasseste Drücker der Welt sein. Oh. Alter. Das ist zu krass. Aber das halte ich nicht so lange aus. Alter. Walter ist zu krass. Und da kommt der Nächste. Oh, fuck. Puh. Ja, viel masturbieren sie jetzt hier noch mal durch. Alter. Krass. Naja, kann schon schnell sein Knöpp drücken, du. Kannst du mal wissen. Acht Troubles in Paradise anweiten. Ja, oder so, ne? Kann man diesen roten Randeffekt ausschalten. Ich habe dafür noch keine Funktion gefunden, aber ich würde auch hoffen, dass es irgendwie geht. Weil ich finde das auch komisch. Haus, danke für dein frisches Sub. Dankeschön. So wird weiteres mein Roster 9 rausgegen. Ja, ich decke auch. Gut, gut, gut. Wichsen und schnell Knöpfe rücken kann auch wie kein zweiter, das stimmt. So, jetzt mal wieder zurück. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Macht diese wackelnde Kamera und macht diese Kameraschwenk aus. Dann sieht das wirklich schon mal viel, viel besser aus. Erschöpfung ein. Könnte sein, dass das ist, oder? Wenn ich Erschöpfung ausmache in der Präsentation. Obwohl, da ist ja dieser, vielleicht ist das auch nur dieser kleine Balken, der da oben drüber ist. Aber den muss ich auch nicht unbedingt haben. Steuerungshilfe. Reversalanzeige. Regieschnitte. Wackelnde Kamera aus. Replay nach dem Match. Das weiß ich halt nicht, was er hat für Eingreifen. Kämpfen. Das verstehe ich nicht so ganz. Ringrichter-Counts einzeigen. Das finde ich aber immer schon cool. Wasserzeichen machen wir jetzt auch aus. Und hier Pin-Minispiel. Ich finde das Minispiel gar nicht so schlecht. Halten im Minispiel hinzulassen. Rope-Break automatisch. Auto-Reversal für Bodenangriffe. Kaufempfehlung? Ja, auf jeden Fall. Ein paar Arbeiten sehr stellte Superstars. Das ist wirklich nur noch das hier, was man noch weiter rumtütteln kann. Damit man es noch schwerer macht. Aber das war ja jetzt gerade eigentlich ausgeglichen und ich habe verloren. Das ist doch okay. So können wir doch so erstmal bleiben. Ja, ich finde das Menü auch sehr geil. Warum Wasserzeichen aus? Ach, verhebe ich das manchmal irgendwie. Manchmal ist das WWE-Logo so riesig in der Ecke. Das sieht manchmal übelst dumm aus. Ähm, so weiter geht's. Der Monsterchamper gegen Mansoor. So, ich darf wieder abstimmen. Das ist die Series X-Version. Das ist die Serie X-Version. Ok, einige haben mir jetzt geschrieben wegen dem Livestream, aber ok, cool. Ich glaube, es gibt den Universe Modus auch in 2K90, aber sowas. Unterschied zwischen Series 6 und PC, ähm, Next Gen und äh, nicht Next Gen. Ok, Jumper wurde gewählt. Das lädt aber lange für die... Ne, ne, das lädt nicht so lange. Es war einfach nur, ich muss auswählen, wen ich spielen will. Dann... Beep, Beep. Oh. Ne, 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 so fast. ...Schedule 4-1-4. ...Making his way to the ring from Milwaukee, Wisconsin. Weighing in at 201 pounds. The NXT Champion! Tommaso Ciampa! Tommaso Ciampa calls himself the Blackheart because he makes no distinction between friend and foe inside the ring. And Byron, that never bodes well for Ciampa's Opponents. A man driven by desire and passion, which is interpreted by some as unbridled Ruthlessness. You look at Ciampa, you look at a guy who has threatened careers, ruined psyches and that's for the people he actually likes. That's the genius of being able to take the humanity out of the equation. Neu dabei. Wieso steht da Smackdown, obwohl es ein NC-Schuss? Ähm, weil das der Universe-Modus ist und du kannst das, kannst die Arena auswählen, das Logo auswählen und so. Und ich hab halt noch nicht das Logo, was ich eigentlich da reinhaben wollte. Und auch noch nicht die Arena. Ich hab halt einfach nur, du hast es erstmal genommen. als Platzhalter, solange bis ich es erstellt habe. So, man, so. A.K.A. Mustafa Ali. A.K.A. Seth Rollins. B.O.: A.K.A.T.B.: A.K.A. börts основες, der erste Spiels. Das ist dein Parets, ich dachte. das ist nicht unbedingt in diese Mängel so sogar so was schon war gegen mehr zu und jetzt auf die Fresse wassit What the? Guck mal, wie der die Close-Line abgeduckt hat und direkt in die Schweine geht. Das ist gut gewesen. Nice. Schön fühlt sich. So. Oh. Oh. Was ist das? Oh, Back-Body-Drop. Nice. Und? Da muss man kurz eintreten, das ist natürlich jetzt hier aber auch nicht erwünscht. Da muss man kurz draufhauen, das geht so jetzt nicht anders. Ey. Oh. Gehreut. So, dann fassereien. Ganz. Sie haben eine Stimmung getan, oh, eine ganze Menge. Aber nichts Schlechtes für mich. Die Stimmung geht völlig klar. Okay, Jumper. Oh. Alter. Aus dem Rollen kann ich sein Kopf festhalten. Yes. Oh, gut. Ach. Schön, Frau, nicht. Ja. Ja. Damn. Nice. Schöner Move. Nice. Gut. Aber. Ah, kann ich zu schnell drücken. Legend, mein Freund, zwei dreißmalen Tres-Up. Ich kaufe mir jetzt nicht mehr kriegen, sonst wäre ich nicht bealterlich, wenn ich ein Privatfahrer. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Oh, super cake. Alter. Oh, gut. So, jetzt. Oh, nice. Und zack. Nice. Großartig. Eins. Zwei. Ach. Na denn. Dann so. Und. Für den Ending. Eins. Zwei. Drei. Drei. Yes. Nice. Geil. Besser als vorher. Besser als vorher. Besser als vorher. Das war auch nicht schlecht. Und man kommt doch relativ easy rein. Es gibt. Ich. Ich bin dabei. Geil. Ich find's gut. Guck mal. Dann boot wir doch nur an der Seite. Das ist, das ist schon geil eigentlich. Es gibt also jetzt viel mehr Möglichkeiten für die Platzwunde und so. Da haben die gut dran gearbeitet. So, dann kommen wir zum letzten Match für heute. Und zwar das MGTV Championship Match. Hat er scheinbar schon wieder nicht genommen, wie es mir scheint. Weil sonst würde ja der Titel in der Mitte sein. Oder? Was hat das Schöne nicht geklappt? Das sehe ich doch. Naja, dann werden wir das manuell danach einbasteln. Edge gegen Seth Rollins. Dieser Bug mit dem, dass er immer die Titelmatches dann wieder rausnimmt. Das war aber im letzten Spiel auch schon so. Die Titel von Champa Signature oder Finisher? Im Game? Weiß ich nicht. Also ich hab ja gerade Fertile Ending als Finisher gemacht. Ich hatte jetzt keine andere Möglichkeit noch einen Finisher zu machen. Weil ich ihn gleich besiegt habe. Aber ja. So, dann stimmt mal ab. Und dann kommen wir zum letzten Match des Abends. Jetzt sieben Stunden das Spiel durchgespielt, ey. Ich mach das eigentlich nicht mehr so krass. Dass ich ein Spiel habe, wo ich sage, Alter, das sucht ich wirklich den ganzen Tag. Aber das ist geil, wenn man mal wieder so ein Spiel hat. So, ne. Eigentlich sag ich ja auch nach drei Stunden streamen und so. Dann zocken, dann reicht doch wieder. Aber hier muss ich sagen, nee, ich hab Bock. Muss noch sechs Minuten warten. Ja, ich bin halt Partner bei Dukay. Deswegen kann ich das schon vorher für euch spielen. Für die Unentschlossenen, die jetzt wissen, Alter, das Game ist geil. Kaufen. So. Na, dann stimmt mal ab. Edge gegen Seth Rollins. Rollins ist MGTV Champion und es geht um den Titel. Ich will es nur sagen. Wie kann man 2K Partner werden? Wenn du das schon fragst, dann wirst du es nicht. Das kann man werden, indem man einen großen YouTube-Kanal hat. Oh, das wird sehr knapp. 52% gerade für Edge. 51%. Und Edge mit 51% wurde gewählt. Uiuiuiuiuiui. Okay. Aber es ist ein gutes, guter Main Event für den heutigen Tag. Damit kommt noch klar. Da sieht schon cool aus, oder? Größere Bugs aufgefallen oder alles? Bisher ist noch nichts wirklich Schlimmes aufgefallen. Ich glaube, ich habe zweimal gesehen, wie irgendwie ein Arm vertittelt war. Zweimal in den 7 Stunden, die ich jetzt gespielt habe. Und ansonsten zweimal gesehen, dass eine Jacke irgendwie ein bisschen komisch geklippt hat. Und das war's. Also... Das finde ich nicht schlimm. Der Rest lief stabil. Kassion. Ich sage das, okay. Oh nein! Oh, das heißt! Der Visionärer, der Revolutionärer. Der Champions! gehen. Und wie der Titel auch dann dazwischen, der Jacke und dem Luz, ist schön und geil. Jetzt hätten sich für jeden nochmal extra geguckt, na wo passt der Titel am besten ran. So hast die Jacke an, ist die Jacke offen, dann ist der Titel nicht über der Jacke, sondern unter der Jacke. Und so, und ist die Jacke zu, dann ist der Titel drüber, wie man das sieht und so. Das hat schon alles irgendwo sein. Lohnt sich? Ja. Para, was geht mir lieber an? Was sagst du zum Gehen? So, Edge gegen Rollins. Wie gefällt es richtig? Ich muss schauen, ob der Eindruck auf Dauer bleibt. Ja, muss ich auch sagen. Also, ich bin auch richtig begeistert. Ich kann auch nichts Schlechtes finden. Was? Oh. Woah. Was ist mir da jetzt? Was ist mir vor jetzt? Chain-Resting zu starten, habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Keine Ahnung. Frank-Sprash von Rollins hier, sehr schön. XS. XS. Nice. Oh, da geht es schon wieder ein Köpfchen auf. Das habe ich auch im letzten Teil immer nicht so gut hinbekommen. Das kann es vergessen. Das Ding zu Time ist wirklich schwierig. Die sind echt in real life einfacher. So, nochmal. Oh, jetzt fällt er hier zusammen, Motto. Es ist 0 Uhr. Viel Spaß beim Zockern. Okay, wenn es jetzt 0 Uhr ist. Ja. So, jetzt kommt er. Ah, fuck. Verkackt. Du fest. Ja, dann an alle, die jetzt zocken können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Es ist wirklich ein geiles Spiel an alle, die noch nicht zocken können. Erst am Freitag. Ihr müsst noch ein bisschen abwarten, aber ich streame auf jeden Fall jetzt zwischendurch nochmal für euch mit dem Spielen. Und dann bauen wir auch nicht nach und so. Und, ähm... Ja, und ansonsten viel Spaß. Oh nein. Oho. Eey, krass. Nix ist. Dropkick. Jetzt muss man sich hier ein bisschen rauskämpfen. Ähm... Und jetzt. Nix, Sucker, Hopp, Stopp. Du wärst damit. Spear! Neuer Champion. Eins. Zwei. Ah. Fight for Ever Chance. Erst mal feiern dafür. Okay, das Rebound-Ding geht auch noch. Neu so wie vorher. Ich kann zwischen euch Grafik-Updates kommen. Ich glaube nicht. Brauchst ja was für den nächsten Teil. Oh, der J-Kill-Sharing. Cover! Oh, Roadpoint. Nicht einmal eins. Ich finde die Grafik richtig geil. Richtig geil. So. Und auf geht's. Spear! Neuer Champion. Eins. Zwei. Zwei. Rollins. Du willst deinen Titel abgeben. Sagt, dass du's willst. Mach'n noch ein bisschen weiter hier. Schaden. In deinem Köpfchen. Da passt er. Oh, oh. War nix. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Oder doch. Sehr gut. Dragon Screw. Und er liegt. Er liegt. Und damit. Jetzt ist es soweit. Und Spear ausgeköntert in den DDT. Oh, oh. Nicht gut. Er ist noch ein Coupstomp abbekommen hier. Oder hätte ihn abbekommen müssen. Aber ging nicht. Oh nein. Oh nein. Und Paddington. Und damit. Alter, was macht er jetzt? Oh, oh. Was macht er jetzt? Oh, Erbo ins Leere. Falcon Arrow. Und Standing on Salt. Oh. Okay. Wir haben ein bisschen Probleme. Aber. Alles gut. Alles anständig. Oh nein. Erbo ausgewiesen. Oh nein. Oh nein. Das ist es. Coups up. Oh, 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 oh. Jetzt, jetzt, jetzt. Pass auf. Oh. Kick out God ist am Start. No Chance. Also ich glaube, das war das knappste, was es hätte sein können. Oh, Single-Legg Dropkick. Comeback. Oh nein. Auch Comeback gecontert. Superkink. Oh nein. Oh fuck. Oh, jetzt ist es wirklich. Jetzt, jetzt wird es sehr spannend. Also schweb. Oh, Knie. Und noch ein Knie. Und Zeitversch. Next way. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was macht der denn? Oh, das Ding wieder. Das ist schon geil. Das war's. Oh, Kick out God. Wie lange wird die Arthas zu durchhalten? Man weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich es häufiger spiele, dann brauche ich einen neuen Kajower nur für die Arthas. und Curb Storm. Das war's. Okay, einmal schaffe ich es noch. Komm. Nein. Geil. Aber da gibt man wenigstens mal alles. Da gibt man wenigstens auch mal seine eigene Kraft. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich irgendwann zu schwach bin, komme ich nie mehr raus. Kann ich nicht mehr auskicken. Macht ja sogar Sinn. Wenn der Spieler selbst so gefordert wird, dass er, dass sein eigenes, sein eigenes Durchhaltevermögen fürs Pin-Kickout zur Verfügung steht. Ist das schon nice. So, Rollins bleibt damit MGTV-Champion. Und damit haben wir die erste MGTV-Show hinter uns gebracht. So, was sagt jetzt der nächste Show vorrücken? Zack, zack, zack. So, was bucht er mir jetzt zusammen? Elias gegen King Nakamura. New Day gegen die Viking Raiders. Angel Garza und Humberto gegen T-Bar Mace gegen die Usos. Jeff Hardy gegen Priest, okay. Bianca Bela gegen LeMath Morgan, Sheamus und Drew McIntyre und Fatal 4-Ray, Brock Lesnar, R-Truth, Hulk Hogan und Seth Rollins. Ja, kann man auch mal machen. So. Dann gucke ich jetzt nochmal schnell, was die Community Creations wieder sagen. Einfach, weil ich das die ganze Zeit machen werde. Guck mal, 44 Seiten sind es jetzt schon. Guck mal, Punk hat die auch schon ein Bild gekriegt. Hier ist schon The Fiend. Nick Gage. Alter, wer kümmert sich denn als erstes um Nick Gage? Was ist denn da los? Paul Bauer war da gerade. Ah, einige Titel hier gleich mal gebastelt. Alexa Bliss. Awesome Theory 22. Also mit den, oh, geil. Cool. Mit den neuen Klamotten. Geil. Runterladen. Danke. So, dann machen wir das mal als Lieblings-Creator. Das ist eine gute Sache. So, und hier waren wir schon, haben wir uns eigentlich schon alles angeguckt. Cool. Sehr, sehr cool. Noch ein paar Mal wechseln, bis so ein Schlag war. Ja, kann passieren. Schau mal. Dr. Pain. Dragon Slayer. Alter. Ja, das gefällt mir schon mal alles sehr, sehr gut. Bloodline wird wahrscheinlich nur das T-Shirt, ne? Okay. Alexa Playhouse. Ja, von mir aus. Naja, gut. Ich bin begeistert, Freunde. Dann war es das jetzt erstmal für heute. Der nächste Stream ist planmäßig am Mittwoch. Es kann aber sein, dass ich morgen wirklich einfach Bock habe und online komme und mit euch zusammen 2K22 weiterspiele. Deswegen erwartet erstmal Mittwoch 20 Uhr. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder hier. Morgen gibt es auch wieder News und so weiter. Ihr kennt den ganzen Spaß. Kauftickets für Unlimited Wrestling. Und dann, ja, sehen wir uns dann im nächsten Stream. Vielen, vielen Dank an Snicklars. Doppel Champion hier heute geworden. Absolut kranker Support. Und Dankeschön fürs Einschalten von euch allen. Vielen, vielen Dank. Schön viele Zuschauer gehabt die ganze Zeit. Das freut mich sehr. Dann sind wir bald wieder da. Also dranbleiben, freuen und haut rein. Gute Nacht und Tschüssi.